6 2 Wo liegt der Würfel? Genau 4 Okay, das heißt, Erik, dass sie sich zuerst aussuchen und dann den Uhrzeuge sind Ja Dann nehme ich mal den Alkoholiker Also Vorwart, wenn jetzt jemand einen anderen Admiral nimmt, der einen höheren in der Rangliste ist, wirst du der Admiral Ich weiß Okay, du wolltest noch Vorwarten Hast du was vor? Nee, mir ist nämlich alles passiert Achso Dann sind schon beide Titel weg Ja, ich wollte mal Präsidenten machen heute Oh, den Präsidenten? Ja, darüber reden die aber noch Tasche an, wer ist denn da schon wieder Kelly? Ja, Überraschung So Muss ich jetzt Ich muss jetzt einen Pilon oder einen Support nehmen, oder? Einen Piloten oder Support Ja Nein, ja, genau Wie kann der denn eigentlich? Der Sherman, der Doc Ich glaube, der ist ziemlich nutzlos, oder? Der war irgendwie Ich glaube, der hier ist aber ziemlich Ja Würde ich so Würde ich auch so sagen, ja Der Doc ist nicht so Ich finde, die ist tatsächlich ziemlich nutzlich Also ich hatte schon Games da Also Sachen, die hat mit so einer bestimmten Location zusammenhängt, die da drüber durchgegeben, weil es kann halt passieren, dass du es nie machst im ganzen Spiel Der Executor am Ende ist halt sehr bitter, weil man dann zwei Morale gleich verliert statt Einer Ähm Ich meine, ich würde sonst auch wieder Kelly nehmen, aber die, jetzt hat schon jemand Adderal, will ich nicht wegschnappen Ja, musst du, du bist auch dran, du musst halt eh Ja, genau Ähm Ähm Ich muss dann in Mamos vielleicht immer das gleiche spielen Abwechslung wird auch gut Ja, ich finde leider die Skills von denen alle nicht besuchen Ich nehme aber wieder den hier, der ist eigentlich ganz, der ist ein Standard Ja, du musst Pilot nehmen, oder? Ah Oh, das ist natürlich richtig blöd, weil die Piloten haben meiner Meinung nach alle Scheißfähigkeiten, ne? Ähm Hier, der Longshot, der kann, also dieser T-Enders, der kann Aber die sind doch alle gute Piloten, oder? Ja, ja Also Hier, die Boomba ist auch interessant Ich glaube, da nehme ich aber fast schon wieder Kara Die Aktionen, die auf den Charakterkarten draufstehen, sind alles Aktionen, äh, was heißt Aktionen Die Sachen, die auf den Charakterkarten rechts draufstehen, sind alles Aktionen, richtig? Also Da steht, da steht Aktionen drauf, wenn das eine Aktion ist Ich bin Starwax Also, zum Beispiel, du hast ja Declare Martial Lore Genau, da steht Aktion, da musst du dran sein, halt Okay, das heißt, ich kann Naturwummer werfen, wie ich will Genau, ja Das kostet eine Aktion, aber Oder auch per Executive Order würde es aufgehen Oder irgendeinem anderen Aktion-Ding Äh, dann sag mal an, wie wirst du die spielen? Willst du die Äh, also ich würde es gar langsam spielen Also Das heißt, mit Nachdenken, also langsam, du darfst überlegen und Einfluss von außen, oder? Ja Aber ich würde es nicht zu sehr abjusen Okay Aber nur, weil ich Ich bin dir ja dazu so Zeug manchmal zu vergessen, deswegen Ja klar, kein Stress Dann spielen wir das so, haben wir ja so geklärt Dann bin ich dran, ne? Ne, doch, ja Ich will euch gar nicht schlafen Aber wenn ich sehe, jetzt schon ein Problem auf uns zukommen Der Admiral kann Ich hasse Piloten, ja, deswegen Ne, wenn ich zu Lohn bin, dann manipuliere ich was an deiner Viper, also Ne, ne, eher, wenn wir beide Menschen sind Also, da musst du dir keine Sorgen machen Wenn wir beide Menschen sind, haben wir sehr, sehr geringe Executive Orderzahlen Oh, okay Ich nehme Hoshi Der neue Charakter Starte ich dann Communications Der Admiral kann immer springen, wenn das Schiff über eine Caprica ist, ne? Völlig egal, wie weit die Sprunganzeige ist, oder? Ja, ja, genau Der Admiral entscheidet darüber, wann wir ein Caprica losfliegt, sobald die, ähm Sobald die Galaktika wieder da ist Die Sprunganzeige ist dann nicht mehr relevant Die, ja doch, sie ist, also sie ist halt relevant für die, äh, Evakuierung, aber So, okay, dann tue ich mal Karten austeilen Kann da starten, wo ich will Was sind denn, was sind denn Mutiny-Karts? Ne, also starten steht ja drauf bei dir, wo du startest So, jeder hat eine Karte bekommen Ganz unten Setup-Command Ja, ja, ja Und, ja, genau Es sind zwei, äh, Zielung-Karten dran Farben ist ein Zielung Okay, dann, ähm Mit dem Draw haben wir gesagt, machen wir einfach gleichzeitig, ne? Ja Dann darf ich jetzt jeder drei Karten ziehen, außer der Presi von seinem Skillset Also bitte für jetzt jeder drei Karten wieder ziehen, ne? Genau, außer der Panzertanzer Ah, ich fange an, ja Also ich könnte jetzt noch drei Karten, weil dann nur um das nochmal klar zu sein Ich könnte jetzt drei Grüne ziehen, theoretisch Theoretisch könntest du drei Grüne ziehen, ja Okay, dann ziehen wir jetzt mal jeder Alle grüne Karten Was sind denn Mutiny-Karten? Mutiny-Karten? Hier, Pressroom, Action Achso, das ist egal, der ist nicht dabei Der ist nicht dabei, aber Education ist zu viel Aber der Rest ist, das passt so Alles klar, okay So, dann darf der Grüne ziehen Bei Neu-Kaprika dabei Ja, bei der ersten Runde, glaube ich Ah, okay Sie haben, du musst zwei Karten noch abwerfen, Erik Nur zwei, nur drei, zehn, nicht fünf Ach, nur zwei, der fängt doch an, oder? Äh, nee Panzertanzer fängt er an Ah, stimmt Den Fängstern fängt er an Ja, Sophie Einfach wieder drauf Ja, den war der Grüne Okay Dann müssen wir wieder rein Also, ich ziehe jetzt Jo Die Aufgabenverteilung, so wie immer, nehme ich an, oder? Mach die Schiffe Wer macht die Ressourcen, oder? Das hat der Shetty gemacht, ne? Ja, die Ressourcen Ich mach den Wenn ich den Jump mach, kann ich auch die Ressourcen machen Ressourcen kann ich auch machen Ist ja genau davor Ja, genau, dann macht Edictus Passt eigentlich Du machst die Karten dann, oder? Genau, ja Okay, dann Miss President Ja, ich guck gerade noch, was meine Optionen sind hier Ich spiele Consolidate Power Konservatives Gameplay Ja Was ziehst du? Ich kann nicht eine Farbe aussuchen, ja, ne? Ja Kannst du ja immer so ziehen Any Types, kann ich die splitten, oder? Ja, kann ich splitten Kannst du zwei Karten ziehen, wie du magst Du könntest doch theoretisch eine Treachery-Karte nehmen, aber Ja, theoretisch könntest du auch Treachery ziehen Weil Fabian juckt schon in der Hand Ja, ich weiß nicht, was halt die Rostle mit ihren Piloting-Karten macht, aber Lass mich mal überraschen Ach, war das Piloting? Oh, ups, ich glaube, ich hab mich Ne So, dann, äh, Crysis Ich hab, ne, ich hab ein Taktik gezogen, nicht Piloting Achso, okay Ähm, Crysis macht dann jeder selber, oder? Ja, ja, oder? Okay Warte, ich zieh, warte, ich zieh Nein, nein, das Problem ist halt Zum Beispiel, Rostlein andere Crysis-Fähigkeiten hat und sowas Ja, da müsst ihr immer drauf achten, ja? Ja Ich weiß nicht, ob das halt so gut funktioniert Jeder achtet einfach selber drauf Das passt dann schon Ähm, wieso? Wegen Crysis-Karte Wer die halt zieht Ich glaub halt jeder weiß Ich glaub halt jeder weiß am besten, wann sein Zube vorbei ist, oder? Ja Das stimmt ja, Rostlein ist ja nicht sehr powerful Vergiss nicht, äh, Jumpmarker sind das absolut Wichtigste hier Ich wurde schon mal verdächtig, weil ich nicht mit Jumpmarker genommen hab Er ist schon beinahe dabei gestorben, wollte er sagen Genau, wir legen immer die Karten rechts da vorne ab, ja Genau, genau Ah, interessant Können wir passen? Also Ja Ja, aber das erste bringt uns ja nichts, oder? Naja, ich würd schon die Loyalitätskarten gerne sehen Auf der coolen Player Aber er kann er sich dann sich selbst anschauen Ja, okay, da ist es zu gut Achso Nee, kann er nicht Das ist an Lucky, natürlich Aber wo ein Jumpmarker? Ja, zumindest ein Jumpmarker drin Äh, plus neun? Fragezeichen Äh, können wir das? Kann er, wie könnt ihr da grün reinlegen oder gelb? Ich kann nix beitragen Panzer, wie sieht's bei dir aus, du hast grad gezogen Ich glaub, du musst halt schon das größte, größte Teil machen Ich kann minimal beitragen halt Oh, das ist das mit der, ah, mach ich Ich, ich trag auch ein bisschen was bei Also du musst den Hauptteil, glaub ich, halt beitragen Ich kann auch ein bisschen, also ganz viel Habt ihr, habt ihr kein Geld? Oh mein Gott Ja, schau mal, wir haben, wir haben gerade erst einmal gezogen Weißt du, wie ich meine? Ja, klar, ist schon klar Ja Also ist jetzt nicht, dass ich, also ich werde extrem minimal beitragen Same Das Destiny Decks für uns und das Mountain Heavy Raider, by the way Nach dem Test Können die einfach so sparen? Wollen wir noch nicht für Beste? Das ist der Beste, im Setup Ah, stimmt Ups Kakando, machst du was? Äh, ungern Ich zieh halt sehr spät erst, aber ich kann beitragen, theoretisch Erik? Ich kann nix beitragen Also Panzer, dein Beitrag muss halt schon gut sein, ja? Ich und Saduzu werden noch ein bisschen was beiträgen Denkst du, du schaffst das dann? Könnte machbar sein, ja Ja, du musst das jetzt callen halt, gell? Also Kein Plus, aber Die Plus neun Plus neun schaffen wir schon Okay Aber ich meine Minus ein Moral, wir haben halt zehn Ja, aber bis jetzt ist halt noch nichts auf dem Feld, oder? Also ich weiß nicht Ich bin nicht so der Fan von diesen Kartenaufsparen Wie ist denn das eigentlich von den Regeln her, wenn das steht Ja klar, aber das ist halt echt nicht so Murphy, muss ich sagen Ich hab mal ne Frage Wie ist denn das von den Regeln, wenn das steht, der Präsident-Luxer-Ding äh, current-Ding, aber der current-Der-Präsident ist Ja, das hat kein Effekt halt Ich kann nicht bei mir in die Karte gucken Genau, ja Also ich hab reingelegt, sag du so Äh, okay, ja, ich lege auch was rein Musst der nicht mal was beitragen, Kakando Jetzt zwingt der mich ja so ein bisschen, aber komm Ja, musst, hättest der nicht Nee, kein Stress für die Galaktiker Ist das verdächtig, dass er jetzt was dafür tut? Das ist so anti-Kakando Kakando ist selbst auch verdächtig, wenn er viel übernimmt spielt komplett Also im letzten Spiel hab ich auch als allerersten Skillcheck nur mit Fabian reingelegt Also Ich kann nix reinlegen, ich mach nix Eigentlich wird Kakando miteinander erschossen, wenn er sich komisch verhält Und heute wird er erschossen, weil er sich richtig verhält Klassiker So, das war's dann, ne? Jop Plus eins, plus vier Ähm, zwei Fünf Neun Ähm, zwölf Das war aber jetzt super knapp, oder? Naja Ja, wir haben was gemacht Destiny Deck war nur eins dagegen Wenn ein zweites dagegen wär, dann wären wir raus gewesen, oder? Ja, gut, die neun hätten wir Die neun hätten wir Neun hätten wir ja zumindest geschafft Ja, ich denke Ja, gut, wir hatten jetzt zwölf Und eine Dreierkarte hätte ja auch vom Destiny Deck kommen können Vor allem eine rote Karte Bringt so meistens minus fünf Rot hat sehr viele Fünferkarten Das ist gut zu wissen Äh, auf jeden Fall ist es kein Effekt, immerhin Dann Fabian Ich muss noch gleich Die gute alte Kelly Ich weiß nicht, wollen wir uns irgendwie absichern gegen den Fred? Äh Karte, du kannst auch so zweimal schießen, oder? Ja, das werde ich auch auf jeden Fall machen Also, wir haben noch nie auf einer Base da geschossen Da haben wir jetzt drauf gebrettert Dann könntest du ja tatsächlich auch schon hingehen und auch schon einmal schießen Dann haben wir drei Schüsse Das geht das Ding wahrscheinlich tot Ja, nee, nur in meinem Turn kann ich das machen Nein, aber Ja, das werde ich auf jeden Fall machen Ich werde meinen Teil zu diesem Krieg beileisten Ja, nein, ich meine eher Sozusagen Kelly könnt ja schon noch rein im Weapon-Control einmal schießen Achso, ja, das geht auch Ja True, why not Ich hab halt Angst vor dem Heavy Raider und so Schiff Du kannst doch auf Heavy Raider schießen Triffst mit einer Sieben und einer Acht Ja Nee, ich spiel's mal safe und launch den Scout So safe war es doch nicht Ja gut Pass schon Am Ende hättest du uns doch selbst abgeschossen, wenn du die Kanonen gesteuert hättest Äh Ja, ich überlege Guckst du gerade die Karte? Hast du dich eine 3 gewürfelt? Naja 3 oder higher? Ah, stimmt, stimmt Higher, higher, higher Sorry, mein Fehler Alles gut Ich hatte das in einem Grund 5 im Kopf So, jetzt brauchen wir hier den Präsident mit seiner Entscheidungsfindung Warte mal eben kurz Oh Fuel Wie ist das untere? Seid ihr für Moral? Also, ich weiß halt nicht, ob ein Fuel und ein Food plus ein Population wert ist Vor allem, weil Population ist das, was wir am Abstand am meisten haben Sehe ich auch so, vor allem, weil wir relativ viele, ich sag mal, kämpferische Charaktere haben Und ich denke, dass wir Population Dass Population gut verteidigen können, ne? Ja Hm, okay, dann machen wir den Unteren Dann, also, Moral weg Perfekt Äh, die bewegen sich, ein Raider war eraktiviert Ja, mach ich, mach ich Dann, Satvuso, du darfst aufziehen Yay Okay Zwei taktische Oh, ne Kamera, so komisch Und Also, diese Modelle sehen schon alle gut aus im Tabletop Simulator Da kann man halt echt nichts sagen Ja, da hat einer richtig gut zu euch Gedanken gemacht Hm, soll ich ra- Ne, lohnt sich's schon rauszugehen? Ähm Sure not Naja Ich hätte auch noch eine andere Idee Die Frage Ja Es hat die Frage, in welche Richtung du fliegst Müsst ihr euch vielleicht absprechen, wer auf was schießt Na gut, die könnten wir Ja, ne, warte, ich spiel lieber das Also, ich höre mal die Baster Ich spiel tatsächlich Äh Äh Das war kein Würfel, das war ein Gefallen Ähm Ui, äh, okay Dann, oberste Crisis-Karte, ne? Äh Ne, die kommt unten Okay Äh Runde ist zu Ende Ja, zieh Dann Ja Ja, das macht doch nicht, oder? Ja Ne, nicht wirklich Ah, bis Start Also, 1 zu Türius ist halt schon blöd Können wir, glaube ich, handeln Ja, ich würde da jetzt auch keine Karten fangen 13, lila und blau Das ist nichts, was wir jetzt einfach so machen können Können wir die überhaupt jetzt aufbringen? Das ist mir anders Theoretisch Ich könnte da ein bisschen Ich könnte da gut was beisteuern Würde ich auch machen Weil ich ziehe als nächster Also Könnte auch ein bisschen beisteuern Ich würde fast sagen, es ist bei Verschwendung Aber ich würde meine Karten ungern opfern Die sind dafür zu gut Immer dann, ähm Zwei Destiny-Karten rein Und keiner legt das rein Bin ich auch für, eigentlich Wo ist das Destiny-Dick? Das liegt da links neben Ja Der Spot, dafür ist immer so komisch, weil oben noch eine Hand ist Du siehst mir den Jumpmarker nicht Okay, ja dann einfach mal So Also ich lege nix Äh, beziehungsweise Ich vermute mir, keiner legt was rein Oder legt wer was rein Ja, geht doch einfach durch Da kann du Ich lege nix Oder ne? Nein Panzeranzer? Ist nicht sein Skillset, ne? Ne Warte kurz, ne, ich lege nix Ich hab auch nix Ich lege auch nix Ich lege auch nix Dann, äh, Aufdeckung Rot und Blau Wäre sogar eins plus gewesen Mach die drei Wälder Dann zieh ich mal Engineering zieh ich Richtig nice Hm, okay Okay, dann gehe ich jetzt in Communications In Reference Control Äh, tu die hier Die Fähigkeit aktivieren Critical Situation Hab zwei Aktionen Und jetzt, äh, schieße ich mal auf die Base Das heißt, du kannst jetzt dreimal insgesamt schießen, oder? Ja Ja Richtig nice Und dazu schuhe ich nochmal Selfigic Planning Okay, ja, dann, äh Da wird die Base da jetzt hat, äh, angegangen Ist ne drei Nope Das ist nicht Wo treffst denn das da? Fünf bis acht Fünf bis acht, bitte Ja, das trifft auch jetzt, oder? Das ist tatsächlich Schaden Ist ein Treffer Sehr schön Okay, dann zieh ich mal Kann nicht mehr schießen Okay Dann brauchst du wahrscheinlich nochmal Das ist nur für den ersten Dielewurf, ne? Genau, ja Okay, dann löff ich nochmal fünf bis acht Musst du Keinen Treffer Jetzt musst du noch eine Karte abwerfen, oder? Ja, weil ich ein drittes Mal schießen will, muss ich eine Karte abwerfen Wie Werf, wie finden wir das jetzt? Also, ich könnte nur noch den Hangar zerschießen, wenn ich treffe Ja, du kannst ihn auch zerstören, oder? Ich könnte ihn auch zerstören, theoretisch, ja 30% Chance Wer hat Scheiß Zehn Puts 15% Chance, glaube ich, dass du zerstörst Ja, mach ruhig mal Ja, dann Und was ist denn das? Oh, okay, richtig gut Äh, ja, dann würfel ich die, würfel ich die Karte ab Ist der blauer? Aber so, egal Und würfel nochmal Ey Ja, okay, hat dich getroffen Aber der Würfel verhält sich komisch Warte, ich teste, würfel mal Also, bei mir haben wir wieder normal Ja, der bleibt immer auf der Spitze stehen bei mir Du musst die Stärke ein bisschen höher, glaube ich, stellen können Ja, das kann sein Ich hab den schon sehr weit oben Muss man nicht anbauen Muss man nicht anbauen Reicht das nicht, wenn man auf Ehr drückt? Naja, aber bei mir sah es sehr komisch aus Aber So ein sehr viel einfach durch die Gegend, das geht ja auch Genau, aber das war die Runde So lange er auf dem Tisch bleibt Crisis President chooses Decisions, decisions Was sagt er denn? Zwei food? Ich wäre dafür, dass die der President ein paar Daten abgibt Oh, die Raider wäre da gequittert, aber Äh Ja, willst du drei Karten abwerfen? Ich werde umge-dreik-karten abwerfen Das Food ist gerade noch so wert, dass wir das verlieren Weil wir verlieren ja so oder so ein Food Also dann können wir auch einfach sagen, lieber zwei Food Und dann für nicht fünf Karten verlieren Aber sind fünf Karten ein Food wert? Ich würde schon sagen Ja, also Nein, nein, nein Wir wissen ja jetzt auch nicht, was das für Karten sind Aber was ist, wenn die jetzt richtig nice Karten haben? Ja, aber Wir haben Also wir haben noch zwei andere Oder wir haben dann drei Leute mit Händen Erik, ich und du haben Hände Das heißt, wir können die nächste Crisis-Karte auf jeden Fall abwerfen Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass ein Food ist wert, fünf Karten zu verlieren Also ich als Betroffener, ich kann sagen, ich würde meine Hand gerne behalten Aber so gut sind die Cadenz auch nicht, dass ich sagen würde Die Karten Also ich würde eher das untere nehmen Das untere Ich wäre für das untere, ja Die drei Karten kann ich schon Ich habe dann keine Hand mehr, aber whatever Dann steht was, was ein Zinon sagen würde Und Panzer kannst du Also Nils kann ja auch Ihr zwei von seinen fünf Karten wählen, die nicht so gut sind Also ich glaube schon, dass du halt dann schon Wenn das steht, musst du nicht fünf Karten, sondern musst halt sagen So fünf mittlere bis schlechte Karten Ich würde übrigens am Anfang so hoch wie möglich, so gering wie möglich den Verlust halten Ja, aber ich muss halt, wenn ich irgendwas aktiviere, muss ich halt auch zwei abwerfen Ja, du ziehst ja dann auch wieder Wegen der Links Aber es sind halt zwei, also es ist halt schon Wir hatten das schon mal, da hat Chris, glaube ich, immer minus zwei Foodgeschusses viermal hintereinander oder so Danach hatten wir keins mehr Ja, ist halt die Frage, wie oft man das wählen kann, ne Deine Entscheidung, ich kann beides nachvollziehen Äh, ich wähle den ersten Zwei Food Okay Insgeheim bin ich dir dankbar, aber Das ist die Frage Boah, ob du nach dem Spiel Ich bin dir dankbar, will dich aber töten Ja, genau Ob du mir nach dem Spiel auch noch dankbar bist, oder? Ach Ist egal, jetzt bin ich dir dankbar Jot, muss Wer macht die Ressourcen? Gut schon, oder? Ja, wir nehmen jetzt dann zwei Food weg, ne? Ja, genau Dann nächster Spieler, Erik Ja Ich würde hier gerade auch, ich Ja, das macht jetzt keinen Sinn mehr Ja, wir müssen jetzt Also Ich würde halt gerne Äh, jetzt der Turi Boarding habe ich noch nicht hingestellt Ja, muss ich auch noch hinstellen Ja Stimmt, ja So Bleibt der Also wir sind jetzt schon ein bisschen Bleibt der eigentlich Bleibt der eigentlich an Bleibt der eigentlich an Bord, wenn wir springen? Ja Ja, der bleibt durchgehend an Bord, bis wir den töten Der wird jetzt halt immer noch vorne bewegt, wenn Heavy Raiders Symbol kommt Ja, wie töten wir das? Wenn er den Maximum erreicht hat, haben wir verloren Genau Genau Bei dem Kreuz Wie töten wir den nochmal? Äh, mit der Armory Oder mit anderen Effekten, die es gibt Ich glaube, der Präsident hat auch Es gibt Kurums-Karten, die Boarding-Sachen stoppen Ja, musst du halt erstmal kriegen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß Ich sag's nur, das ist Also ich weiß halt Ich glaube, ein oder zwei von 26 Karten machen das halt Ja, also Ich hab jetzt keine riesigen Erwartungen Ähm Ich wär fast dafür, dass wir halt Versuchen, hier die zwei zivilen Schiffe zu schützen Wenn das möglich ist Wenn einer Executive Order auf mich spielt, kann ich raus Wer kann raus? Ja, ich Pilot Also, wer ist dein Angriff? Äh, ist Adwuse Also Rot Rot, ja Wer ist denn dran? Erik, ne? Ich bin dran, ja Wenn du Executive Order hast, könntest du es auf mich spielen, Erik Und Drossel Und Ja, mach mal Okay, ich hab Executive Order Das heißt, ich Äh Action hier Launch myself in Survivor Äh, warte Das würde mich jetzt interessieren Das habe ich noch nicht ganz geblickt Ich hab jetzt Executive Order und bin jetzt damit in den Viper gegangen Ja Genau, ja Äh, ne, ich krieg immer eine extra eigene Viper Ähm Wie ist das? Zählt jetzt als Bild Das zählt aber nicht als Bewegung, oder? Ne Das zählt als Aktion Das heißt, ich hab jetzt zwei Aktionen doch theoretisch bei, oder? Ne, du musst, glaube ich, in der Viper gestartet sein, um zwei Aktionen zu Ne, ne, weil, äh, you may then take one action after, äh, die Viper gestartet hat, aber da ich noch eine Action von davor Ja, du hast zwei Aktionen, ja Okay, das heißt, deine erste Aktion ist hier rüberfliegen, passt, oder? Ja Ne, die, äh, ist nicht einsteigen, auch eine Aktion? Ja, genau, das ist eine Aktion, aber er bekommt eine Aktion dafür Das ist praktisch kostenlos Aber hier steht, you may then take one more action Ah, okay, dann hat er also Ja, also nicht, nicht zwei more actions, weißt du Aber er kriegt ja noch eine von der Karte Genau Ja, aber es ist die, also ist die Critical Situation Karte, ich kann jetzt hier kurz runterschauen, oder? Ne, 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 executive order Das passt, der war ja im Hangout Ja, aber ich meinte, dieses you may then take one more action limitiert ist, ist das dann rückgängig? Ich weiß es nicht Wie? Ich meine, im Prinzip macht es eh keinen Unterschied, weil ich stehe jetzt erstmal hier, aber, äh Also du kannst jetzt nicht mehr Critical Situation spielen, wenn das die Frage ist Nein, meine Frage war, da steht ja, you may then take one more action im Hangout Ja Und kann er jetzt rausfliegen und dann zwei haben nach dem Satz? Ich glaube, das bezieht sich tatsächlich nur auf das obere Also, man macht ja eine Aktion, fliegt raus und dann sagt sie, du kriegst dadurch eine Aktion zurück Ich verstehe die, ich verstehe die Frage nicht Also, äh, Kakando, lies das hier mal Äh, Fabian meint sozusagen, dass das bedeutet, dass man, nachdem man die Aktion gemacht hat, rausfliegen, nur noch eine Aktion frei hat Egal, was man noch davor bekommen hat, ich weiß es nicht, aber ich würde es halt auch so spielen, dass man, dass er jetzt noch eine Aktion hat Ach so, wegen dem more oder wie, ja Ich hätte es halt gesagt, das bezieht sich direkt auf das obere Ich hätte es auch gesagt Die Frage ist, wenn ich jetzt noch eine Aktion frei habe, was könnte ich damit machen? Ja, gut, ich hätte es jetzt auch so gesagt Also, gerne kann er noch eine Aktion haben jetzt Also, wir spielen so, er hat noch eine Aktion jetzt, oder? Ja, okay, die Frage ist jetzt, was meine Ja, du kannst ja noch Karten ziehen, Scout launchen Ne, Karten ziehen kann ich, also Sachen machen Also, du kannst schon, also es gibt schon noch Karten, die du jetzt spielen könntest Ja, ich könnte auch theoretisch hier rüberfliegen Bin ich für Sowas finde ich immer sehr heroisch Und, ähm Sehr dumm? Ne, gut Finde ich gut Ich weiß nicht, also Wir könnten dir dann halt Besser Executive Order geben in der nächsten Runde, aber wenn die Weipe aktiviert werden, dann könntest du tot sein Also musst du dich entscheiden Das ist das Risiko eines Helden Ich weiß nicht, hier kann du Scheiß auf einen Kopf haben Wenn du halt schon dastehen würdest und sie halt nicht aktiviert, dann könntest du zweimal Maximum Empire Power spielen und alle Raider wären weg Ne, ich glaube, ich spiele es konservativ, ich bleibe hier lieber stehen Okay Wir müssen nicht jetzt eine Weipe und einen Piloten in der Krankenhaut Bist du fertig, oder? Fertig, fertig Und dann kommt eine Crisis Karte Genau, da muss Erik Ach, das war der mit der Brick Fand ich jetzt schönstimmig, dass der Admiral Execute of Order auf den Piloten gespielt hat Ja, siehst du, da kommt jetzt schon die nächste Karte Okay, aber der Beste kann nicht feuern, hey Sehr schön Jetzt müsst ihr die Karten eh abwerfen, ja? Ja Ja, aber gut, dass du es vorvor nicht gemacht hast Ja, wir haben jetzt ein Pfund mit uns geopfert Ich sag's mal so, wenn der Präsident jetzt nicht Karten abwirft, hole ich mir den Präsidenten Also ich, ja, ich würde mir den Präsidenten Titel holen, aber ich bin dafür Du hast das nicht zu entschaffen Ja, du kannst dir ja irgendwen geben dann Nö, ich würde mir den dann schon holen Wie denn? Ach nee, warte, du kannst nur den Admiral Er kann sich nicht selber holen, oder? Administration Achso, ja, er mit seiner Pflichtkarte Dann entscheide dich mal Naja, aber das ist ja eine Runde, bis diese Drogen erfüllt werden könnte Eine ganze Runde Ja, oder jemand spielt Executive Order Ja, aber wer würde das machen? Ich bin ein Alkoholiker, also Ich würde ihm keine machen geben Es sag schon wieder Schon wieder, ich darf abwerfen, oder Der Kuchen Ja, ja Du weißt aber schon, dass der Alkoholiker zwei Atomenbomben durchstehen hat Ja, mei Eine unruhigende Situation, wenn ich ehrlich bin Wenn wir den Admiral Ich will nochmal Das werfe ich jetzt hier nur so ganz Geht schon wieder um einen Pfund, ja Wenn wir den Admiral erschießen Dann ich der nächste Admiral Patzer, was machst du? Ich weiß nicht, was ist denn euer Plan dazu? Ja, Food ist unsere niedrigste Ressource Schau mal nach Dann habe ich meine Hoshi Ich habe doch gehört, dass du mich wieder erschießen willst Und du wirst mich erschießen, wenn ich schon wieder Food nehme? Hoshi Nein, das habe ich nicht gesagt, aber Es gibt hier mehrere Leute, die sind Deiner Präsidentschaft skeptisch gegenüber eingestellt Weil wir so viel Essen verbrauchen Wir reden über unsere Verhältnisse, würde man gerne sagen Du meinst also, wir sollten mal abwerfen Ja, dann machen wir das so Gut, na, ich suche mir hier zwei aus Was ist denn die Liste? Ja Welcher Charakter hat gefragt, wie es mit der Landfolge aussieht? Admiral? Ich Ist Starbuck, ne? Ja William, Adama Ne, Zoltai Dann kommt Louis Hoshi Und dann kommt Starbuck Ansonsten ist keiner Da Ich komme doch auch irgendwann, oder? Ja, aber Kelly Du würdest für mich danach kommen, ja Kelly Hoshi Ja, du würdest als nächster kommen Also müssen wir Hoshi auch besattingen, okay Okay Erik muss auch noch Karten abwerfen, oder? Ja, genau Erik muss auch noch abwerfen Drei Drei Karten muss ich abwerfen? Genau, ja Und dann kannst du auch schon nochmal aufziehen Das war eine Teamentscheidung Ich habe auch mitgelitten, Erik Ja Er ist nicht überzeugt Jetzt habe ich den Nächsten, der mich töten möchte Ja, der wollte schon deinen Titel klauen, wenn du es anderem machst Weißt du, wie du als Präsident auch agierst, die Leute sind nicht zufrieden Er ist in Ordnung Ich glaube, du kannst schon ziehen, Nils Ich vergesse immer, was ich ziehen muss, aber es war dreimal gelb und zweimal grün, ne? Dreimal gelb, zweimal grün, ja Ja, was haben wir denn denn? Ja, was sind denn die Probleme im Moment? Was schlagt dir denn vor? Ich würde gerne die Baster killen Ja, gut, dann müsste ich rübergehen Eine abwerfen, noch zwei abwerfen Du kannst aber auf mich Exekutive Roller spielen Warum auf dich? Weil ich Atombomben mache Aber was willst du mit den Atombomben machen? Auf die Baster schießen Also, warum wollt ihr? Also, die größte Gefahr sind gerade hier die zwei Zedon Raider, die auf uns zufliegen Und wir haben Cetorio als Boarding Party Also, könnten wir eher den Piloten aktivieren, ne? Also, den Piloten zu aktivieren, könnte ich mir jetzt vorstellen, ja Oder Ja Du kannst auch Quorum-Karten ziehen, würde ich jetzt auch verstehen Wie hast du in der Action eine Quorum-Karte ziehen? Ach, ne? Ja, Quorum-Karten wären eigentlich keine schlechte Idee Du kannst ja hier ins Quorum-Stepper gehen Ja, genau Also, es ist so Ich würde es jetzt nicht übertreiben mit der Priorität an Quorum-Karten ziehen Aber die können halt schon mal gute Sachen machen Glaube ich jetzt Ja, ich bin halt der Einstellung Entweder man sieht gar keine oder man sieht durchgehend Ich glaube nicht, dass man das so machen muss Dann muss ich zwei Karten für abwerfen Aber ich denke, das ist das Werte Ja, musstest du machen Musst du halt selber entscheiden Ich weiß nicht, wie man den Charakter spielt Das liegt mir auch echt schlecht als President eigentlich Weil das ist halt schon sehr einschränkend So, dann zieh ich eine Karte Die liegen gleich bei dir Habe ich dir schon da hingelegt Wo liegen? Ach, ihr? Ja, da liegen bei den Spring-Karten Die inzwischen Zwischen und Spring-Karten Das sind die Chroms-Karten, oder? Nein, das ist meine Loyalty-Karte Die du da hast Hier, da rechts Rechts über deine Hand Okay Rechts über deine Hand Genau da, wo der grüß Das war knapp Da hätte ich ja auch mal gerne reingeguckt Da hat schon der Zellung angefangen zu schwitzen Ja, da habe ich echt gerade kurz gezittert Wieso? Was hast du denn zu verstecken? Ja, nichts Wichtiges Neun Millimeter, glaube ich Ach, ich glaube Ich spiele ihn mal aus Hm Ja, das ist interessant auf jeden Fall Ich würde gerne die vom Admiral sehen Vom Admiral? Aufpassen, dass die umgedreht rausgelegt wird Und auch umgedreht wieder rauskommt Schon auf die Kante gelegt Das darf niemand runterschauen Ich schaue auch gar nicht in die Richtung Stimmt Wo liegt die? Ja Am besten Blindfolden Jeder andere Bin wieder da Okay, der Admiral ist kein Zylone Stimmt Nicht da drüben hinschauen Seid ihr fertig? Oh Gott, ja Jetzt muss er ihn noch Würfel würfeln Drei oder weniger Verlieren wir ne Moral Ja Stellt man eigentlich seine Stärke ein Mit den Würfeln, weiß das jemand? Oben rechts da bei dem Männchen Gewicht halt Ah, okay Jetzt bin ich mit Kreises dran Ja Genau, ja Bin jetzt ganz hoch, du machst Dann kriegt er ein bisschen Musst wieder zwei, genau Weißt du ja Langsam komme ich rein Ja Was ist das denn? Das ist natürlich jetzt schon Gute Information und Macht Die er hat, ne? Ja Ja Der Admiral und der Prisi beide Kann der Zylone sind? Ja klar, aber er hat halt Wenn er Zylone wäre Könnte er wissen, ob Er weiß halt was Und er kann halt durchgehend Zwei Crisis Karten angucken, ne? Ist auch nie schlecht Ich weiß halt nicht, ob Ja Ich möchte nichts Hier In den Raum stellen Ich möchte nur die Option Egal welche Ich wähle Ich werde jetzt der Böse sein Ne, ne Das meine ich damit gar nicht Ich meine Ich meine hier mit den Crisis Karten Boah Ja gut, wenn du einen mit Jump hast Dann weißt du ja Wo es lang geht Aber du darfst auch gar nichts so sagen Weißt du? Ja, ja, ja Du musst jetzt halt eine auswählen Und du kannst es uns danach schon erklären Aber Ich finde es auch immer Sehr interessant Dass man das von Anfang an sich so Als Ausrede nimmt Die andere, die ist so schlimm Ja, tut mir Manchmal ist das eben so, ne? Aber also die Aber also die Sofort definiert In den Defensivmechanismus geht Das mit dem Admiral Hat aber jetzt schon Sinn gemacht Der hat ja auch die Karte Nicht ausspielen müssen halt Naja, ich fand die auch okay Also Dass man halt die Karte so schnell ausspielt Und So, das macht es glaube ich halt schon gut Ja, aber es ist am Anfang an Zedone, ne? Tja Ja Also es hat keinen kleinen Sprung, ne? Deswegen Also theoretisch Die Base da vorjetzt Macht es Sinn, eine neue Das untere zu wählen? Was denkt ihr? Überlege ich gerade Das wird schon eigentlich ein bisschen Sinn machen Und die Base da schießt zumindest nicht Die Raider würden einmal fliegen Also eine neue Crisis Macht das Sinn? Ich weiß es nicht Die Raider würden alle fliegen Und der Heavy Raider würde vor unserer Tür stehen Hä? Das braucht auch nichts, oder? Ähm 5 Player Discards 1 Skillcard After the Activation Doch, klar Ah, okay Aktiviert Zahl Ja gut, dann Der 6er Skillchap Jack ist ja glaube ich Relativ entspannt, oder? Ja Den sollten wir schaffen Den sollten wir schaffen Ich bin gegen diese Präsidentschaft Ich lege da nichts rein Okay Ich kann da gar nichts rein Selbst wenn ich wollte Soll ich den jetzt alleine machen, oder was? Also Jetzt ganz ruhig Ich Sorry Ich kann da Mittel beitragen Ich weiß ja nicht, was Eric kann Eric hat nicht so viele Karten Also Panzertanzer Du solltest ja auch gut Karten haben, oder? Ja Du ziehst ja danach auch noch eine Karte Wenn ich da Mittel beitrage Ja, ich werfe es rein Dann sollte das eigentlich Also Das ist ja nur 6 Ja, weißt du wie ich meine? Wenn ich schon Mittel beitrage Dann musst du halt Das Destiny Deck ausreichen Vielleicht noch ein bisschen Puffer Sowas in ihrer Art halt, ja? Jo Warte, das ist gelb und grün, ne? Du musst halt Erst noch choose Nimmst du jetzt das obere, oder? Achso, ich muss choose Oh Gott Jo Also Wir haben uns schon entschieden Dass das obere schon ziemlich sinnvoll ist Das ist der Kronenfeld Sagen wir so Entscheide ich mich dagegen Das ist die letzte Entscheidung Dann war zum Kronenfeld Aber kein Druck Also ich muss Wenn ich den unteren nehme Kriegen wir direkt noch eine Crisis, oder wie? Genau Und die Zulonen werden Die Zulonschiffe werden aktiviert Holy fuck Ne Ja, das kann auch gut sein Man weiß es nicht Ich bin für das Experimentierfreudige untere Hä? Nein, 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 nein Wir haben Ein Free Eine Free Ein Free Skillcheck Und dann zieht jemand wieder Ich weiß nicht, ob das halt so Sinnvoll ist Weil wir haben ja Aber ich bin für das untere Okay Der Kronenplayer Warte, warte jetzt Wenn ich das mache Wenn ich das mache Passiert folgendes Ich werfe eine Skillcard ab Dann aktivieren wir den Den Zeilen Dings Die Schiffe Also die Raider werden auch aktiviert Ja Oder? Ja Die Raider werden aktiviert Der hier wird auch aktiviert Der Heavy Raider Ja, aber die kann Die können unsere Pilote abwählen, oder? Der Zulon bewegt sich Okay, ich bin actually doch fürs Over Weil der Zulon bewegt sich auch Noch ein Fall, oder? Aber dann ist ja in meiner Runde Direkt noch eine Crisiskarte, oder wie? Ja, genau Ja, um Gottes Willen Aber okay Da könnten wir natürlich dann auch Auch einen Punkt kriegen, ne? Einen Sprungpunkt Aber ziehst du da nicht sogar Zwei wieder? Wegen deiner Fähigkeit? Ja, ich glaube Da steht Ja, da steht Wenn you draw Crisiskart Ja, der kann doch wieder Der kann doch wieder Zwei ziehen, ja Das wäre lustig Ich bin trotzdem noch fürs Oberen Ja, okay Dann machen wir das Oberen Okay Fahr bei Nix rein Ja Wo muss ich jetzt hinlegen? Äh, rechts Links ist das Das denkt da So dumm Alles gut so Äh, seit wieso? Ich hab Mittelball getragen Ich lehra, nix bei Ich auch nicht Erik Willst du was reinlegen? Brauchen wir noch was? Was meint er? Ich bin so ein bisschen unschlüssig Panzer muss sagen, ob er noch was braucht Nix Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich? Braucht er was? Wahrscheinlich nicht Es hängt vom Westen in die Deck ab Ja Also es ist halt immer so die Frage Du musst es jetzt halt entscheiden Ich weiß ja nicht, was du auf der Hand hast Ja Wenn du dir überhaupt drei in Liga bist Dann musst du es so ein bisschen halt In die Hand nehmen Ich sag ein negatives Destiny Deck voraus Das Schicksal ist nicht mit dieser Präsidentschaft Das wird nicht lang halten Also einmal war das Destiny Deck schon lucky Dann gehe er davon aus, dass es nicht lucky ist Aber es kommt ja drauf an Was schon raus ist Und was noch drin ist Also die Skillchecks sind ja auch unterschiedlich Gute Art Eric ist fertig, oder? Ich bin für dich Das ist so, dann hat die da, ne? Dann mache ich jetzt Plus 3 Plus 6 Plus 9 Plus 12 Ähm 11 15 Ah ne, das war negativ 14 15 Naja Nicht richtig gerichtet Oh, ungefähr 15 15 sind 15 auf jeden Fall Ich kann nochmal nachdenken 3, 6, 9, 12 14 Ach, das ist minus 4 Ach, ich dachte, das war minus 1 Ne, mein, sorry 9 ist es, glaube ich, oder? Darf ich in der Karte ziehen, ne? Ja, du kannst in der Karte ziehen 12, 13 8 8, ja, 8 Aber wie vorher gesagt Destiny war nicht mit euch Oh, da, es hat einer Hat einer geschwommen Dank's euch Magic So, dann bin ich dran, oder? Ja So Muss irgendjemand was machen Dringendes? Sieht irgendjemand was Dringendes? Ich würde gerne die Base da zerstören Kriegt das was? Ja Naja, also die hat jetzt schon Die hat jetzt schon zweimal uns daran gehindert Ähm Ich hab's Also das hat sich jetzt schon zweimal Daran gehindert, dass sie auf die Hund schießt Wenn jetzt noch das Spawner kaputt geht oder so Sind wir, glaube ich, in einer sehr entspannten Situation Wobei der Drumtracker auch schon sehr weit vorgestritten ist Das ist mit den Mit den zivilen Schriften Sollten wir die vielleicht mal bewegen? Wieso? Passt doch Könnte man machen Ich steh da Ja, genau Das beunruhigt mich ja Ich könnte ja nicht mal auf sie fahren Wenn ich wollte Ich glaube, ich geh jetzt schon in die Armory Und äh Fang da schon mal an damit, oder? Macht das Sinn? Ja, sure why not Ich seh jetzt nicht Was halt mich sonst machen sollte Ich könnte jetzt Karten ziehen, aber Ich Kannst nicht Kannst sie schießen üben Finde ich, finde ich thematisch Spaß Ja, aber Also, ich weiß halt nicht Ich sehe jetzt halt Also, was könntet ihr halt machen? Der könnte halt Sachen Raiders spawnen Die nie bei uns Nee, nee, ich meine schon Ich meine schon in der Armory Das finde ich schon richtig So, so Mit einer Firearm Passt zu dir Ich geh in die Armory Und Ähm Aktiviere die Ähm Ja 4, okay 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 Dann eine Crisis Was musst du da würfeln, damit er den vernicht ist? 7 bis 8 Admiral chooses Uh Die Karte sah halt Jump card Die Baster schießt wieder nicht Sehr schön Jetzt hat's wirklich was gemacht Ich wollte dich am Anfang schon flamen dafür Das ist nicht mehr gewonnen 3 Schüsse hat's verhindert Ja, ist denn das heute? Admiral chooses Ja, diesmal bist du der Dumme Äh Es ist immer gut, wenn die Beziehung zwischen Präsident und Admiral so ist, ja? Ich weiß Wenn wir schon ziemlich viel verloren haben Würde ich den Fuel und die Moral Äh Den Fuel und die Äh Population Ja, aber nicht auch Wahrscheinlich sind Ja Wir haben schon wieder so viel Ressourcen verloren Würde ich auch nehmen Okay, dann Ja Ich Will mich wer erschießen, damit ich einen besseren Charakter nehmen kann Ja Wer hat das gesagt? Ich Dann Du darfst hochziehen Ja, ich bin der Pilot Ich bin der Pilot Du hast ja Zwei Aktionen, ne? Äh, genau, stimmt Ja, hey Ähm Ich ziehe erst mal Karten Genau Ist schon nett eigentlich, wenn die Starbuck schon in der Viper startet Dann, das wäre ich gar nicht so schlecht Haben sich die Raider nämlich zu ihr bewegt, ja? Was hat er denn jetzt gewählt? Was haben wir denn verloren? Ähm Errik, hast du schon was gewählt? Ja, ich hab's schon gemacht Wir haben das untere genommen Population Okay, ja Hast du dich schon bewegt? Hab ich schon bewegt, ja? Ja, ja Eins bei beiden verloren, ne? Wir hatten davor noch gar keine verloren Ja, das passt Der Karte So, ist Bewegung jetzt Wenn ich mich damit bewege Ist das eine Action oder eine Movement? Bewegung ist Movement Also hast du nicht eine Bewegung, eine Aktion? Ja Das ist eine Bewegung Instead of one Das heißt, du kannst dich bewegen und hast dann zwei Aktionen, oder? Gehst du schon richtig? Da war Ja Also ich kann jetzt für den Raider fliegen und die niederschießen Zweimal Zweimal angreifen Also zwei Aktionen machen Jetzt nicht, was du anders machen könntest Das macht denn der Kack Moment, Moment Okay, das Ich move mich jetzt Und dann würde ich ja eine Karte ausspielen Funktioniert das? Ja, funktioniert Also ich kann jetzt dreimal angreifen, oder? Aber das bringt ja nichts Du bewehst dich da ja eh rein Ja, nein, aber ich glaube Ja, gut, der kann jetzt einmal mehr angreifen, oder? Ja Ja Also okay, für Movement, alles klar, ja Okay, dann greife ich mal den ersten an Du kannst sozusagen dreimal schießen jetzt, ja? Oder vier Ähm Ah, das ist tatsächlich zerstört Ja, genau Könnte dann abstehen Ja, das zerstört, ja Dann bitte einen weg Fabian Jetzt hättest du eigentlich noch zwei Aktionen sozusagen Ja, und dann schieße ich nochmal auf einen Und mit meiner letzten Aktion spiele ich eine Karte aus Und zwar auf Warte, ich muss mal kurz das Toll öffnen Ah, okay Ich spiele eine Executive Order auf Fabian Fabian Hm Dann lege ich mal los Ja, du willst wahrscheinlich, dass ich die Amore weiter bearbeite, oder? Also es wäre auf jeden Fall eine gute Idee, aber du könntest dich entscheiden, was du machen willst Wenn du irgendwie was viel besseres machen kannst, kannst du das auch machen Warum hast du nicht den letzten Celon weggeschossen, wenn ich mal fragen darf? Weil ein Celon da kein Risiko für mich ist Genau, ich würfel einmal für das Ding Ich sehe schon eine Incoming 8 Ähm Jetzt hast du noch eine Zweite noch Ja, ich würde die gehen Warte, 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 warte Machst du nochmal die Aktion? Oder machst du was anderes? Weil... Weil ich kann jetzt keine Executive Order oder so ausspielen, dann geht das ja ewig Nein, dann darf man gar nicht Er könnte aber noch was anderes machen, kritisch Warte, 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 ja Genau, deswegen habe ich gefragt Ich wollte eine Karte spielen Ja, sorry, ich muss fragen Ja, okay Also ich würde jetzt noch ausspielen, weil Ich habe es ja schon vorher angesagt Du wolltest, wenn du sagst, du wolltest es sicher ausspielen Aber es wird jetzt cheesy Ja, nee, er hat ja halt gesagt Also Es ist cheesy, aber ich weiß, ich wollte es sicher ausspielen Okay Wenn er halt schreit, wird das auch ausspielen wollten Ja, ja Du möchtest also die Karte, wo man zwei weniger würfeln muss, ausspielen Also wenn er es jetzt okay ist, würde ich sie spielen, aber müssen wir nicht Ja, von mir aus passt das, weil du hast halt geschrien, laut War, wenn wir einfach ein bisschen zu Okay, dann mache ich das mal Dann machen wir dein Glück Dann ist er weg, oder? Ja Ja, also Okay Oh, beziehungsweise würfel doch einfach nochmal Ich hätte jetzt auch einen Reroll bevorzugt, ja Weil das ist dann schon Ja gut, dann war ein Wurflerwahl Okay, dann würfel ich nochmal Wird schon Jetzt würfelt er eine Acht Viel besser Okay, warte, das Ding ist jetzt zerstört, oder? Ja Sekunde, 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 macht nichts Und die Boarding-Party, das ist egal Gilt der Start als Teil des Boarding-Party-Tracks? Ja Nein, schon Ich weiß, worauf du anspielst, aber Lies die Karte mal genau durch Aber ist das heißt, er steht ja nicht In your turn, wenn du in your turn das machst? Nein Du willst doch Major Victory spielen, wahrscheinlich Also der erste Satz sagt Play after you destroy Achso Ja gut, ich hätte you als Ja gut Ich hätte es halt you als insgesamt zerstört Aber okay Ja, wir müssen es leider selber machen Die Karte ist so ein bisschen Man denkt, man hat was Großes gemacht, aber Die Karte ist komplett nutzlos Ich hatte die Schlauung schon zweimal amte Runden in der Hand Also, ähm Aber es gibt hier einen Spieler, der wir die vielleicht bevorzugen Ja Stimmt, auf jeden Fall Ähm Dann war es das, oder? Ja Dann Hättest du auch Hättest du auch gespielt? Ähm Satuso Ich Ich Okay Dann Crysis Das ist echt unlucky Kann man nicht mal sagen Ja, warte, eine Sekunde davor Ähm Hatte ich diesen Jump-Bugger? Ja, ja, okay, das heißt wir jumpen jetzt Ja Ähm Das machen wir aber gleich Erst zum Schluss, erst zum Schluss machen wir mal, oder? Ja Okay, Präsident Ähm Ich kann drei Karten abwerfen Ja Dann müssen wir doch bloß so machen, ne? Ich glaube, wir verhungern tatsächlich Ja, aber Also Einen verlieren wir ja eh, aber Das hilft ja nichts Ich werfe zwei ab und du drei Ja So Der Zulunjäger greift dich an So, jetzt jumpen Äh, ja, ja, Wiffe Du bist damaged Warte, 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 warte Äh Okay, weiß ich mal du Wann, fünf Äh, fünf bis sieben ist der Damage, oder? Ähm Sechs bis sieben meine ich Äh, doch, fünf bis sieben, ja Ist ne vier Passt Aber die bewegen sich Ja, aber Ja, aber das ist jetzt egal Das Board Reset Und das ist echt egal Äh, ja gut Ähm, dann, äh Der Präsident darf, ähm Sich angucken, wo wir hinschaffen Äh, nicht der Präsident Der Admiral Der Admiral darf angucken, wo wir hinschaffen Der Pilot kommt wieder ins Hangardeck Und Erik, darfst du nicht die Karte mal schauen? Wo sind die? Äh, oben beide im Skillcheck Ah Darfst du jetzt halt anschauen? Ja Je weiter wir springen, desto besser Ja Ja Deine Ja 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 Die weiter jumpen, desto besser, auch wenn wir mehr verlieren. Also meine Pistole scheint ja sehr effektiv zu sein, diese Runde. Deine Pistole? Ja. Wieso? Ich habe schon 1 zu 0 erschossen. Ja, mein, in dem Fall jetzt... Ich dachte, ich hätte schon was verpasst. Ja gut, das wird aber teuer, Mann. Muss ich deine Karte wieder drauflegen, oder? Die andere Karte kommt da runter. Ja. Oh, jetzt habt ihr schon wieder... Wir müssen das zur Seite legen, normalerweise. Ist egal, hat eh keiner Karte. Er hat die Karte, ja egal, also ist gerade wurscht. Ja, aber wir sollten wahrscheinlich trotzdem halt anfangen, die Karten zur Seite zu legen. Okay. Also wir verlieren jetzt zweimal Pure und eine Moral einer Population. Eine Population geben wir. Ja, genau. Also eine Population hoch, das runter, zwei. Ja, geht eigentlich, finde ich. Karte soll ich... Also was haben wir jetzt genau? Wir haben zwei viel verloren, eine Population bekommen, eine Moral verloren. Ja. Okay. Hast du jetzt den Pure gegen die Moral getauscht, oder nicht? Ja, ja, hat er. Genau. Das fängt gleich mit der Gerst, ne? Jo. Da hin? Der bleibt da, der bleibt da. Ich hab ihn schon bewegt. Okay. Ja, es ist absolut nichts zu machen eigentlich. Der Jumper ist mein Ding. Äh... Du könntest, äh... Communication... Nee, keine Pause. Ah, du könntest dir zwei angucken. Aber nee, warte, die müssen nicht raus. Ich würde ja eigentlich gerne einen Wahlkampf führen, muss ich schon sagen. Wahlkampf? Eben, euer Präsident. Du bist Präsident. Was ist denn dein Pitch? Was ist denn deine Strategie als Verwittung? Was ist denn dein Wahlmotto? Ich stehe vollkommen hinter dem Militär. Ich finde... Sollen wir jetzt hier auf der Galaktik oder in Amerika? Ich fühle hier einen demokratischen Putsch. Ich fühle hier einen militaristischen Putsch eher. Ja, aber was wirst du denn machen, Karkandu, jetzt mal? Wir haben noch einen einzigen Zivilisten. Ich launch mal an den Gaut. Komm. Okay. Whatever. Ähm, ich schau mal... Ich schau mal... Achso, ja, sorry. Ich hab das Gefühl, Karkandu mag mich nicht. Ähm... Eine Sechs. Ich schau mal mal das nächste Deck an. Okay. Also ich finde, der Erste, der eine schafft, eine Major-Victory-Karte auszuspielen, sollte irgendeine Belohnung bekommen. Ja. Was macht ihr denn? Ist das so kompliziert, ja? Ich will dann. Was sagt denn jetzt die drei unter der Karte? Wie weit wir gesprungen sind? Wie weit wir gesprungen sind. Und wie viel müssen wir maximal springen? Äh... Neu-Karbricka beginnt bei sieben, oder? Liegt bei der Super-Crisis-Karte. Da steht alles drauf. Ah, okay. Also in der Sleeper-Agent-Phase bei vier, da bekommt ihr dann die zweite Loyalitäts-Karte. Und bei sieben sind wir dann in New Caprica. Ja, dann ziehe ich jetzt mal eine Crisis-Karte. Du hast die Destination-Karte angeschaut und drunter gelegt, richtig? Ja, hab ich gemacht. Und dann mag ich nicht. Oh, die Karte ist aber echt hart. Ich mach die nicht, also... Ich hab dafür keine Karte. Ja, ich hab dafür noch die Farben. Doch, natürlich hast du die Farben. Ja, aber nicht Farben, die ich bereit bin, zu opfern. Also du bist... Aber mir ist das egal. Die Karten bin ich sowieso los. Also ich stehe hinter dem Admiral. Den können wir passen. Auch wenn's eigentlich egal ist. Ich hau da auch was mit rein. Also ich würde einfach sagen, dass wir die 6 Plus erreichen sollen, weil diese drei Karten bin ich sowieso los. Ähm, Frage? Hast du die Treasurer-Karten in das Destiny-Deck reingemischt? Ja, hab ich. Aber bis jetzt kamen ja noch keine, oder? Ja, aber es sind 26 insgesamt und 24. Ja, ja. Also, passt schon so. Nee, weil das beeinflusst jetzt Entscheidungen. Ja. Ach so, ja. That's your point. Ja. Also mein Beitrag wär eher so klein bis mittel sowas halt, ja? Wir brauchen aber nicht so viel. Wir brauchen eigentlich nur noch einen mittleren Beitrag. Wie geht das? Also ich hab... Ich hab... Weiß nicht, ob... Mittlerer Beitrag hab ich. Ja, aber das müsste eigentlich reichen. Ja, denk ich auch. Ja, ist der hat dann gezogen? Ich hab gezogen. Erik, du darfst zuerst reinhauen. Ja, ich lege drei Karten ein. Das ist der hat dann. Das ist der hat dann. Der hat dann. Zack. Zack. Da am Panzer. Okay. Faden. äh, ist das Dose? ne ähm, muss ich da echt noch reinhauen? da sind 10 Karten drin würde ich nicht machen das reicht, das reicht, brauchst du nicht das reicht du brauchst nur die 6 plus also selbst 6 plus, also 6 plus ist ja schon als easy machbar, oder? ja, ich hau da nicht gleich weil ich hab eh keine Karten mehr, also viel brauche dann kannst du ja auch gar nichts mehr abwerfen, ne? ne, ist auch einfach krass, sogar ja, ne dieses Ding da ist echt hart das ist so nervig okay, da war es so, jetzt löge ich mir mal das an geht gar nicht egal brauch mal so so Erik ist dran, oder? ja ja ja, guck mal, wie rum das jetzt war 2, 3 du musst da, wo dir unterliegt ist du ziehst aus dem Faltenstapel jo, hab ich schon gesehen irgendwie kommst du so vor, als hätten wir noch nicht einen einzigen Zidonen ist gut möglich, ja stimmt, ne? es könnte theoretisch sein, dass wir noch keinen einzigen Zidonen drin haben ich zieh ne Karte oh, richtig praktisch und das war's, ne? äh, was hast du gemacht, sorry ich hab dir Karte gezogen wo hast du denn die Karte gezogen? research app achso, okay ja, dann war's das dann kommt der crisis kannst du wo direkt nehmen terrorist bomber das sollten wir schaffen, ne? wir haben nicht mehr viel Moral ja also zu sagen, die hat nichts auf dem Feld das sollten wir, glaub ich, schon die Skillchecks machen ja ich kann da was dazu beisteuern also ich kann momentan nichts dazu beisteuern ich weiß nicht, wie's bei den anderen ist sag mal kurz, was ihr da beisteuern könnt ne, ich hab auch nix erik? ich kann was dazu beisteuern, bitte ist das du so? ne also ist das zu knapp bei euch beiden? also, es ist Teil meiner politischen Wahlkampfkampagne dass ich Terroristen keine Macht gebe deswegen würde ich sagen ich kann da sehr gut reinlegen du würdest es machen du würdest es machen? du würdest es machen das ist Teil der Strategie dann anzubehalten, meinst du? anzubehalten? das ist Teil meines Wahlkampfsprogramms ich werd's mir holen na gut, wenn du sagst das ist dein Wahlkampf dann ich kann das auf jeden Fall machen, ja also nicht alleine, klar, aber ich kann sehr gut beisteuern ja erik, wie ist denn dein also denkst du dein Beitrag ist groß genug oder nicht? luis für 9 ja, also mit Kakando dabei, der gut beisteuert das müsste passen ok hat er? ja, ich hab nix ich hab nix ich bin auch nix rein hast du so? äh, ne heftiger Wahlkampf von die Wahlkampf ist ja teuer, ne jup na ok na, so ja plus 5 6 11 12 ähm 17 ja, da ist die Tretcherrik gerade 15 17 20 ok ja, jetzt ist keine mehr drin da war vorhin schon eine 20 20 20 teurer Wahlkampf, ey aber ihr werdet es nicht bereuen und das mal nicht zu viel über ach passt schon nils, du bist dran, oder? ich denke noch ja, du bist dran, es war grad ehrlich ich war gerade dran gewesen, ja genau jumpmarker und so wurde ja alles bewegt das heißt sodann es hier noch entspannt ist ich bin gerade noch am gucken, also dann ich mich gerade hier ja, klar, du hast da gerade gezogen also wahrscheinlich ziehst du heute Karten, oder? ja, ich muss ja gucken, was da drauf steht, ob ich die machen möchte ich hab, äh, das erste Mal Politik Karten und die sind alle neu für mich ja, ja ja so, ich, äh, aktiviere das nochmal da das, äh, Räumchen dann ziehen wir eine Quorums Karte kannst du auch noch eine ziehen, oder? naja, ich muss erst mal gucken, ob die nicht lohnt, die auszuspielen ich stelle mich noch dran, als ich auf einmal Präsident war und zehn Quorums Karten lesen musste ja, dann hast du die, dann hast du die alle auf der Hand und, ah ich dachte mir so, ja, das werde ich nie bekommen, da die richtige auszuspielen die perfekte Rache eigentlich, äh, für den nächsten Präsidenten Hand zu ummüllen ich weiß noch, ich hab mal eine Quorums Karte gespielt da wollte ich meinen Präsidenten-Titel absichern ja, da haben mich alle gehasst ich hab da aber, glaub ich, die falsch gespielt da gab's noch eine viel coolere damals da gab's eine, wo du sagst nur noch, nur der, also wenn ich nicht Präsentent werde, oder wenn der jemand die Position aktiviert, dann muss das der andere sein, du konntest da quasi deinen Nachfolger bestimmen ja, ich, glaub ich, ich spiel den, ich spiel den Mission Specialist auch nicht selber oh, geht das? any player, oder? any other player any other player also, muss jemand sein, der nicht du wüsst also, du hast den Admiral, von dem du weißt dass er, ähm, kein Psyndon ist vertraust du nicht und du wolltest es selber machen kannst du mir jetzt genau erklären, warum? nein das war keine gute war keine gute Aktion ich wollte das erklären, ähm ich würd mich zur Wahl freistellen, ich würd gern die Destiny-Karten angucken Brainfieler, aber natürlich kann man dann 3 statt 2 gucken, das ist der Vorteil ich weiß ja, dass ich auch ein Mensch bin, ne? ob ich ja stimmt dann kann ich die, kann ich die kann ich die aussuchen, oder er die aussuchen dann suche ich die lieber selber aus ich dachte, ich kann die auch nicht selber spielen also ich würd mich vorschlagen als, ähm, Mission Specialist naja, sag mal so, du weißt ja, dass ich kein Cedrone bin, ne? ja, ich hab sie hier kann das nicht auch auf den Admiral spielen einfach theoretisch kann das auch auf den Admiral spielen aber ich würd mich trotzdem zur Wahl stellen da er die Macht hat ich bin politisch äh, politisch sehr veranlagt die kann sich auch ändern aber du wolltest, du bist, äh, extrem geil auf dem Präsidententitel, ne? ich würde auch den Mission Specialist nehmen für die Politics-Karte ich hab sehr wenig Karten ja, super aber ich glaub, es wär gar nicht so schlecht wenn du wenig Karten machst aber der, 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 der bekommt bekommt doch keine Politics-Karten ich bekomm die Politics-Karten ja, sagen wir mal so du wolltest, du hast dich vertarnt du wolltest es dem Admiral zuspielen von dem du weißt, dass er auf jeden Fall Mensch ist, oder? ja, ich glaub, ich geh das dem Admiral einfach ich wollte das eigentlich ich wollte das eigentlich auch mich selber spielen aber das geht nicht also geh ich es dem Admiral, ja ja, geht dann, leg ich's mal rüber also, selbst, selbst, das macht jetzt irgendwie Sinn halt, ja du hattest zweimal, also du hattest zweimal hintereinander Quorum-Karten, die Sinn gemacht haben das musst du, glaub ich also, es ist ja unglaublich was du als Präsident ein Glück hast, Kaka also, der Kast ist echt schwer als Kaka jetzt, 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 jetzt kann ich noch, äh kann ich noch zwei Karten ziehen, ne? genau, ja äh, zweimal Politics, oder was, ne? ja, ja und dann kommt auch schon die Crisis Kaka, du, das musst du mal nachmachen erst, ja also, da, das sind ja zart, finde ich also, Präsident war ich bis jetzt nur einmal also, ich werde mich auf jeden Fall verbessern ich werde besser sein, als unser aktueller Präsident also, du machst so drei mit drei Menteinander-Korums-Karten und spielst die dann immer direkt aus und die waren immer was Gutes ich werde uns auf Neukarplica führen mehr kann, mehr sage ich nicht achso, aber nicht weiter es wird ein Masterplan wie gesagt, hier kann man immer so komische Masterpläne ja, ohne Plan kein Sieg, oder? folgt meiner politischen Agenda sie wird euch ins Himmelreich führen so ist, glaube ich, ganz gut zu sagen so ist, glaube ich, ganz gut zu sagen wer ist nochmal dran? ich bin dran ich war ja, hier, Panzer ok silent accusations current player ist ich bin der current player genau, genau sorry also Frage ist, ob wir ihn nicht jetzt einfach in den Brick werfen und in den nächsten Institution da rausholen dann sparen wir ja Karten naja, ist die Frage, ob wir da Karten sparen naja, da brauchst du zehn bei Brick noch ein bei Brick brauchst du sieben halt also die grüne aber ich ziehe halt dann auch keine ne, ist das auch doch, in der Karte ziehst du halt zieht man zieht man in den Knast? also wir verlieren halt eine Aktion das stimmt halt schon ja, der kann halt dann keine Kurumskarten ziehen muss drüber wechseln verdient eine Karte also wenn wir ihn halt als Präsident aktiven Präsident haben wollen dann sollten wir wahrscheinlich den Skillcheck passen also ich werde ich werde ja auf jeden Fall ich werde auf jeden Fall was reinlegen ja, das ist klar also ich lege da nichts rein ich hoffe, dass das Destiny-Dick auf meiner Seite ist also was mich noch skeptisch gemacht hat was mich jetzt mal in der Entscheidung vielleicht ein bisschen oder was halt auch falsch sein kann aber du hast bis jetzt noch keine Karten mit Jumpmarkern gelegt obwohl du immer Karten angeschaut hast ich hab an beim ersten habe ich eine Jumpmarker-Karte gelegt aber jetzt zweimal nicht, oder? das ist die dritte Runde, oder? oder die zweite dritte dritte dritte? ok für ihn, also für ihn ist jetzt die dritte Runde angefangen stimmt, ja passt also ist jetzt nicht Ausschlusskriterium aber es macht mich halt schon skeptisch ja also ich finde die Karte jetzt halt auch also ich weiß ja nicht ob ich die Karte ausgewählt hätte als zu lohn wisst ihr wie ich meine? ja, als zu lohn wäre das denkbar doof glaube ich um mich immer in Knapp werfen zu lassen also der Punkt finde ich spricht halt schon für ihn weil also wer hat sich in den Knapp werfen lassen? also wenn er jetzt er durfte er konnte ja zwei Karten sehen würde er als zu lohn die Karte wählen nur wenn halt die andere Karte halt wirklich sehr sehr schlecht wäre und es dann super offensichtlich wäre halt ja ich weiß es halt nicht es könnte aber auch ein nices Cover halt sein ja die Karte würde ich niemals selbst legen als zu lohn nach dem Motto er hat auf jeden Fall lange überlegt es kann auf jeden Fall was geplantes gewesen sein nein aber würdest du nicht lange überlegen wenn du dich in die Brieft wirst? ja kommt auf das andere an das kann ich jetzt nicht so sagen also bevor ich die Karte ausspiele dann musst du ja schon überlegen also mein Beitrag ich würde eher gerne ungern was reinlegen halt aber wie sieht's denn bei anderen aus sag mal ob ihr was beitragen könnt einfach ich trage nix bei also ich auch nix von nein ich bin dagegen nils alleine geht das bei dir alleine oder muss ich die bin ich halt komplett weg ich muss erst mal gucken ob ich das im Haupt schaffe sehen sie das ja also ich kann schon verstehen wenn du halt noch wichtige Karten behalten willst sicher ja ja also ich ziehe halt auch nächste Runde ich kann dir halt schon also wenn theoretisch kann ich dir glaube ich schon Mittel beitragen ohne irgendwie der Rest möchte mich in den Knast stecken ja naja möchten nicht aber du bist ja für die Karten nicht wertig da rauszulassen ja ist ja gut ja aber wir verlieren halt schon ne Aktion und der Präsident kann halt ja keine also ich weiß nicht wie sinnvoll diese Kurumskarten sind aber jemand halt einzusperren jetzt schon ich weiß halt nicht der Präsident muss ja nicht Präsident bleiben ich gehe komplett genauso diesen Gedanken machen wir weiter wie ist das wenn du in den Knast kommst verlierst du dann den Präsidenten Titel oder nicht nee okay oder den Admiratens Titel verliert man Präsident nicht nee wie in der Serie ja stimmt schmeißte er sich auch in den Knast ne genau ja dann ja ich weiß also wir machen mal wir fangen mal an naja stopp stopp ähm Nils du musst mich jetzt überzeugen dass ich dir da helfe oder ja ich werbe alles rein also denkst du du schaffst es alleine nicht wenn die warte ich 10 mal durch hier das sind die letzten zwei Destiny Karten ne also Rote habe ich noch nicht so viel drin gesehen halt ja es könnte knapp reichen aber komm ich zeig mal ja dann mach mal alleine mach mal alleine ich glaube ich bin das ich würde gerne ich würde gerne Karte davor spielen ja dann spiel current player decides darf ich ausspielen oder willst du was machen Panzer er soll können player decides ob ja genau in welcher reihenfolge was ausgespielt wird das heißt wenn du jetzt noch was ausspielen willst kannst du sagen ich muss erst mal gucken genau ja deswegen also wenn du das richtige ausspielen kannst du dann helfe ich mit sagen die karte ist sehr gut auch im nachhinein für die nächste runde ne ich möchte nicht ausspielen dann spiele ich die karte mal aus Guts and Initiative keine destiny karten kommen dazu ja ok dann ist es ja wirklich easy für dich das ist jetzt schon fast eine riesige hilfe wie viel ist das 10 genau wenn du jetzt alleine legst also ich lege nichts rein tatu so äh ich lege nichts rein kakadu ich auch nicht erik nein so jetzt darfst du 10 karten darfst du Wert von 10 reinlegen na ich muss erst mal gucken ich habe 3 karten und wie viel brauchst du dafür vor allem der vorteil davon ist ja auch das destiny deck wird jetzt nicht neu gemischt und wir wissen ja auf jeden fall dass die tertiary karten draußen sind ja das ist smart so smart ich darf mich jetzt nicht mehr rechnen warte mal also den zahlenraum bis 10 macht man in der ersten klasse oder tatsächlich würde ich sagen dass das schon im kindergarten ist ja das müssen 10 sein das war jetzt noch gemeiner für alle erstkläste dreh um das dreh um das das müsste 10 sein ich konnte schon im kindergarten zählen ja aber rechnen konntest du rechnen das ist in der gute Fall ein bisschen lange her glaubt nicht man hat aber immer genug stifte gefunden das war kein problem ich weiß ja wir haben halt in unserem kindergarten schon so was ja vielen dank das war doch genau die richtige hilfe mensch der müsse mal also ich finde das haben wir noch ich finde das haben wir noch gut gelöst also ich mir hat das gefallen das war das war die optimale karte da haben wir am wenigsten noch verloren äh fabio bist du da auf ich glaub du musst gleich was ablassen ja ich leg da ich hab mit meinem politischen mit meinem politischen initiative sachen zu verändern ein paar funken in eurem Hirn angetrieben wieso funken in meinem Hirn besteht nicht aus Maschinenteilen aber interessant dass du das anlässt also 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 ja 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 ich launch den Scout mit dieser Karte und willst du dich mal eben neben diesen EMP stellen wow ich hätte nicht würfeln müssen aber ok wieso musst du nicht würfeln it is what it is er hat den supported stimmt selbst wenn er eins gefiltert wird es geklappt also die Karte wird ja wird ja wieder spannend hier da bin ich für ich werde da positiv reinlegen wenn wir den Skillcheck machen sollten natürlich also ich würde das obere nehmen ich würde der obere ist unglaublich ganz gut was könnt ihr denn da beitragen sagt mal an was ihr beitragen werdet minimal ich schaue mir das erstmal aus der Ferne an ich kann ein bisschen was reinlegen ich kann minimal beilegen also ich habe eher gegen minimal aber ich kann was reinlegen also ich habe eben schon ich habe eben schon die Hohen reingelegt um mich zu retten da ist nicht mehr viel drin ich kann reinlegen ich würde aber ungern ich würde vorschlagen dass ich den alleine mache ok wenn ihr keinen Bock hat also ich weiß ja nicht ob das zu riskant ist weil alleine schaffe ich ihn halt auf jeden Fall ich würde was reinlegen aber wenn ich also ich will sowieso nicht reinlegen ich weiß halt nicht weil es halt die Gefahr auf jeden Fall manipuliert es halt könnte Intel sein aber auch nicht aber wenn jetzt ich halt Meister reinlege und nur ein paar Leute ein bisschen dann ja dann lege ich gar nicht rein also ich spiele die Karte hier aus das muss ich kurz kalkulieren das muss ich mich mit Mathe machen oje Engineering ist blau ne ja also du wirst ja die maximale höchste Karte die reinkommen kann die Karten haben wir aber jetzt wirklich im Kindergarten gemacht also die meiste die höchste Karte die kommen kann im Destiny Deck ist 5 das ist richtig ja würdest du den alleine machen wollen ja ok also du wirst du was reinlegen ich würde ganz ganz wenchen reinlegen also ich würde den gerne alleine machen nein wenn du meinst ich soll ihn nicht anlegen würde ich nicht anlegen aber also ich mach den halt alleine ok dann lege ich auch nichts rein Erik ich lege auch erstmal nichts rein kannst du auch nicht ne ich lege nichts rein ja und Fabian mach deinen Ding die Karte hier ok minus 4 plus 1 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 haben wir geschafft wen wirst du denn überhaupt prüfen Fabian wen hast du denn so im Visier ich hab Nils und dich im Visier und das mit dem Visier mit wahrscheinlich wörtlich stimmt ja im Visier der 9mm Erik was denkst du denn hast du jemanden im Verdacht also ich will tatsächlich vielleicht sogar den Pressekannten mal überprüfen und was mit äh mit Satuso äh was war die Frage nichts auffälliges würde ich sagen ok so halt weißt du wie ich beide ja ich wollte was war die ob ich dich überprüfen soll war nur so genau ich hätte mich gerne überprüft ja was denkst du Satuso wen sollen wir überprüfen achso also wenn du mich nicht überprüfen willst dann äh der Präsident hat vorhin Erik überprüft oder ja genau ich glaube schon dass ich den Präsidenten überprüfen sollte ich glaube das macht er meistens keine Ahnung wir haben halt immer gut gespielt was reizt sich denn dazu was habe ich denn falsch gemacht das Problem ist jetzt bringt es gar nicht gut das reicht schon also zwei Punkte du hast halt den Admiral überprüft wenn ihr beide zu tun sein solltet geht es ja dann nicht mehr danach das würde halt schon Erik weiter pushen okay aber zwei Punkte also außer mal für den Einzelnen Teil dass der Präsident und Erik beide Zilonen sind äh haben wir halt ein Problem weißt du wieso also es bringt halt nichts weil es kommen gleich äh wahrscheinlich wenn du mich fragst zwei Zilonen Karten ins Spiel erst ja aber deswegen zwei also zwei Punkte ich denke momentan er oder Kakandu könnten Zilonen sein theoretisch also ähm für den Fall dass er Zilonen ist und du ihn killst dann wirst du auch danach Präsident also ich finde schon dass Kakandu ich habe gerade nachgeschaut ich finde es schon ziemlich dass Kakandu ziemlich hart gegen mich hier schießt ne also wir sind Zeit ja wir können ich Kakandu immer auf gut Glück erschießen Nils ich werde was überprüfen 50-50 schon das passt Nils ich überprüfe dich alles klar äh umbrennen nicht vergessen ne meine Hand oder ja ja ist in der Hand Nils ist ein zu Lohn alles klar dann knall ihn ab naja äh ist eine Aktion von ihm er kann es nicht machen aktuell ja aber er kann es gleich machen weil das war seine Crisis-Karte oder das war meine Runde gerade ja genau dann bin ich jetzt dran oder ja okay dann lass mich mal kurz ziehen aber sind wir dann so überzeugt davon ja wenn also er hat bis jetzt nicht mal gesagt dass das nicht ist ja aber haha muss ich alles sagen ganz ehrlich ja also wenn mich jemand actually wusst einen zu lohnen zu sein dann sage ich schon was dagegen ne das viel bessere Argument ist wenn das nicht ist wissen wir ja dass du es bist also ja das ist doch auch höre das wäre es nicht wenn ein Mensch der Spieler kommt mit das wird ein Moral kosten und der hätten confirmed einen zu lohnen ja aber theoretisch wait a moment hold up hold up wait a minute theoretisch könnte er auch machen er könnte ihn erschießen und wenn er ein Exekutive Order ist kann er sich danach direkt verreelen das ist halt ein Anschlag auf die Moral das sind zwei sofort weg nein das geht nicht Karkando weil ich muss mich ja zu ihm hinbewegen erst und dann ist meine Exekutive Order vorbei ja das stimmt auch wieder ne ja und ich weiß noch nicht aber macht es vielleicht Sinn den R-Log eher zu benutzen oder die Brick ich habe einen anderen Vorschlag ich nehme den Präsenten-Titel an nicht warum brauchst du doch gar nicht oder wenn wir ihn töten dann das verliert er in der Ehe hallo jetzt glaubt ihr eben dass ich der Zilone bin ne das glaube ich nicht auf keinen Fall also also der Mann lügt also ich hätte gerne ich hätte es ungern dass derjenige die Tat überprüft dass dann jemand erschießt den Titel an sich reicht also ich kann so viel reden ich will es ist nicht immer einer Macht das zu entscheiden weil es sind ihre Charaktere also ich bin jetzt nicht dafür es liegt jetzt ins Fabian-Zentrum ja ja kurz ich hätte ich hätte ihn aber gerne erst nach der FIFA-Phase erschossen um dann zu confirm dass ich immer noch Mensch bin aber das hätte ich ihm wahrscheinlich nicht vertraut dann ne ja er könnte sich aber auch spielen theoretisch ne das macht keinen Sinn also du spielst jetzt Executive Order damit er die Moral einen runterbringen kann ja aber was du mir noch erklären musst Kakao kurz ja warum denkst du sollte ich lügen ich seh schon ja ich seh schon die Argumentation auf jeden Fall aber also warum also was macht das denn jetzt jetzt muss ich ihn also ich hab mich wenn ich jetzt erzählen will muss ich ihn jetzt erschießen und mein meine Cover wird sofort geblowt oder weil er ja dann Mensch ist also was für einen Sinn macht das denn Kakao ich sag da gar nichts dazu ich lass es dazu einfach mal so ausspielen wie es jetzt ist ich kann ja sowieso nichts ändern vielleicht vielleicht willst du auch einfach nur Ärger anzetteln und ihn nachher in die Brick werfen und dann sagen dann brauche ich ja nicht schießen du wirst nicht das ist Kakao warte du bist da oben da musst du gar eine Karte abfahren oh teuer ja richtig teuer also an sich ist auch okay weil der Präsidententitel wie geht denn jetzt eigentlich hab ich an dich naja genau ich erschieße jetzt die Frau Roslin mit meiner Spezialfähigkeit das ist aber auch wirklich Pech ne das ist echt Pech okay Titelweitergabe okay wer kriegt die Quorumskarte äh vor allem wer kriegt die und du musst deine Hand diskarten und bist dann auf dem Resurrection äh muss ich alle diskarten ja du musst alle diskarten Präsident Kelly ich bin auch ein sympathischer Präsident oder für den nächsten Jump ist das noch safe äh jetzt ist die Fall ist es Kakandu Erik oder noch äh nicht drin also Kakandus Argumente gehen mir halt schon ein bisschen auf die Nerven also was heißt Argumente ich hab kein Argument dafür und kein Argument daneben aber ich muss dazu sagen Kakandu selbst wenn es Kakandu wäre er könnte nicht wissen das Ding ist also es wird keinen Sinn machen aus meiner Sicht dass Kakandu ihn jetzt verteidigt hätte ja genau aber das macht keinen Sinn deswegen macht es halt macht es ihn verdächtig dass es keinen Sinn macht wenn du Sinn macht Sachen machst die keinen Sinn machen macht es dich verdächtig ich werde weiterhin ähm meine politische Erkenntnis ich wollte ich wollte nochmal ich wollte nochmal sagen dass ich gesagt habe dass der äh dass der Admiral ein Mensch ist ne ja ja gut aber ne das heißt entweder er ist ein Zylone aber das glaube ich nicht weil einfach der Zylone würde ich ja niemals sozusagen also wenn du Zylone bist und jemanden kommt first dann würdest du doch niemals sagen dass der Zylone ist wenn er nicht Zylone ist weil dann kannst du dich ja praktisch selbst bekommen das können wir jetzt einfach ich würde ich würde als Zylone einen anderen Zylonen als Mensch bezeichnen das wollte ich damit nur einwerfen ja klar also das ist natürlich die Chance aber Beweise könnte man es nicht ähm nächster kann man aufziehen ähm wurde schon gemacht oder da bist du gegangen achso äh ne ich habe Exekutive da vorne gespielt achso stimmt genau ah ne da kommt die Crisis Karte jetzt habe ich habe ich so schön die Crisis Karte gespielt die ich konfirmen sollte und dann nehme ich trotzdem oh ja du machst dich damit halt auch als Target ne weil du weißt was der Admin das Exekute können die direkt überprüfen ja also ich will jetzt nicht lügen aber ich würde das gerne machen Moment Fabian lass uns das durchgehen wenn er stirbt geht der Admiral zieht lang Kakando Kakando hat er halt genau ja also ist halt der einzigste Sinn ja eigentlich war es nicht wirklich wert oder also es gibt halt sehr viele Treachery Cards dann auf einmal ja ja ich meine das ist jetzt die Frage geben wir das irgendwie ein das weil was dagegen spricht ist dass Panzerrat das so hingewiesen hat dass er Erik konfirmed hat das würde er glaube ich nicht machen wenn Erik auch nicht zu lohne wäre ja warum nicht er weiß nicht da hätte er uns doch nicht gesagt jo ich hab den konfirmed weißt du so dann würde doch Erik verteidige dich doch mal ich habe nicht die machen mich angeworfen an mich gezogen wenn du das meinst ja du konntest ja nicht weil du nicht dran warst doch ich war eben dran hätte das schon nicht gemacht wir verlieren dann aber auch die Assign Mission Specialist äh Ding ne das stimmt also wenn er wenn er stirbt verliert er das ja ja kann halt schon die Skill Cards abwerfen halt also ich weiß halt nicht ob das wirklich so wichtig ist also ich bin mal eben auf dem Klo Jungs ich bin mal auf meinem Porzellan Base da also ich würde halt mal schon behaupten dass halt die Wahrscheinlichkeit 90 bis 95 Prozent ist dass er halt Mensch ist oder wahrscheinlich ist er Mensch ja ich meine im Endeffekt wenn wir ihn töten überprüfen wir auch nur ob das die Lohne gelungen hat oder ob er die Wahrheit gesagt hat ja aber wenn das am Ende ist aber natürlich wir müssen das Problem ist halt wir müssen eh noch also bevor wir halt auf Caprica sind müssen wir am besten noch den zweiten zu Lohne finden mit allen Maßnahmen und so das müssen wir halt eh machen ja das stimmt wahrscheinlich ich glaube es gibt noch genug Sachen wo wir halt dann Sachen machen können ich glaube es ist zu riskant den zu exekutieren ja also ich würde Karten abwerfen wie viele muss ich abwerfen drei ne ja ich bin kurz am Klo ich gehe auch gerade wollen wir kurz fünf Minuten Pause machen ok ja warte mal warte mal ich muss doch Karten abwerfen ne ne der Admiral ach ach ich war noch stimmt du warst ich bin noch der Admiral Player oh Gott warte ich muss kurz lassen ich will mit dir nichts machen Kakando das sind Destiny Karten die habe ich gerade gemacht echt ok ich suche meine Karten wieder raus dann musst du sogar choosen Kakando äh ich bin nee sorry ich bin verliert alles gut alles gut alles gut Imperial Player ist wer das wusste ne ja dann ziehe ich schon mal meine Hand auf und drei Twittery Karten ziehen ne jo bin kurz weg ja gute Karte ja ich auch wir wollen mal zwei Minuten Pause machen oder naja machen fünf Minuten Pause kommt drauf an das ist gut naja ist auch ein Pech dass er dass er mich da wünscht ja das war schon echt aber es macht dich auch als Target wenn du weißt was der Admiral ist oder ne ja gut irgendwas muss ich ja vom als Titelträger macht dich das ist auf jeden Fall gefährlich na gut kennst du ja nicht oh ich hätte mich ja eh jetzt revealed also das hat mich jetzt erschossen ja sonst hat er mich nicht so unerschossen weil er weiß es ja na gut gucken wir mal aber ist gar nicht so schlecht wenn sich einer von zwei Zylonen reviert das ist glaube ich immer ganz gut wenn es einen aktiven gibt und einen wildcard das ist immer sehr smart wir haben die die Ressourcen ja schon gut runtergebracht also ja jetzt stimmt vor allem das okay du ziehst keine Super Crisis Card das ist auch bitter ne ich kann ja im Dings jetzt eine ziehen na genau Nachteil ist halt du bist zwei Runden gelähmt ne bis du aktiv was machen kannst aber du ziehst auch nur eine Skillkarte ja gut aber dafür kannst du jetzt auch Treachering Karten mit untermischen sind auch nicht schlecht so sieht's aus aber ich hätte gerne meine Fähigkeit behalten ehrlich gesagt Feierabend aber ich war mir nicht sicher aber das ist ja doch unbeseitigt also ja aber ich ich war mir nicht sicher ob was ihr jetzt machen würdet wenn ich jetzt auf dem Airlock gehe ob ihr mich dann hassen würdet ne wieso ne ich hätte es auch genommen aber hätte halt vielleicht nicht funktioniert das stelle ich das Problem ja ja ich hatte halt selber schon meine Karten im Skillcheck davor wenn ich halt noch sehr sehr gute Karten gehabt hätte ich es glaube ich gemacht weil ich hätte zum Beispiel Karkandu weiß ich nicht ob der jetzt dafür gelegt hätte ja ich hätte auch gar keine Karten also ich habe ja gerade immer das gezogen ja ja ich hatte zwei Karten ich glaube das wäre halt sehr knapp gewesen oh schöne Karte übrigens Karte die ist richtig nice ich finde es gut dass es mehr Peen von den Karten gibt die hinzukamen als es eigentlich vorgesehen war man kann ein bisschen ganz frisch hat sich das gut eingespült ja so okay Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde mir den Präsidenten-Titel auf jeden Fall unter den Nagel reißen. Ich muss ja sagen, Pilot sein ist echt langweilig. Die Macht muss dem Militär gesichert sein. Das Problem als Pilot ist im Moment, dass wir hier recht wenig Kämpfe haben. Ja, mein Job ist halt echt langweilig. Ich kann halt bei den meisten Skilltricks nicht wirklich was beitragen. Aber die Sache ist, du kannst wahrscheinlich, wenn die New Caprica-Phase ist, dann kannst du dich zu groß vorm Auflaufen. Ja, am Ende stehst du dann halt wieder da und 1 gegen 10 oder was das war. Bitte nicht. Ihr launcht öfter immer Scouts. In der Runde ist es schwer zu sagen, aber in den Runden davor. Wie oft habt ihr Setup-Karten gesehen und weggelegt? Darfst du das sagen? Ja, in den letzten Runden. Ja, in den letzten Runden. In der Runde. Einfach so, weil... Darfst du das wirklich sagen? Ja, klar. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Wenn du willst, kannst du es sagen, aber das ist natürlich spielweise, wie man möchte. Nach dem Spiel würde ich das sagen. Ich glaube aber nicht, also es ist auch einer nicht da. Ich glaube nicht, dass du jetzt eine Sache jetzt besprechen darfst. Also in der Regel habe ich aber, glaube ich, Setup-Karten super gesehen. Können wir gerne nach dem Spiel machen. Ich verstehe schon den Punkt. So viele Setup-Karten gibt es gar nicht. Ja, also es gibt mindestens drei neue mit den New Caprica-Ding. Da ist auch einmal Scar dabei. Wenn der irgendwann mal auftauchen sollte. Hoffentlich nicht. Der Token ist da. Ah, okay. Der wird dann einfach wie als Drei-Raider behandelt. Wie, was kommt da? Hat der dann auch Schadenspunkte wie Drei-Raider? Der wird noch bei der 7 oder 8 getroffen. Ah, okay. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Raider. Also Raider qualifiziert. Wenn du den mit einer Atomarmor triffst, dann wird der halt abgezogen. Und noch einer, wenn du das willst. Sozusagen ein High-Tank-Raider. Genau, ja. Das war so ein Elite-Pilot von dem zu loonen. Ist auch noch eine einzige Setup-Karte da mit dabei. Also, ich bin dafür, wir werden die Karte spielen, auch wenn man die weglegen könnte. Einfach damit, dass ich sie überteile. Aha. Aber nur den Runden, den du zu loonen bist, oder? Also ich sag, wenn ich die Karte finde, werde ich sie spielen. Ich auch. Ich spiele sie auch. Egal, was ich bin. Oh Gott. Auch wenn ich komme. So, Karkandu, du machst das nicht besser. Karkandu bereitet sich schon immer drauf vor, dass er zu loonen wird. Ach, Quatsch. Warst du bisher immer zu loonen, oder wie? So ein seltenes Ereignis macht die Runde spannend. Ich würde sagen, wenn ich zu loonen bin, haben die zu loonen praktisch schon verloren. Weil als Pilot hast du halt praktisch keinen aller Einfluss. Naja, du hast sehr viele rote Karten. Also, die roten Karten haben schon... Also, es ist so halt, du bist halt Pilot und du kannst halt dann schon im entscheidenden Moment, wenn alle auf dich zählen, einfach wegfliegen oder so ein Quatsch. Also, es geht schon. Du bist dran und du musst jetzt halt die Sachen aufhalten und dann bewirbst du dich. Du hast ja sogar eine Aktion mehr, wenn du der Viper startest. Wenn du quasi mit den zehn Raidern und alleine da gegen die zivilen Schiffe stehst, dann bewirbst du dich, hast eine Aktion mehr, gehst dir auf die... Und aktivierst sie, ja. Und dann sind zehn zivile Schiffe tot oder sowas, ja. Wie letzte Runde, wenn ich da mit denen alleine stehe, dann revile ich mich einfach, aktiviere die Raider und dann sind alle tot. Also, ich weiß nicht. Niemand garantiert uns, dass das wieder so eine Situation kommt, halt. Ja, kann schon passieren, auf jeden Fall. Weiß jemand, was mit Erik ist? Hat er was gesagt? Ja, der ist kurz weg, meint er, glaube ich. Ah, okay. Ich will mir mal kurz was zu essen. Bestell mir mal eine Pizza. Trinke ich auf gerade, wäre ich schon nice. Gerade mal kurz mit deinem Kopfhörern gucken, da stimmt das nicht. Was genau? Wo sind wir denn bei der Präparation? Einsprung noch, dann haben wir's. Alles klar. Weiß ich nicht, ob der schon geblüht wurde. Ach, und dann gibt's neue Karten, wenn er keine Null wählt. Äh, ja, genau. Weiß ich nicht, ob's neue gibt. Stimmt. Ich glaube, ja. Muss eigentlich. Ja, dann ist er der Nächste, der aus der Luftschleusel fliegt, glaube ich. Wen habt ihr zu aus der Luftschleusel werfen? Wenn ihr Admiral eine Null wählt. Oder gibt's die? Ne, es gibt Einser halt. Ja, okay. Also. Jetzt, wenn er drei zieht und ein Einser, wären wir halt schon schlecht. Wer weiß. Ja. Aber wenn wir jetzt gleich alle noch eine Karte ziehen, dann darf ich meine, glaube ich, an irgendeinen weitergeben, ne? Ja. Sehr interessant, wer da so zur Option ist, ne? Ich überleg mir immer, ob man sich irgendwie in Position bringen sollte irgendwo. Ich bin sofort wieder da. Ich würde noch kurz das iPad mal starten, irgendwie. vielleicht mal in der Kopf, warum ich mal erkenne. Okay. In wem Position bringt? Mhm. Ich meine hier. Wo sollte man sich, oder was sollte man machen, wenn nichts los ist? Was ist so der Ideale, was man machen sollte, wenn gerade nichts los ist? Ich glaube, Karten ziehen, Karten ziehen oder was auch immer. Ressourcen hochbringen, wenn's geht. Bist du schon in den Chorumschein, was? Ja, ja, ich bin ja da hingegangen, ihn zu töten. Achso, stimmt. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr gute Ausgangsposition. Für? Er ist der Präsident. Achso, ja, stimmt. Jetzt hab ich natürlich bedacht, dass ich da schossen habe. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist mir auch gerade nicht mehr so gefallen, also. Also, ich bin Positionierung schon richtig. Vor allem, ich könnte jetzt theoretisch immer, ähm, dreimal schießen. Wenn ich dran bin. Wieso kannst du ja dreimal schießen? Ach, nee. Bewegen. Ja, es gibt ja so Karten, wo man doch mal eine Aktion nehmen kann. Ja, du musst dich aber erst dann hinbewegen mit dir, oder? Ja, stimmt. Das ist, äh, ungut, wo ich gerade stehe. Ja. Ja. Hätte ich mich vielleicht mal wegbewegen können. Vielleicht muss, also, ich finde ja das CIC viel interessanter. Ja, meiner ist halt nur auf das, äh, das System begrenzt, ne? Also, ich finde fast immer, also, wenn's halt möglich ist, sollte sich halt einer auf CIC stellen. Ja. Ja, kann man machen eigentlich. So. Jetzt hört man mich wieder richtig, ne? Ja. Ja, ich weiß, ich weiß, ich schieße auch warum. Die hat mir ein Update drauf gespielt, als ich gerade eintreten wollte. Ah, okay. Deswegen hat das nicht mehr funktioniert. Gut, da passt jetzt ja alles, oder? Ja. Alle da? Auf die C an Deck. Ich glaube, alle sind da. Ja, dann weiter. Schatten wir jetzt nicht? Ich weiß nicht, wird der Marker bewegt? Fragezeichen? Warte, 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 warte. Wer hat, wer macht das dann? Ich, aber ich glaube, den hat er schon bewegt gehabt. Können wir nachziehen, oder? Können wir nachschauen. Warte, ich, ey. So, einmal gesprungen, zweimal gesprungen, dreimal gesprungen, viermal gesprungen, fünfmal gesprungen, sechsmal gesprungen, siebenmal gesprungen, achtmal gesprungen. Okay, nee, dann haben wir ihn noch nicht bewegt. Nee, warte, doch. Doch. Doch, dann haben wir ihn noch bewegt. Okay, passt, okay, okay. Dann habe ich mich nicht gehört. Hä? Wir sind jetzt achtmal gesprungen. Ja, ja, aber wir müssten neunmal. Also, äh... Eins, zwei, drei, vier. Das ist ja neunmal? Du hast den hier nicht dazu gefällt. Eins, zwei, drei, vier. Nee, es ist... Ihr müsst doch bewegen, oder? Echt? Achso, stimmt, ja, stimmt. Ja, passt. Also, eins, also du... Erste Runde hatten wir vier. Ja, passt. Ja, passt. Also, acht. Dann starten wir rein. Nein, doch nicht, oder? Ich habe mich verzählt. Du musst ja vier plus einen, musst du fünf machen. Ja, okay, dann, nee, dann doch noch nicht. Okay. Sorry. Du müsstest ja aber theoretisch erst auf drei liegen, ne? Nicht auf vier. Nee, nee, wir liegen schon auf vier, weil wegen dem hier liegen wir jetzt auf vier. Es sind jetzt insgesamt neun Sprünge, haben wir. Das passt. Ja, okay, dann ist richtig, ja. Ich hoffe mal, das passt jetzt so. Okay, ähm, dann bin ich dran, ne? Dann. Nächstes Mal das Schiff. Dann geh ins President's Office. Ich werfe die Karte ab und aktiviere die auch. Und zieh zwei Politics-Karten. So, und das war's, wenn man dann auch ne Crisis ist. Hm. Ich kann dazu nichts beitragen. Ich habe aber einen heroischen Piloten. Ich kann dazu auch nichts beitragen, hat mich ja eben abgeschossen. Äh. Ja, der Pilot ist das, ne? Ich würde tatsächlich den Würfel nehmen, bin ich ehrlich. An der Ausstelle. Wer ist gerade eigentlich dran, also weißt du? Ich erkannt, du. Ja. Also ein Fuel ist halt schon, also sind ja immer so sieben bis acht bis neun Punkte für eine Ressource verdienen. Ich kann aber garantiert nicht zwölf alleine legen. Und ich bin der Einzige, der da gut reinlegen kann, glaube ich. Boah. Ja. Sehe ich auch so. Aus meiner Sicht. Und zum Zweifelsfall verliehen wir halt einen Fuel. Und im besten Fall verliehen wir nix, also. Ich würde auch eher würfeln wollen. Das ist deine Entscheidung. Ja. Seid euch sicher, wir sind in einer Area, wo nichts los ist, ja? Und ihr wollt den Würfelwert nehmen. Ich würfel, Punkt. Also, ihr könnt da doch alles reinwerfen, was ihr habt für einen Fuel. Ja, sicher nicht. Ich sag, ich würfel Grimplayer. Das heißt, möchte jemand diese Entscheidung anfechten mit irgendeiner Fähigkeit, die er hat. Ansonsten möchte er schweigen. An Pummenbombe? Nee. Möchte jemand was beim Würfel legen, vielleicht? Äh, nein. Also, ich lege nichts dazu. Nee, okay. Passt. Easy. So, dann, äh, jetzt hat, äh, jetzt die Frage, ähm, Loyalitätskarten zuerst oder Destination-Karte zuerst? Destination-Karte zuerst, oder? Ja, wir wissen ja nicht, es gibt doch welche nicht-Jumpen, ne? Du musst doch erst jeden Sprung gemacht haben, Kakano, damit du weißt, ob du die Loyalitätskarten hast. Ja, stimmt, eigentlich, macht eigentlich Spaß. Äh, ich darf mir jetzt, ähm, die gibt's nicht, ne? Ich darf mir jetzt drei Karten angucken, davon muss ich eine nehmen, richtig? Genau, ja. Warte, drei? Wieso, drei? Wegen der Mission-Specialist-Karte. Seit wann gibt's die? Achso, das ist eine Quorum-Karte. Ja, die hat der Präsident ausgespielt, ja. Die hab ich vom Zoologen bekommen. Schön, dass das, äh, bekannt war von der menschlichen Präsidenten nur positiv ist. Dann zieh ich drei Quorum-Karten, ne? Ja. Nein, 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 nein. Oh. Äh? Ich hab's beweidet, hat's geklappt? Nein, hat's. Leg's einfach wieder zurück und, äh, durchmischen. Hast du die gesehen? Ja, hab ich. Okay, dann kommt's drauf und durchmischen. Aber nur das Bild, ich kann mir jetzt die nicht zuordern. Ja, jetzt hab ich die andere auch gesehen. Den Milch. Ja. Liegt die eine jetzt noch oben? Nein. Der ist doch eine grad von Bord gefallen, oder? Ja, die hat, zwei liegen auf dem Abwerfstapel. Ich hab sie auf den Abwerfstapel geworfen, die andere. Okay, dann passt's. Okay. Sorry. Die drei sind draußen an, das ist gut. Du guckst jetzt das Nation-Karte an, wo wir hinschampen. Genau, das ist da links beim Skil. Ach, die war. Ja, ich hab die verwechselt. Das ist gut. Ähm. Hm. Weil die Destination-Karten, da liegen auch die Quorums-Karten. Ähm, unser Fuel-Marker ist verschwunden, oder? Ja. Äh. Oh, lach er denn. Der war bei drei? Bei sechs? Nee, bei... Erik, wo war der Fuel? Hier, hier vorne liegt der bei Starbuck. Starbuck. Ah, bei sechs, okay. Ja, ich glaub, bei sechs kommt der, ja. Bei sechs oder fünf, meine ich. Aber ich mein, der war bei sechs gewesen, wenn ich richtig erinnere. Meiner auch bei sechs. Weil wir hätten ihn auf fünf gehabt, dann hab ich ihn ja einmal hochgezogen mit der einen Entscheidung. Guck mal, wir irgendwo viel verloren haben fix. Ja, passt schon. Ja, man startet bei acht, oder? Ich glaub, wir haben einmal viel verloren, tatsächlich. Ich glaub, der müsste auf fünf sein. Wir hätten noch einmal... Moment, aber er startet ja nicht auf sechs, er startet ja irgendwie höher. Er startet auf acht. Ja eben, dann müsste er doch auf sechs sein, wenn wir... Nee, der muss auf fünf sein, wir haben einmal noch zwischendurch, ob ich war, was verloren. Ja, wir haben zweimal durch die... Zweimal viel verloren, oder? Zwei wegen Reise und ich glaub, einmal wegen der Karte hier. Ich glaub, da hat mir Population viel genommen, oder? Genau, ja. Stimmt, 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 ja, ja, okay, dann passt gut. Da muss auf fünf sein. Aber schon so, wenn ich... Gut hatten, ja. Okay, dann, äh, tschüss mal, äh, auf der Warte. Ja. Die kommen unten drunter, ne? Ja, leg's ja einfach ab. Und das machen wir. Wir legen die immer so ein bisschen übereinander, damit man nicht mehr erkennt. Zwei Fuel haben wir verloren. Alter, Schwede, schon wieder auf Fuel? Äh, wir sind schon mit sechs. Der ist krass. Der ist sehr stark, tatsächlich. Hätten wir jetzt, äh, Cain verbracht. Und werden noch einen, einen Civilian-Chip vernichten. Dann ziehen wir. Äh, wo sind die? Äh, da bei der... Ach so, da. Ja. Und aufdecken, ne? Ja. Population. Okay. Ja. So, dann... Dann haben wir die Loyalitätskarten. Ey, yo. Ich geb meine jetzt weiter an irgendjemanden, ja? Genau. Das ist nicht ne Aktion? Ne, ne, das ist mit der Expansion verändert worden. Ah, okay. Hast du bitte sehr, Fab? Ja, super. Und Fabian, bist du jetzt Zilone? Natürlich. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Ich weiß ja, was ich bin. Warte, meinst du, er sagt, er ist Zilone oder er ist kein Zilone? Ja, klar, natürlich. Wenn ich sage, er sagt die Wahrheit, dann meine ich, er sagt die Wahrheit. Nein, ich bin kein Zilone. Sag ich, hab ich jetzt da das erste Mal oder das zweite Mal die Wahrheit gesagt? Ich finde, du warst doch ehrlich in dem Moment. Einmal in deinem Leben warst du da. Ah, einmal in meinem Leben. Ja. Okay, Erik ist dran. Hat man gehört an der Stimme. Hat man gehört. Dann ist Erik noch geworden. Ja. Ja. Erik, das macht dich aber jetzt suspekt, dass er mir die Karte gegeben hat, oder? Was? Das macht dich suspekt, dass er mir die Karte gegeben hat. Also eigentlich macht das dich suspekt? Nein, nein, nein. Weil er will ja, wenn er weiß, dass der Admiral kein Zilone ist, will er den Suspekt machen, damit er exekutiert wird. Aber wenn er weiß, dass der Admiral ein Zilone ist, will er ihn wegen Lucaprika nicht suspekt machen und gibt jetzt wegen mir die Karte. Ist das nicht etwas dünn? Das könnte ein Hintergedacht gewesen sein, aber es gibt verschiedene Ansichten. Also, ich will die nicht sofort exekutieren, aber ich würde es nur mal ausgesprochen haben. Die viel wichtigere Frage ist eigentlich, falls ihr irgendwie mal Executive Order findet, spart dann vielleicht auch ein bisschen an für eine Karte. So, wer ist dran? Ich. Wahrscheinlich immer der dumm fragende. Der Tai. Der Admiral. Der Sufkop. Steht denn der? Im Research Lab. Ich meine, wie es gab, wenn der Admiral hat noch seine Präsidentenentmachtungsfähigkeit, ne? Wer hat die Präsidentenentmachtungsfähigkeit? Der Admiral noch, oder? Ja, stimmt. Ich meine, an sich, Kelly ist jetzt auch useless, ne? Weil sie hat ja jeder geschossen und... Oha, richtig fies! Sie hat getroffen und geschossen, was will sie noch machen? Ja, Kurums-Karten ziehen, oder? Ja, das stimmt schon. Die kann ich aber auch ziehen. Also, ich bin nicht... Warum brauchst du den Präsidenten-Titel jetzt? Was ist denn das Problem jetzt? Weil du Präsidenten bist, deswegen. Und du hast gerade noch eine Karte vom Ceylon bekommen. Ja, aber da wird er ja eher einen Verdacht auf mich lenken. Actually, ich stehe hinter dir. Hinter wem? Ich vertraue Erich. Vor allem, weil er hat jetzt auch... Also, es wäre schon sehr risky, als Ceylon in der ersten Runde jetzt eine Dreierkarte zu spielen als Admiral. Und darauf zu gambeln... Also, er könnte natürlich immer noch eine Ceylon-Karte bekommen haben, aber die erste ist bestimmt eine Menschenkarte. Also, Caprica... Die Wahrscheinlichkeit. Es ist halt schon sehr nah. Also, Caprica... Ähm... Zu machen... Karkandu... Als Admiral ist halt so einfach, oder? Also, das ist doch für mich das Einfachste. Ich würde... Wenn ich Admiral bin und Ceylon... Ich würde das ganze Game einfach nichts machen, ja? Ja, aber du musst auf die Situation schauen. Wir haben noch elf Pop, ne? Und wir sind so kurz vor Caprica, selbst wenn wir da die Hälfte verlieren. Ja, muss ja dafür dran sein. Ja, klar, aber... Also, es ist natürlich ein bisschen Zufall. Ich denke, eher Fuel ist das Problem, wird das Problem sein? Nee, Fuel... Es gibt... Natürlich Karkandu, ja. Aber normalerweise verliert man noch ein bisschen Pop. Erstens das. Zweitens, wenn du... Er hat jetzt ja schon irgendwie einen Ceylon-Kollege, der ihn unterstützen kann. Und... Also, ich finde schon, wir müssen halt auf jeden Fall noch den anderen Ceylon finden, bevor wir ihm vertrauen. Also, ich mache mir jetzt Sorgen um den Fuel tatsächlich, weil der geht ganz schnell weg. Ich auch. Und ich mache mir auch Sorgen, dass da jetzt Karten kommen, wo man wieder Fuel reden kann. Deswegen ziehe ich jetzt das Präsentenamt an mit mich. Äh, nein, also, wenn du das machst, dann werde ich... Wirklich. Warum denn? Also, wenn du Mensch bist, verstehe ich nicht, warum du das jetzt machen solltest. Ich würde es halt wirklich nicht verstehen. Weil ich... Weil ich... Weil du jetzt drei Karten bekommen hast. Einer von... Von Ceylon. Ja, aber das sagt doch gar nichts aus. Also, ich bin jetzt ein bisschen wahrscheinlicher Ceylon als andere. Ich stehe hinter dem Präsidenten. Wenn er weiß, dass er Mensch ist, dann stehe ich hundertprozentig hinter dem Präsidenten. Also, ich verstehe es halt nicht. Ich kann nicht. Und was für ein... Also, erstens bin ich... Also, ich würde mal behaupten, ich bin momentan relativ ungefährlich als Ceylon, der Quorums-Karten zieht. Was soll ich denn da groß machen? Ja, es gibt 26 verschiedene Effekte, die du schon angemerkt hast. Es gibt auch bestimmt positive als Ceylon. Ja, ja, klar. Ich kann schon für Chaos sorgen und so, aber das ist, glaube ich, alles ziemlich offensichtlich. Ja, es kommt auf die Situation an. Das ist sehr situationell, das Spiel. Also, keiner vertraut dem Admiralstitel mit dem Präsidenten-Titel und keiner... Okay, ich vertraue schon so ab. Aber Admiralvertrat fahren wir nicht mit dem Präsidenten-Titel. Wäre es da nicht clever, mir oder Kakando den Titel zu geben? Kann er ja nicht. Außerdem darf ich noch mal darauf hinweisen, dass ich letzte, bevor die zwei neuen Karten dazu kam, sehr, sehr wahrscheinlich Match war. Das heißt, es ist sogar genauso wahrscheinlich, dass alle anderen Ceylon sind wie ich. Naja, du hast zwei bekommen. Ja, klar, aber ihr habt ja zwei. Eine von mir wüsstet ihr, dass sie menschlich ist. Ja, klar, aber jeder andere hat eine bekommen. Ja, aber schau, Fabian, ich war auch mit 100 Prozent... Okay, 100, aber zu 900 Prozent Mensch. Ich meine, ich hatte ja ermöglicht, den Ceylon zu töten. Ja, ich sag ja nicht, dass du... Dass du Ceylon bist oder so. Aber ich verstehe halt nicht, warum ihr jetzt die Macht vereinigt haben wollt. Also, es verstehe ich nicht. Ich will jetzt eigentlich auch nicht dem Adnal geben. Mir wäre es lieber, wenn es Kakando oder ich bekommen würde. Ich würde so gut... Also, ihr versteht schon, dass das Ziel des Ceylon ist, jetzt Verdacht auf mich zu denken, oder? Ich sehe einfach von Anfang an, das ist eigentlich schon seit Runde 1, Macht bei dem Militär. Also, ich bin vollkommen d'accord, was... Und Kakando, du änderst deine Aussage alle zwei Minuten. Ich weiß nicht mal, was ich von deinen Aussagen denken soll. Wieso? Präsident ist tot, das passt doch schon. Und das mit dem Militär, das habe ich schon mal einfach angesagt. Ja, aber gerade eben hast du doch gesagt, dass du dem Präsident vertraust. Präsident? Ja, du hast Präsident gesagt. Ich glaube, du wolltest Admiral sagen. Ja, sorry. Ich meinte Admiral. Denkt ihr wirklich hier dieser... Der... stellt sich dann hier da oben in den Korum-Chemper und zieht die ganze Zeit Karten? Glaube ich halt mal nicht. Ja, mal schauen. Also, ich... Ich habe keine Ahnung. Also, ich finde das alles sehr skeptisch. Ich finde, Fabian hat halt den Vorteil, er braucht halt jetzt nichts... Wir brauchen für praktisch nichts anderes mehr groß. Also, zumindest irgendwie an Fähigkeiten irgendwie sein. Ich müsste halt immer... Ich muss heute halt immer im Hangar stehen, weil... Falls das kommt, muss ich mich schnell rauslanschen können. Ja, Kando will schießen. Ich habe jetzt nichts zu tun. Ich repariere da ein paar Sachen, aber das kann ich auch mal ab und zu machen. Also, ich finde schon, dass ich momentan in der besten Position bin, Präsident zu sein. Ich mache es jetzt so. Ich schaue mir das doch mal eine Runde an. Und wenn da nichts Gutes kommt, hast du ein Problem. Also, ich verstehe halt nicht, warum du so aggressiv bist. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Zumindest... Er kann... Er kann ja aggressiv sein. Zumindest läuft er nicht mehr Gefahr von dir erschossen zu werden. So, können wir denn weitermachen? Äh, ja. Ja. Jetzt war gerade die Diskussion, ob das gemacht wird, oder... Nein, es wird nicht gemacht. Okay, Eric, ja, dann musst du irgendwas anderes machen. Ja, ich... Das überlege ich. Ich habe noch kein Baster, bei dem ich angreifen könnte. Das ist alles ein bisschen schwierig. Gebt mir Executive Order, dann ziehe ich Karten. Nee, ich schaue mir mal die Crisis-Karte an. Das ist auch eine gute Idee. Sieben. Zwei kann ich mir angucken, ne? Eine. 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 Schon lustig, dass immer, wenn ich den Präsidententitel bekomme, sofort jemand anders haben möchte. Ja, ich weiß auch nicht, was die alle so scharf da draußen sind. Also, so geil ist das auch nicht. Genau, du stimmst mir hundertprozentig zu, wie ich den behalten sollte, gell? Ja, bist ja mein Kollege. Genau. Ich höre jetzt schon, ob wir die machen und nicht machen, ne? Was soll ich denn jetzt sagen? Hast du... Ja, genau, du kannst den entweder drunter legen oder... Und dann halt die Oberrept ziehen oder du kannst den da... die auflösen direkt. Also, aufdecken direkt. Okay. Den legen wir drunter. Okay. Einfach hier rechts daneben. Ja. Und dann eine neue ziehen, ne? Ja. Und aufdecken? Ja. Ja, was machen wir, was meinst du? Das ist ja spannend. Ich sehe Farbe, wenn er auch hintergeht, dann to be honest. Also, wenn er freiwillig in die Brick geht, kann er meinetwegen den Präsidententitel behalten. Ähm, Kakandu? Ja. Ich weiß, das ist wahrscheinlich so eine neue Strategie von dir oder so, aber wenn du jetzt Mensch bist, dann solltest du vielleicht deine Strategie langsam ändern. Ach. Wie machen wir das Erste? Okay. Kann man jetzt auch Churchill-Karten abwerfen? Ja, Churchill-Karten, wenn du die abwürfst, musst du immer ansagen. Okay, dann werfe ich zwei Churchill-Karten weg. Okay. Dann ist Panzertanzer drin. Müsst ihr nicht beide Karten abdecken? Ja, wir haben ja. Ja, ich habe zwei. Also, nur der, nur der Admiral hat Treasure-Karten weggeworfen, ne? Ja. Genau, ich habe noch mal die weggeworfen. Okay, ich kann jetzt eine Treasure-Karte ziehen und dann eine Aktion machen, ne? Oder mich bewegen. Warte, 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 du bist doch jetzt hier auf dem, wie funktioniert es jetzt hier eigentlich mit dem Ding? Nochmal. Ja, erstmal ziehst du, glaube ich, zwei Karten, oder? Ne, ich ziehe noch eine Karte, weil ich im Resurrection-Chip bin. Genau, kannst ziehen, wenn du magst und dann hast du, kannst du dich normal bewegen und eine Aktion machen. Ja, also du kannst hier die Aktion machen, um eine Super-Krisis-Karte zu ziehen oder du kannst dich halt rausbewegen, woanders hin, oder? Ja. Werden ziehen, eine Super-Krisis-Karte. Die sind, äh... Das war dann meine Runde, ne? Also, ihr denkt dran, es gibt diese eine Super-Krisis-Karte, wo man taktische Karten verbraucht, um die abzuwehren, wo man Fuel verliert. Wisst ihr noch, welch ich meine, oder? Ja. Die mit der Colonial One? Nein, nein, das ist die andere. Die andere? Es gibt noch eine andere. Ich glaube, das ist, da brauchst du, ich weiß nicht, war das eine andere Ressource, die ich da, die ich da gestern, äh, letzte Woche? Ja, das war Moral. Das war Moral mit der Colonial One, aber Moral... Aber ist halt, die selbe Karte gibt's dann auch mit, äh, mit, äh, der Fuel, ja? Es gibt, ist, glaube ich, ein Feud, ein Population, ein, ein Fuel, ein Feud, ein Population. So, das war's. Ja, Farber, du kannst, äh, aufziehen. Ja, stimmt. Das war's. Ich ziehe eine Quorum-Karte. Ich ziehe noch eine. Fertig? Gut, ich bin fertig. Deine Quorum-Karte. In dem Fall müsstest du vier diskarten. Die schwierige Rolle als Präsident nehme ich auf mich und diskare vier Karten. Ich weiß gar nicht, ob das noch eine Gäste haben wir noch genug, aber... Ja, ist halt gerade nichts los, oder? Ja, gut. Ich bin halt, also ich mache halt da nicht den Skillchecks mit, aber wir haben drei halt andere, drei andere Leute, die volle Hände haben, oder? Ja, du kannst schon mal aufziehen. Also ich weiß ja, was ich habe, wenn ich jetzt gesagt, wenn ich jetzt vier Fünferkarten oder nur Fünferkarten hätte, dann hätte ich schlecht gesagt, nee, aber... Okay, was mache ich? Äh? Ja. Ja. Es gibt glaube ich eine Karte, wo man Fünferkarten bekommen kann, eine Quarumskarte, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt ist halt die Frage, vertrauen wir dem Admiral eigentlich? Ich vertraue ihm nicht. Ich fand das komisch, dass er mich so krass entfüßt hat. Vertraust dem genug nicht, dass wir ihn wegsperren, ist die Frage. Ah, also... Weil dann ist gar kein Loop Admiral. Ich würde noch abwarten. Wäre ich jetzt Zedone gewesen, hätte ich doch jetzt dem Präsidenten einfach in die Brink geworfen, oder? Nee, weil dann hättest du gar nicht... Ich meine, du hättest gemerkt, dass da zu großer Gegenwind wäre. Das ist mir doch egal. Wenn er in der Brink sitzt, einfach auch... Und ich Admiral und Präsident bin... Gut, aber ich werde... Das Problem ist halt, Fabian, wenn er Zedone ist, müssen wir ihn halt vor Neu-Kaprika-Jump-Phase beseitigen. Ich weiß, aber ich würde deswegen trotzdem noch abwarten. Ja, beim nächsten Jump ist halt Neu-Kaprika, ne? Waffenstillstand. Also, ich weiß halt nicht, seitdem er seine komischen Strategien hat. Vielleicht ist es auch sein Plan halt. Aber ich würde noch abwarten. Okay, ich mach mal... Ich weiß, also wenn du eine gute Strategie hast, dann... Okay, ich guck mir... Wo ist es gerade da? Die Raptor fliegen heute echt gut. Kein verloren. Muss auch Admiral liegen. Eher an den fähigen Piloten. Ne, die kommt unten noch. Ist Sharon Valeri am Steuer. Ja, Starbugs, oder? Ne, Valeri ist der Raptor-Pilot, glaube ich. Dann muss ich Karten abwerfen. Okay, weil er Starbugs ist. Ich werfe Tertory-Karten ab. Moment, wieso? Du hast doch gerade ein Naptor geschlossen. Ne, mehr als 10 Karten. Aber erst nach dem Scale-Shift. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, warte, dann kreises Karte. Unschön. Also 6 plus solltet ihr machen, oder? Also, ich kann nichts beitragen. kann ein bisschen was beitragen. Ja gut, du hast 2 Chill-Karten, die du loswerden willst, ja. Ja, aber die darf ich jetzt hier nicht ran. Also, ein bisschen was kann ich dazu beisteuern. Übrigens, wenn da steht, Eachman-Player 2-1-Skill-Card, muss es von seinem Set sein. Aha. Dann kann er das halt sehen, tatsächlich. Das ist schon interessant zu wissen. Ja. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr alle drei mittel bis wenig reinlegt, dann sollte das ja passen, oder? Erik? Ja, ich kann wenig reinlegen. Ja, ich würde halt auch eher wenig reinlegen, das ist das Ding. Karkandu, kannst du mittel? machen? Ja, kann man als mittel ansehen, würde ich nicht, aber... Ja gut, du ziehst gleich, also... Ja, eben, also... Sollte schon machbar sein. Ja, oh, ja, ist schwierig, ist schwierig, aber ja. Schaff mal. Also, es ist 6+, halt, ja, also... Ja. Und ich glaube, also... 6+, oder was? Gehen wir nicht auf den Pass, oder wie? Also, wenn ja... Es haben jetzt zwei Leute gesagt, dass sie nur wenig haben halt. Ja. Ja gut, ich würde sogar sagen, es ist eher mittel. Ja, wir fangen einfach mal an, oder? Also, klinge, 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 wenn du jetzt sagst, du kannst noch Karten loswerden, also, es hat sich jetzt eher für mich so angehört, als könnte halt niemand, oder wollte niemand. Also, du kannst natürlich halt ein bisschen Safety reinlegen, und dann ist es halt vielleicht, wenn die Destiny Deck gut ist, aber ich würde jetzt nicht auf Safe 12 gehen, weißt du, wie ich meine, Lecker kann du? Ja. Okay, ich bin durch. Erik, willst du reinlegen? Ja. Ich möchte nicht. Ich bin durch. Ich lege nichts rein. Ich lege es rein. Okay, dann mischen und aufdecken. So, zwei, vier, sechs, acht, zwölf, vierzehn, 13. Easy. Okay, das ist easy. Easy. Da steht Human, da steht Human Player, okay. Den darf ich nicht. Okay, und ich würde, jetzt muss ich das abwerfen, ne? Ja. Bis auf zehn Karten runter. immer Bescheid geben, wenn der Treacher die Karten aufwerfen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. sehr viel Unnützes. Man kann ja nicht gerade nichts wirklich machen. Es ist immer noch nichts los. Ich brauche eine Treacherie Karte ab. Okay. Wer kann noch? Jo. Also ich könnte halt vier Quorums-Karten ziehen. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Aber ich weiß nicht, wie deine Handkarten aussehen können. Wenn du vier ziehst, du kannst sowieso nur eine pro Runde ausspielen. Dann musst du dir halt stark überlegen. Ja gut, aber ich muss ja nur eine gute ziehen, oder? Naja, das hast du recht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also es hat noch niemand, glaube ich, jemals jemand auf dem Präsidenten-Executive-Order gespielt. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber ja. Ich gehe auf jeden Fall mal auch von dem Schiff runter. Das ist mir da Cut up. Und jetzt die Frage, macht man Ja, sure. Ich mache mal Critical Situation und noch eine Aktion zu mal scouten. Nein, da ist der erste Raptor down. Okay, bitte. Wolltest du noch mal? Das ist die Frage, ne? Ja, komm, scouten noch mal. Als ob du es gewusst hättest, ja? Ja. Ist echt so. Äh, das ist die Frage. Ja, wirklich. Ich weiß es. Destination-Deck ist glaube ich jetzt egal, halt, oder? Naja, eins ist jetzt sowieso. Seit wenn er jetzt, es gibt glaube ich Karten mit drei Fuel, oder? Wir können der Admiral nochmal drei Fuel runterbrennen. Ja, lege ich mal weg. Ne, das wäre nicht gut. No. Schön. Warum eigentlich nicht? Moral haben wir noch genug, oder? Ja. Und der gute Kakando? Kakando will glaube ich seine Handkarten aber nicht verlieren. Ja, aber der ist mir auch ein bisschen verdächtig, muss ich sagen. Also ich meine, Kakando ist immer verdächtig, aber... Ich kann da einfach bei den Farm ja nichts reinlegen, muss ich ehrlich sagen. Also Erik, du weißt schon, dass es nur einen Zidon geben kann, ja? Einen, nur einen? Noch einen weiteren Zidon. Ja, ich weiß. Ja, das kann ja jeder für uns sein. Ja, also, ich weiß halt nicht, könnte nicht noch was, also Erik, du bist ja nächste Runde dran, hast du nicht noch Karten, die du nicht brauchst? Satuzo, wie sieht's bei dir aus? Äh, ich hab halt bei diesen Farben keine guten Karten. Das ist halt eine volle Hand, ne? Und du ziehst zwei lila, die... Ja, Moment, aber davon sind manche noch Treachery und manche rot. Ja, rot? Ja, okay. Also als Pilot stapelt man die roten Karten halt, glaube ich, ein bisschen. I don't believe you. Also ich bin mir ziemlich... Also ich muss keiner von den Karten dafür eigentlich opfern. Ja, ja, ist okay. Kann ich nachvollziehen, dann versuche ich, äh, ich sehe, weil ich versuche hier rein. Ich würde dir gerne helfen, Karten, aber es ist irgendwie halt nicht... Also... Ich kann, ich kann, also ich kann Token reinwerfen. Was? Also es ist so ein Minimum, kann ich reinwerfen. Du kannst minimal beitragen, meinst du? Ja. Ja, das würde ich nehmen. Okay. Erik, ist halt das da? Ich werfe nichts rein. Ich vermute mal Panzer mal... Ich... Ich werfe auch nichts rein. Dann werfe ich auch nichts rein. Okay, ich werfe eine Karte rein. Ich stehe zu dir, Karkangio. Aber richtig hart. Die Karte ist wahrscheinlich rot. Eine rote, eine rote Fünferkarte. Es wäre richtige Rache, wenn ich ihm da jetzt eine 5er rote reingelegt hätte oder so. Och, bitte. Okay, minus 3, minus 4, minus 2, 0, 6, 8, äh, 6. Sorry. 6. 6 sind das? Blöd. Bling. Warte mal. Ich hab' noch... Ich hab' noch... Ich hab' noch einen. Oh, danke dir. Aber die hätte er sich ja auch direkt reinlegen können. Ja, warum sollte ich? Ja, das weiß man ja dann nie, wie hart ist, ne? Ah, okay. Weil wenn es um 3 gewesen wäre, hätte die Karte auch nichts mehr gemacht. Das ist nur verschwendet gewesen. Ja, wenn er sich direkt reingelegt hätte, schon. Also wenn du E4 hast, ähm, also meistens macht es schon Sinn. Also ich halte die, wenn die Einser- oder Zweierwerte haben, halte ich die zurück, sonst spiele ich die meistens rein. Ja, es war ja ein Zweierwert. Nee, es hat ja auch ein Viererwert, die Karte. Echt? Ich dachte, okay, ja gut, dann... Ja, aber es ist jetzt nicht schlimm. Ja, vielleicht hat er sie... Er hat sie einfach zurückgehalten, dass er sie unter Umständen einfach behalten kann, wenn er durchgeht. Ja, ja, klar. Ist jetzt nichts Verdächtiges. Auf jeden Fall notiert. Vielen Dank. Aber Erik, deine Aussagen sind halt nicht irgendwie konsistent, weil du hast jetzt Kakandu geschuldigt, er wäre verdächtig, und dann danach rettest du ihm sofort seine Hand. Das verstehe ich nicht. Ja, weil ich nicht verdächtig bin, er hätte genug abgeworfen. Das reicht mir eigentlich. Wie bitte? Seine volle Hand fand ich verdächtig. Aber die Haltvolle war dann okay. Mit vier Karten nicht so gefährlich wie mit zehn. Also er hat gerade gezogen und du findest deshalb seine volle Hand verdächtig. Naja, ich... Ich sehe... Kannst du nicht gerne mit zehn Karten auf der Hand? Mit vier findest du... Okay. Okay. Du wirst, glaube ich, jetzt dran, oder? Ich glaube auch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Habt ihr die Idee, was wir machen können? Nö. Jetzt ist doch eh Masterball, Panzer, Panzer, Damm. Nö, Erik, was ja noch... Ja, dann guck ich mal mal mit Hata an. Achso, stimmt. Das war ja... Er hat nur gefragt, was er machen soll. Ist auf jeden Fall still um die Galaktiker. Wer weiß. Sext, jawohl. So macht man das. Eine Kostik-Kostik kann ich mir anschauen, richtig? Ja. Okay. Ja. Dann spielt der denn eigentlich immer Heul 4? Äh, morgen. Ja, morgen ist das okay. Ich muss ihn dann auch kurz durchlesen. Das legen wir auf jeden Fall unten drunter. Ja. Hm. Ist noch nicht mal Karma. Ja, die mache ich alleine, wenn ihr nichts vergeben habt. Die hätte ich mal früher gebraucht, die Karte. Du wirst die alleine machen. Ich mache die alleine, ja. Okay. Mach das. Ich kann bei Skillchecks nur einen reinlegen, ne? Ja. Ja. Willst du reinlegen? Moment. Ach so, ich bin der Erste. Ne. Genau. Bein, Mann? Ich lege dann auch keine rein. Seit wo so? Ich lege nichts rein. Ich auch nicht. Eins, zwei, drei. Minus eins, plus vier, plus fünf, plus zehn, plus vierzehn. Ist gepasst. Jo, dann nächster Spieler kann aufziehen. Also, Panzer, du darfst. Und hier kann ich die Super-Kreise spielen, ne? Hm, genau, ja. Ist ne Action, ja. Ja, okay. Ja, das soll ich jetzt, kannst du das machen. Ach, er hat sogar die Karte. Und der habe ich gewarnt. Ja. Ja, das kriegen wir mal hin. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Äh, ich kann da, wie gesagt, nichts reinlegen. Den müsste ich mich anbieten. Inbound Nukes. Was? Äh, nein, äh, wir könnten es jetzt auch so spielen, ne? Ein Fuel wäre nicht die Welt. Wir haben noch. Ja, aber wir springen nochmal, hä? Ja, aber nur einmal. Ja, aber du weißt schon, wie die Karten... Ey, das verstehe ich, also... Ach so. Du weißt doch schon... Ja, gut. Ja, ich dachte... General, wenn der dann eine Karte zieht, wo wir drei Fuel verdienen, haben wir sofort verloren. Wenn der dann der Gängster ist, weißt du, was ich meine? Ja, gut. Wobei, das hat das so oder so. Das haben wir sowieso oder so. Ne, ein anderer Admiral würde ja die andere Karte wählen, ohne drei Fuel. Ich kann halt nichts dran denken, ne? Also, mein Beitrag wäre minimal, aber ich würde extrem gute Karten opfern für einen extrem minimalen Beitrag. Deswegen bin ich halt immer im Wahnsinn, ob sich das lohnt. Fühlt ist halt auch das Einzige, wo... Ich weiß ja nicht, kann du, Erik, was für eure Karten sagen halt? Also, alleine schaffe ich es nicht. Ja, ist dein Beitrag mittel, groß? Meiner wäre... Meiner wäre groß. Meiner wäre im geringeren Bereich anzusiedeln. Und, äh... Möchte da noch irgendwer eine Karte davor spielen? Ja, so eine Karte oder so wäre nice. Spielt halt ruhig mal ein bisschen was aus, es ist nichts auf dem Board. Ich glaube schon, dass ihr ein bisschen was riskieren könnt halt, ja? Okay. Satu, kannst du wirklich nichts, was du da rein riskieren kannst, auch gute Karten? Also, ich weiß nicht, ob wir halt... Nein, nein, es geht nicht darum, dass die Karten nicht so gut sind, ne? Dass ich sie nicht opfern will, es geht mehr darum, die Werte, ne? Wie, die Werte? Ja, wenn du halt Einser-Karten hast, die sehr gut sind, dann wirst du sie halt nicht unbedingt reinwerfen in den Skillchecks. So in die Richtung. Naja, aber... Du meinst, die Einser-Executive-Order, die ich schon alle entsorgt habe? Gibt's, glaube ich, sehr viele davon. Ja. Ähm, ja. Aber shit, ich kann ja nur eine reinlegen, ne? Ah! Also, es wird halt... Also, es ist so. Wir können halt hoffen, dass das Destiny-Deck für uns spielt. Ich weiß nicht, ob da noch jemand die Chancen halt verbessern kann, weil wenn... Also, wenn niemand... Ich würd's halt vielleicht trotzdem probieren. Ja. Würde ich auch, aber ich glaub, die Nukes treffen. Ich kann nix reinlegen, wie gesagt. Also, ich find das schon sehr verdächtig. Klar, du hast nicht gezogen, aber... Kamen so viele Tests mit Lila, dass das alles... Also, wir hatten in der letzten Runde drei Tests mit Grün-Lila, deswegen hab ich die Karte auch gespielt. Ja. Das waren, glaub ich, zwei oder drei Tests mit Grün-Lila hintereinander. Also, ich glaub dem hier nicht. Ich kann eine Karte reinwerfen. Ich find halt nicht, dass es sich dafür lohnt, aber gut, eine Karte... Ja, wir sollten... Also, es ist halt... Werf mal... Werf mal... Werf mal rein rein. Könnte halt sein, dass du die Karte halt aufbehältst und dann verlieren wir. Weißt du, wie ich meine, also... Ja, ich werf's rein. Ich werd halt auch Sachen von mir opfern, aber... Das will man machen, kann ich, ja? Fabian, du laufst zuerst. Nee, Panzertanzer fängt an, oder? Nee, ich hab die gespielt. Der spielt als letztes noch. Der wird halt auch reinlegen, ja? Also, lasst euch nicht von der Menge beeindrucken. Minimal. Hast du... Hast du dreimal Executive Order mit einem Punkt reingeworfen? Werdet schon alles reingelegt. Ich dachte nichts dazu sagen. Also, werf wirklich halt rein, was ihr könntet. Ich glaub schon, dass das klappen kann. Seitwürste hast du schon reingelegt? Ich überlege grad, welche von denen ich opfer... Nein, du opferst alle. Wobei der Zilone natürlich auch dagegen kämpfen kann, jetzt, ne? Ich glaub, du solltest alle opfern. Ja. Aber viel hat er ja nicht auf der Ankunft. Weil wir haben... Wenn du mal rumschaust, wir haben später alle grüne Karten. Wir haben, glaub ich, genug Executive Order. Hau rein, was geht. Also, ich glaub nicht, dass du Executive Order sparen musst, oder Scouts, oder so. Ich würd halt alles reinmachen. Ich glaub, du regst dich extrem... Also, ich denk, das wird knapp. Du hast recht, aber ich könnte halt wirklich so sein, dass dann halt nur eins oder zwei fehlen. Die würde ich halt echt nicht aufholen. Ne, ich leg eine nur rein. Was? Leg rein, bitte. Okay, ich leg rein. Das wird schon. Erik hat schon. Das wird schon. Es gibt, naja, es gibt doch noch... Grün, Lila ist so der häufigste Skill Check, ne? Ich leg ne positive rein. Vielen Dank dafür. So. Plus zwei. Oh Gott, der hat jetzt ein Einser. Plus acht. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Neun. Zehn. Zwölf. Äh, 15. Zwölf. Ja, dann greife ich doch noch mal ein. Ja, dann sind es reichen nicht. Sind es 14. Du hättest, wenn du es richtig reingelegt hättest, direkt hätten wir den Skill Check geschafft. Ja, ja, da hätten wir es geschafft. Aber das geht nicht. Das kannst du nicht. Uff. Aber tatsächlich, dann hätte meine Karte keinen Unterschied mehr. Kann nicht noch jemand was reinwerfen der Art? Nein, nein, das geht nur ein, oder? Kannst du nicht machen. One kann nur benutzt werden. Also, wir haben zwei Leute, die es hätten erreichen können, dass wir den Skill Check schaffen und haben beide nicht reingelegt. Also, wenn wir jetzt verlieren, dann wissen wir. Also, einer von euch muss noch zu loben sein, oder? Moment, Moment, die beiden Dinge hätten den Unterschied nicht gemacht. So wie meine Karte nicht den Unterschied gemacht. Doch. Doch, da hättest du einen mehr gehabt, dann hätte er seine Karte spielen können. Ja gut, aber das wusste ich. Ja gut. Ja. Der Neo-Issus hat diese Flotte gerade. Er hätte auch die Karte einfach direkt reinspielen können. Ja, ich hab ihn ja auch gespielt. Treffer. Ja gut, ich dachte, da hat echt so viele Karten hinterliegen. Ich wusste ja nicht, dass es nur eine sind. Ach, du hast das zweite. Hat der Fabian angedeutet, dass er nur einen so hat? Ich sag's dir, Starwax ist der zweite. Der ist sehr fishy. Also, ich bin da für die... Hey, aber Eriks war doch fast nur fishy, oder? Nee, also, ja... Also, wenn er den direkt reingespielt hätte. Ist jetzt die Frage, ob das so eine Regelsache ist oder nicht, aber klar. Also, ich hab folgendes Problem. Die Karte... Ich musste eine Karte abwerfen, wenn ich... Wenn ich noch eine Karte auf der Hand habe. Und wenn ich das mache, haben wir, glaube ich, ein viel größeres Problem. Hm. Ja, aber du hast doch noch zwei Karten. Du hättest die doch noch reinspielen können. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber ich hab ja auch trechige Karten gezogen. Wie bitte? Ich hab ja auch trechige Karten gezogen. Ja, wir haben alle. Ich hab... War das ehrlich? Oder mit irgendeineren trechige Karten gezogen? Ja, aber du hast... Welche Karten zählen trotzdem zu deinen Handkarten? Ja, eben. Ja, ich weiß. Aber es sind doch Karten... ...der nicht wieder im Spiel haben möchte. Hat jemand... Aber verstehe ich nicht. Hat jemand den Fail schon aktiviert? Also, ich find's halt... Ich kann mir nicht erklären, warum ihr das nicht reingelegt habt, beide, ja? Ich hab auch meine guten Karten geopfert. Ich hab alle meine guten Karten geopfert. Ja, die eine Karte, die du hättest auch von müssen. Erik, hast du die wieder auf die Hand genommen? Oder... ...gelt mir die jetzt ausgespielt? Ich kann die wieder aufnehmen, geht das? Ich glaub, die ist noch auf seiner Hand, oder? Ja, aber die Aussagen. So haben wir das ja immer gemacht. Okay, dann... Jetzt wird's wissen. Dann... ...ein Fuel weg, ne? Bitte. Das hat wehgetan. Ein Food und ein Population. Aber es hat auch keiner negativ reingelegt, außer... Geh ich mal nicht davon aus, dass es eine Einser-Negativ reingelegt wurde. Naja. Vielleicht war das... Ein Fuel, ein Food und ein Population. Also, ein Einser-Negativ wäre komplett besorgt. Also, tatsächlich, natürlich, wenn du jetzt Sattuso diese eine negative gelegt hätte, anstatt da gar keine gelegt hätte, hätten wir das auch geschafft mit der grünen Karte. Hast du den Food und den Population auch abgezogen? Warum, wenn ich rote Karten hab, sollte ich ausgehen, wie eine rote nehmen wir in Eins ist? Ja, weil es jetzt so unwahrscheinlich ist. Hast du den Food und den Population auch abgezogen? Kann ja sein. Ich sag nur, das wäre auf jeden Fall lustig. Lustiges Szenario. Ja, aber würde ein Zulun noch erklären, dass er eine zweite Karte hat, die er liegen könnte, was er eigentlich gar nicht darf? Da hab ich mich halt gefragt, ob das... Wie? Stimmt, ich hätte gar nicht sein dürfen, dass ich noch was anderes liegen hätte dürfen können, theoretisch, oder? Ach so, ja. Daran hab ich gar nicht gedacht. Wir haben's gar nicht mitbekommen. Ja, hättest du jetzt nicht erwähnen sollen. Ist egal, nächster Spieler kann ziehen. Fabian? Fabian? Ich bin dran. Ich werf nie mehr meine Karten vor euch weg für irgendwas. Ich bin mitgezogen. Das weiß ich. Aber ich glaub, das war die einzige Chance in der Runde, wo wir das spielen konnten, weil da irgendwie drei... dreimal so ein Skillcheck war, dass da schon viele weg waren. Sonst wäre der auf jeden Fall gepasst beim nächsten Mal, nächste Runde. Ja, das hat er... Ich hab ja gesagt, Glieder der Karten brauchen wieder. Ja. Ich hab sogar davor gewarnt. Ich ziehe Korums-Karten. Ich ziehe Korums-Karten. Okay, und ich mache nichts weiter, dann ziehe ich die Krise-Karte. Okay. Also da unten steht, dass er Admiral auch minus ein Moral auswählen kann, oder? Ja, dann bin ich sickbay. Wie sieht's denn mit dem Skillcheck aus? Ich könnte... Andersartig beitragen. Warte ich mal erst mal durchlesen. Ich kann dazu nicht viel... Also wenn wir das... Wenn wir das failen, verlieren wir entweder einen Fuel, oder der Admiral kann auswählen, ob wir eine Moral verlieren, und dann gehst du in die sickbay. Ja? Ja, also eigentlich sollten wir das... Sechser ist jetzt nicht so hart halt, ja? Also die können wir ja schon kritisch, denn die sollten wir auf jeden Fall safe machen. Also... Ich kann nur minimal beitragen. Also eigentlich wäre das hier so ein Pilotending, oder? Ich weiß halt nicht, ob... Also du kannst ja dann auf New Caprica neue Pilotenkarten sagen. Aber... Ich meine, ich kann schon ein bisschen was reinlegen. Es wird euch nur nicht... Vor allem, was es ist... Die kann man halt auch gebrauchen, wenn die... Colonial One wieder gebombt wird. Ja, du hast ja keine Karten mehr. Mein Beitrag wäre minimal. Mein Beitrag wäre minimal. Minimal? Was für Karten? Also du hast keine lilanen, du hast keine roten, du hast keine... Ich darf dir nicht sagen, welche Karten... Ich würde mehrere Karten reinlegen, aber mein Beitrag wäre trotzdem nicht so groß. Er hat halt nur niedrigwertige Karten. Sonst kann niemand was beitragen, ja? Ich finde es halt so riskant, dass der Aspenradar jetzt Fuel begeblen kann. Na, würdest du Fuel vergamblen? Ja, das wissen wir ja nicht. Das kann er danach entscheiden. Ja gut, aber dann hätten wir ja zumindest in zweiten... Ja gut, nee, das wäre es absolut nicht worth it. Ja. Ja. Ist halt die Frage, ob man auf einen Fuel runter möchte, ne? Also, ist es so, ich glaube nicht, dass jemand anders was machen kann. Kannst du das alleine safe schaffen oder nicht? Also... Ja, es ist halt zu riskant. Ich spiele die Karte. Und jetzt musst du nur noch für dich kalkulieren und plus eine Karte vom Nils, Panzertanzer. Dann solltest du es ja hinbekommen. Ja. Ich glaube nicht, dass... Also ich weiß nicht, Kakanto, Erik, ihr legt da wahrscheinlich nichts rein, oder? Nee, ich kann mir nie mal was beitragen. Wie kannst du... Wie kannst du minimal was beitragen? Die Aussage verstehe ich nicht. Wenn du... Nur keine rote Karte... Du kannst ja keine rote Karte sehen. Das heißt, du hast eine Lila, die nicht gelegt, letzte Runde. Denk an seine Handkarten, die er vorher nicht gespielt hat. Ja, aber seine Handkarte, die er vorher nicht gespielt hat, auch wenn wir die Inflation nicht haben dürfen, ist grün. Das heißt, er muss noch eine lila Karte haben. Ja, nein, nein, aber... Ja. Kann er ausspielen. Ja, aber warum sagt er jetzt, er kann mir nie mal beitragen? Für mich macht das keinen Sinn. Also, so meint er das. Also, ich dachte, dass er das so zumindest meint. Also, ich dachte, er meint so, dass er was reinlegen möchte. Möchtest du was... Wolltest du was... Ja, jetzt... Er kann doch auch noch lila, ne, aber auch noch grün, ne, also... Wolltest du was reinlegen, Erik, oder? Ich will was reinlegen. Wenn ihr was braucht. Hm. Ja, ich würde gerne, dass du reinlegst. Ja, fand ich auch. Du hast... Wie viel hast du reingelegt, Satuso? Ich habe noch gar nichts reingelegt, ich bin da nicht dran. Achso. Doch du bist als erstes dran. Aber ich kann wenig rein. Ich kann nicht viel reinlegen. So, okay. Ich lege alles rein, was ich kann. Ich weiß auch nicht, wieso gecoldet wird, wenn der andere macht. Wie bitte? Du hast doch nicht gesagt, dass er den alleine machen soll? Ja, aber Erik wollte doch reinlegen. Ich bin schon gespannt, was Erik reinlegt. Ja, klar, aber er kann auch nicht so viel reinlegen, oder? Also, ich habe das jetzt nicht so interpretiert, dass er... Also, dass er den schaffen könnte. Schaffen tue ich ihn nicht. Ne, was meinst du mit Satuso, oder? Ja. Hä? Aber er hat doch schon gesagt, dass sie... Also, plus Sex-Leuten, die doch schon schaffen. Oder ohne Destiny-Sack? Nur mit einer Karte vom... Also, schau mal, wenn du dir nochmal meine Fähigkeit zum Beispiel anschaust und so, dann solltest du schon wissen, dass es einfach machbar sein sollte. Wenn du meinst, ich sage, es wird nicht schaffbar sein. Also, du sagst mir, du hast keine Sex auf deiner Hand. Das darf ich dir nicht sagen. Also, wenn du nicht... Wenn du sagst... Mit Erik zusammen könnt ihr nicht sechs Punkte heute tun. Das kommt drauf an, wie viel Erik reinlegt. Das weiß ich aber nicht. Mach einfach mal. Ich habe gesagt mit ihm... Ja, ich lege da rein. Und ihr wundert euch, warum das hier immer sechs Stunden dauert. Ja. Wow. Kann ich das mal zusammenfassen? Dann mal durchmischen, bitte. Warte, warte. Panther, denk doch. Siehst du was rein? Ich wollte auch noch. So, das war's, oder? Ja. Ja, ich lege auch nichts dran. Hallo, hallo. Ihr hattet ja wirklich nur Quatsch. Ihr seid wirklich lustig. Hallo, ist noch jemand da? Ja. Ja. Ich meine, warum glaubst du, habe ich das gesagt, dass ich null würde? Ja, ähm, ich entferne die Karte hier vom Spiel. Aus dem Skillcheck. Mit meiner Fähigkeit. Haben wir sogar sechs geschafft. Nice. Nee, die Karte zählt nicht dazu. Ach so, oh. Aber es gibt noch jemand, der hat eine gewisse Karte auf der Hand. Jetzt sind wir nämlich bei vier. Wir bräuchten noch zwei Punkte. Aber, oh Gott, der wusste, dass wir seine Karte abwerfen, oder? Ja, das ist wieder kacke. Guck mal, fix was du noch. Wieso muss er eine Karte abwerfen, ne? Ja, er hat's auch seine Fähigkeit, oder? Also es ist mir nicht wert, die Karte abzuwerfen, tatsächlich. Ich lege hier nichts mehr rein. Ach so, ah, er muss die letzte abwerfen, wenn er noch eine hat. Dann bin ich in der Sickbay, ich bin jetzt enttäuscht von euch. Warum meine hast du rausgenommen? Ah, das habe ich nicht gesehen, deine Fähigkeit. Shit. Und minus ein Moral, ne? Ja. Was willst du? Minus ein Moral, ja? Bin ich dran, oder? Minus ein Moral und der... Du nimmst, also du nimmst kein Fühl, sondern Moral. Ja. Dann gehst du in diese Quay. Ich bin dran, oder? Ja. Fahrzeug? Ja. Hallo, noch da? Ja, ja, wir sind noch da. Sorry, ich bin grad in den Regeln. Was war denn? Wegen dem Requesting. Nee, ich hab die Karte ja entfernt. Ja, aber... Ey, sag mal, heute ist aber auch... Ist die Frage. For resolving skillcheck abilities. Okay, steht extra drauf. Ja, dann perfekt, okay. Also nicht, dass sie aktiviert wird. Oh, ja. Ja, genau, ne? Ist schon okay, ja. Ja, aber Doublejack ist auch schon mal okay. Passt schon. Äh, nutzlos. Alles nutzlos. Also ich bin jetzt ein bisschen trippiniert, sag ich euch ehrlich. Ich kann schon wieder die untere Pegasus nicht lesen. Also was denkt ihr denn von Erik hier? Ja, ich mein, hat er jetzt nicht den Fuel runtergenommen? Ja, gut, aber ich glaub... Das macht mich skeptisch. Wenn er den Fuel runtergenommen hätte, wärst du skeptisch und wenn nicht auch. Nein, nein, ich meinte, es macht mich skeptisch, dass... Äh, äh, dass er Karten hatte, die deinem letzten Skillcheck helfen hätten können und die er nicht reingelegt hat. Das verstehst du, wenn du die Karte siehst, die ich auf der Hand habe? Die ich hätte abwerfen müssen. Naja, weißt du, wir können jetzt... Wenn du jetzt nur Karten siehst, wo zwei Fuel drauf sind, dann... So bei halt, ja. Wenn du diese Karte mit Movement hast, wo du es verhindern kannst, da musst du dafür dran sein. Ich weiß ja nicht, ob das passiert. Ja, aber die Frage ist ja, wer es mehr... Oder wer würde nach dem Admiral sein? Das wäre... Ich? Und ich finde es... Ich finde das... Nein, Kakandu. Kakandu? Es geht mir gar nicht... Also, mir ist es kackegal, wer als nächstes Admiral ist. Wenn du halt zu Not bist, dann musst du halt kein Admiral sein. So ist es einfach für mich. Ich bin halt... Also, ich bin halt ein bisschen enttäuscht. Dass du halt das nicht gelingt hast. Ich weiß halt nicht, ob du jetzt... Vielleicht... Ob du zu Lohn bist. Oder ob du halt... Einfach nur nicht richtig gespielt hast. Oder falsch Fehler gemacht hast. Okay, meine Runde ist zu Ende. Crisis-Karte. Was hast du gemacht? Ich bin hier reingegangen. Hast du eine Karte gezogen? Ja. Ja, das ist... Nicht so geil. Was denkt ihr davon, ein ziviles Schiff zu nehmen, weil wir dann später weniger evakuieren müssen? Ja. Ja. Ja, das ist halt eine unmoralische Logik. Wenn ich für... Ja, dazu, wenn ich Food... Ich bin ja dafür, dass in dem zivilen Schiff zwei Fuel drin sind. Also, Food verlierst du halt später kaum noch gar. Aber... Hm, okay. Ich glaube, es kann... Es können... Also, ich habe noch nicht ein Spiel gehabt. Ja. Aber ich nehme trotzdem das ziviles Schiff. Okay. Also. Destroyed. Ein Population. Okay. Gut. Okay. Die Moral hast du auch schon gemacht, Erik? Moral auch noch ein Ritter? Ja, ein Moral und ein Population. Du musst... Hast du gewürfelt für das ziviles Schiff? Ja, ich muss noch... Nee, ich muss noch... Äh, ich habe falsch gemacht, sorry. Moral ist das auch unten? Ich hätte erst würfeln müssen, oder? Ja. Du musst drei oder weniger, damit du eins ziehen musst. Ja, ich lege es nochmal drauf und mische dann nochmal, okay? Ist das in Ordnung? Ja, ist okay. Okay. Und man steht die zivilen Schiff noch durch. Also, unter minus ein Moral. Die Population wieder hoch, ne? Ja. Okay, dann war das ja noch akzeptabel. Hast du die minus ein Moral gemacht? Sorry, dass ich dich so verwirre. Minus ein Moral habe ich gemacht. Okay. Schon wieder habe ich wieder hochgesetzt. Gut, danke. Um eins. Wir wollen ja nicht durch so einen Fehler hier gewinnen als Zilone. Was heißt denn, wir? Ja, ich bin Zilone, aber er hat ja... Achso, wir. Ja, weiß ich nicht. Der Fab hat den Fehler gemacht, deswegen ist er der Zilone. Ah, okay. Oder ist das doch Erik? Keine Ahnung. Ihr bringt mich durcheinander. Achso, damit er aus der Bildung kommt. Äh, aus der... Hast du mitbekommen, Fabian? Ja, ist halt jetzt... Ich könnte jetzt was Lustiges machen. Was? Soll ich's machen? Ähm, nur mal so. Das ist in den... Ich glaube, die Situation gab's noch nicht. Das ist in den Pegasus-Regeln. Wenn man Zilone ist und man exaktiv Play, äh, Order bekommt und man noch, äh, Revealed ist, dann kann man sich in der ersten Aktion nicht Revealed und dann eine Aktion nehmen. Das wird dann praktisch aufgelöst, der Effekt. Aber wenn man sich Revealed ist, vorbei. Ja, ich will eben was anderes machen. Ja, aber ich sag's nur. Ja, ja, danke. Kennst du? Kennst du? Du hättest es jetzt nicht sagen dürfen, weil wenn ich jetzt wirklich Zilone wäre, hätte mich das schon krass ficken können. Ja, ich weiß. Aber die Situation gab's doch nicht. Deswegen solche Sachen sind nur so Einzelsachen. Ja, ich... Ja, 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 passt. Ähm. Ich glaub, ich mach das jetzt mal. Also, ich spiel Arrest Order of Eric und dann spiel ich Arrest Order of Kakandu. Was? Was versammt du? Damit der Buso Admiral ist. Oder? Das ist doch richtig, oder? Ja, nee, das macht's dann, ja, ja. Aber ich weiß, dass ich ein bisschen riskant jetzt. Ich vertrau dir am meisten. Okay. Gehen die beide in den Knast jetzt? Oh, shit. Ich glaub nicht, dass das das, was du dir vorgestellt hast, Kakandu. Nee, nicht wirklich. Aber hey. It is what it is, sag ich ja immer. Ich glaub, wir haben jetzt verloren. Aber ich zieh keine Crisis-Karte. Dann darf Eric aufziehen. Hm. Ich muss... Kakandu muss auch in die Trick, ne? Ja. So, Satu, so jetzt. Mal schauen, ob du jetzt diesmal zu lohnen bist. Äh, warte. Ich bin doch gar nicht dran, oder? Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Nee. Das wäre, fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Wenn er das unbedingt machen möchte. Da tue so traurig, ne? Ja, aber Eric muss was einlassen. Er vertraut mir weniger als dem, der ihn gerade eingesperrt hat. Aber gut, besser, wenn der Präsidententitel nicht der gleiche ist wie der Admiral. Das ist, äh... Erstens, weil man es dann nicht wirklich gut ausspielen kann. Und zweitens, weil, ähm, offensichtliche Gründe, ne? Hm. So, jetzt könnt ihr hier plotten. Ich könnte eine Aktion machen, ne? Also, die Qo-Ums-Karten haben mir jetzt wirklich gefallen. Tatsächlich, äh, die Karten ist jetzt gespielt worden. Ich hätte, ich hätte die, ich hätte die als Zyloni auch gern gehabt. Ich hab mir schon überlegt, Herr Kano, soll ich das machen, wenn jemand Exekutive Order auf mich spielt? Oh, weido, ich verstehe, also, äh, ja, okay. Ja, gut, das ist halt schon... Das musst du gar nicht erklären. Das ist schon... Also... Also, ich will mich ein bisschen bedrohen, das grenzt an... Das ist Material. Grenzt an, das ist... Der Präsident hat gesprochen, ja? A West Order. Noch bist du Präsident. Ich wünsche jetzt so eine, eine, naja. Aber ich kann, ich kann ja eh nichts machen, also von daher... Naja, du kannst Aktion machen, du kannst ausbricht. Ja, er bringt mir an nichts. Naja, wer weiß. Also, wenn du mir hilfst, treff ich die auch. Ich vertraue dir nicht. Quick-Buddy-Seite jetzt, oder? Ich bin fertig. Muss gar nichts? Okay. Dann Panzer Danzer. Jetzt darfst du zwei ziehen. Also, ihr seid in New Caprica, seid ihr doch eh wieder draußen, oder? Naja. Also, deswegen ist es halt auch wirklich... Ja, außer wir verlieren jetzt vorher keine neue Caprica. Das wäre natürlich jetzt ganz praktisch. Ich würde es euch gönnen. Ich sag so, wenn... Wenn ich draußen bin, haben wir noch einen Präsidenten? Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich hier für Optionen habe. Wenn ich draußen bin, bin ich Präsident. Nein. 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 Wie viel Trend? Moment mal. Der Admiralstitel bleibt da, wo er ist. Den musst du dir nochmal holen. Der Admiralstitel bleibt immer bei der Person, der ihn hat, bis diese Person aus irgendeinem Grund ihn verliert. Genau. Dann geht es von der Dein-Aufsage. Ja, na... Hä? Naja, wenn ich... Wenn ich draußen bin, kann ich ihm ja den präsenten Titel wegnehmen. Ja, klar. Kannst du machen. Dann geht er auch zum Admiral. Ja, genau. Ich weiß. Ja, das bin dann immer ich. Also ich hab eh schon halt alle meine... Ähm... Ähm... Wie heißt das? Meine... Also ich vertraue ja dazu so eh hundert Prozent quasi. Ich guck mir hier... Die obersten Riesenkarte. Ich guck mir hier... Das ist aber schon ein bisschen riskant auf deiner Seite. Ich guck mir hier die oberste... Ich guck mir hier die oberste Kreiseskarte an. Okay. Ich hätte mir meine... Ich hätte meine politischen Ambitionen weiterführen sollen. Ich wär's ganz, ganz kurz Admiral. Das ist so zwei Sekunden. So, wir haben dir die Bütze gegeben und danach haben sie die Hand schön angelegt. Kommt mit dem Beruf dazu, ja. Also, es war da schon ein paar politische Intrigen dabei. Hm. Ja, die gerade zum Beispiel. Okay. Er legt sich um auf, das beunruhigt mich etwas. Ja. Ben, kann ich noch... Kann ich noch zwei Skillkarten ziehen? Na, du hast doch schon zwei. Haben wir eigentlich eine Crisis-Karte? Nein, hier. Human Treat. Look at... Ja, du ziehst keiner, wenn du da bist. Dann zieht er zwei Skillkarten noch, oder? Zwei Skillkarten, ja. Zwei Skillkarten, siehst du dann... Wie, wo. Insgesamt zieht er zwei Skillkarten auch, ja. Nein, nein. Nein, nein. Da unten kann er doch... Hier, Draw two Skillkarts steht da doch. Ah, okay. Ja, klar. Ja. Alles klar. Du seid dran. Okay, dann Fabian. So, weißt du, was du jetzt machen kannst? Fabian, du könntest mich jetzt auch noch wegsperren, denn du hättest doch alle was auf dich. Das wäre schon cool. Ja, da muss ich neue Quorumskarten dafür ziehen. Was denkt ihr? Genau, ich ziehe erst mal eine Karte hier. Und bewege mich dann ins Kurum-Chamber, werfe eine Karte ab und ziehe wieder eine Quorumskarte. Ziehe noch eine. Okay. Ich bin mal eben auf dem Klo. Musste jemand heute Abend noch was essen oder so? Später? Nein, nicht wirklich. Irgendwann hat sich Pizza bestellt, meine ich. War das nicht letzte? Ich weiß nicht. Er ist kurz weg gewesen. Das war doch Erik, oder? Ja. Ich bin egal. Nils, bist du kurz weg? Ja, Nils war, glaube ich, kurz weg. Aber ich kann ja schon mal meine Kaiserskarte ziehen, oder? Naja, klar. Ist ja nichts, was ich noch machen kann. Ja, Problem. Okay, aber ich kann ganz okay reinlegen. Ja, doch, doch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Denke ich. Zumindest, wir kriegen es, glaube ich, auf 9 gedrückt. Hat es schon jemand bei E? Nee. Okay. Hm. Also, ich könnte auch noch Mittel beitragen. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Also, ich lege rein. Und, ich darf schon mal anmerken, ich wäre gleich gerne nochmal dran. Nun, ich kann dir mal anmerken, dass, wenn du nochmal dran bist, wir diese Karte vermutlich dann nicht mehr auf Mercabria benutzen könnten, theoretisch. Die Leute aus der Brick können nur eine Karte reinwerfen, ne? Ja. Was ist das für ein blindes Vertrauen in Fabian? Das ist... Ja, ich lege nochmal dran. Es gibt nochmal Executive Order. Das wäre schon... Das wäre schon sehr viel Macht für eine Person. Ich würde es jetzt auch gerade nicht geben, wenn ich ehrlich bin, Fabian. Das ist sehr viel Macht. Ja, ich denke... Ähm, es wäre sehr wichtig, dass du es machen würdest. Ich kann es schon mit dem Grund wenigstens sagen. Ja, ich darf es... Darf ich ja nicht sagen. Wer... Wer macht den Skillcheck? Also, ich kann dir nur sagen, wenn du mir vertrauen willst, dann... Ich lasse rein. Also, ich habe dich immerhin zum Beispiel viral gemacht. Ich weiß, das bringt mir jetzt keine unbedingt Sympathiepunkte. Aber es wäre sehr wichtig... Wessen Skillcheck ist das? Es ist von Fabian der Skillcheck, ne? Ja. Okay, ich habe reingelegt. Dann, äh, Kalkando. Hast du gut reingelegt? Ja, ich habe schon ziemlich gut reingelegt. Also, ich würde ungern beitragen, aber wenn es halt sein muss, dann mache ich da was rein. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, ob ihr das alleine halt schafft. Ich habe reingelegt. War nur minimal, oder war das schon mittel? War schon... War schon gut. Ähm. Noch reingelegt? Muss ich noch reinlegen, dann? Nee, warte, warte, ich bin noch dran. Ich bin noch am überlegen. Ja. Hm. Denkt ihr, ich muss? So ein Polster wäre nicht schlecht. Ja. Was ist eigentlich, wenn ich nur eine Karte beitragen darf, was ist mit der Declare-Mail-Jug-Karte? Wählt ihr als Karte, oder? Also generell gilten für dich alle Skill-Karten, kannst du nicht benutzen, außer die Tertory-Karten, und du kannst nur Tertory-Karten benutzen. Du kannst die Text-Effekte davon nicht mehr aktivieren. So zählt wirklich nur Value und Farbe noch für dich. Und ich habe reingelegt. Okay. Okay, dann. Sieht gut aus. Plus 4, 9, 12, 17, 15, 20, 22, 24, 27, 28. Eine negative Karte drin. Das sind die Declare-Mail-Jug-Karte. Das sind die Declare-Mail-Jug-Karte. Das sind die Declare-Mail-Jug-Karte. Wer ist reingelegt? Ich, ich habe 5 Karten oder so reingelegt. Nee, warte, 4, glaube ich. Äh, Fabian hat reingelegt. Und sonst, keine Ahnung. Ich habe eine reingelegt. Ja, du und Kakando und Eric haben, glaube ich, jeweils eine reingelegt. Ja. Jeder hat reingelegt, okay. Und hat jeder von euch? War die nicht gerade, gell? Ich habe, ich habe auch einen reingelegt. Ja, du hast die Declare-Mail-Jug-Karte reingelegt. Genau. Den hat also jeder positiv reingelegt, was? Ja. Ähm, dann nächster Satvuso. Also, ich würde mich nochmal anmelden. Das wäre eine gute Idee. Ja, aber ich, ich würde das ja jetzt, ohne jetzt irgendwie eine Begründung, äh, vergiss, was ich gesagt habe. Ich sagte, der will dich auch noch in den Knast. Ja, das ist halt jetzt gerade meine... Ja, also, wenn ich dich auch noch in den Knast werfe, wäre es sehr lustig. Aber würde ich nicht machen. Es macht schon Sinn. Also, die Aktionen haben, glaube ich, auch Sinn gemacht, aus meiner Perspektive. Ja. Dein Wort in Götter, oh, na gut. Schwer zu sagen. Oh, nee, wieso? Wieso machst du das? Oh Gott. Okay, ich ziehe eine Kurum-Karte. Und spiele dann diese Karte. Ah. Okay. Jetzt muss ich zwei random Skill-Carts abwerfen. Ich bin ja, ich bin ehrlich, ich hatte kurz Angst, dass du mich jetzt legit wegsperrst. Das ist ja cool. So, und jetzt haben wir ein Fuel mehr. Ist jetzt so? Da kann man, kann man schon mal was für Opfer, ne? Den Fuel bitte um. Ein Fuel und noch was? Nein, ich habe nur ein Fuel. Okay. So, jetzt habe ich immer noch eine Aktion. Hast du Tatchery gezogen? Stimmt, ich muss Tatchery ziehen. Zwei waren es gar nicht. Ja. Ich ziehe da noch mal Kurums Karte ein. Echt interessant, diese Karten dieses Mal. Okay. Ich bin noch dran, ich kann noch mehr schauen, ob ich eine ausspüle. Ach so. Ja. Ja, du hast die Dings nochmal aktiviert, ja? Die Kammer. Ja, ich ziehe jetzt noch eine Kurum Karte hier. So, was soll das? Okay, dann Crisis. Ähm, kack. Das ist los. Das ist los. Ich habe doch gerade Exeggript-Bauder auf ihn gespielt. Ja, genau. Crisis. Ja, ich habe Karten gezogen, das gemacht. Ach so. Crisis müssen wir machen. Fand ich auch einen sehr underwhelmingen Move dafür, dass das so dringend sein sollte. Ja gut, wir springen jetzt. und davor habe ich noch ein Fuel aufgefüllt. Ich glaube, das ist schon dringend gewesen. Ja. Meine Pizze ist da, bin gleich wieder da. Warten wir eine Sekunde. Cool. Ach, da komme ich bitte, ja. Ja, wollen wir dann kurz Pause machen, damit er essen kann oder so? Weiß nicht. Muss man mit dem reden. Ja, hat er ja bestellt, oder wie? Ja, ja. Warte, Gott. Ich weiß nicht, wie sehr wollt ihr das Karten? Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, oder? Ich könnte ja schon mal eure Meinung sagen, aber aber wir könnten halt mit sehr vielen Schiffen dann abheben, wenn wir viel Population haben. Ich glaube nicht, dass wir den Skillcheck machen sollten, oder? Brauchen wir glaube ich nicht machen, ne? Naja, denke ich auch nicht. Ich bin auch mal kurz weg. Jo. 17 ist halt schon heavy, ne? Ja. Und was verlieren wir denn? Population und Moral. Jo. Ich hätte theoretisch noch mal gern drunter geschaut, ob wir, äh, was das Nächste kommen würde bei Destination, aber ist nicht übermöglich. Das ist auch immer spannend. Ich war am überlegen, ob ich bei Destination gucke eben. Ja. Ja, ich habe, ich habe auch vorher einmal geguckt und es ist auf jeden Fall, ist useful. Für Zellon als auch für Menschen. Ich warte nur auf den Tag, an dem mal Admiral Zellon ist, weil das war tatsächlich noch nie. Der Admiral hat so viel, äh, Sachen, der er machen kann. Ja, ja. Na, gucken wir mal. Und ihr kommt jetzt echt beide raus, wenn wir auf Dings gehen, auf Caprica? Ja. Jo. War jetzt auch schon meine erste Aktion. Wird gar nicht lange nicht drum diskutiert. Wird sofort ausgeführt. Ich gucke gerade mal, was es da gibt. Warte, ich kann eine Occupation. So, ich bin wieder da, aber warten wahrscheinlich noch kurz. Naja. Bin ich immer ganz kurz weg? Ja, ja, ich glaube. Wir können jetzt auch zehn Minuten unsere Pause machen, oder? Ich weiß nicht. Ja, an sich schon. Oder fünf Minuten, ich weiß es nicht. Ich bin nebenbei am Essen. So als revierter Zellone, hast ja, hast ja nicht viel zu tun. Ja, es ist tatsächlich sehr unglücklich, dass es in so einer Situation ist. Aber halt auch, wenn man eine Quintal ohne dafür verliert. Was meinst du? Ja, ich habe jetzt meine Frage. Ich habe jetzt mal eine Frage, wenn die Zellonen die Locked Civilian Chips erreichen, werden die dann vernichtet, oder? Ja. Einer halt. Aber wenn aktiviert wird, aktiviert wird, wird einer vernichtet. Genau, ja. Wie heißen denn die Dinger da? Die heißen? Occupation Force. Okay, die heißen nur Occupation Force. Das heißt, ich kann die nur mit Karten effekten, die wo Occupation Force steht, oder? Du kannst die angreifen und Maximum Firepower, die Karte ist, wird das Re-Roll angesehen für den Wurf. Wenn du sie angreifst. Ja, aber wenn nicht andere Karten haben, die die Effekten, dann geht es nur, wenn der Occupation Force draufsteht auf den Karten, oder? Was genau meinst du? Ja, es gibt hier so Quorums-Karten, da stehen halt andere Übergriffe drauf. Achso, ähm... Sind das... Also, meine Frage ist, sind das Ceturions, oder? Nee, 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 das nicht, nee. Ja, ich weiß, was du meinst, nee. Also, Occupation Force und Ceturion sind was anderes. Die Ceturions sind die... Also, Destroyer Ceturion, oder so, gibt es dann, glaube ich. Lustigerweise, wenn wir ein Ceturion an Bord hätten, während wir nie in der Caprica-Phase kommen würden, wäre Ceturion, wenn die Galaktika wiederkommt, immer noch auf Bord. Aber er ist, so lange deaktiviert, wie die... Ja, einfach mal ein ganzes Jahr auf der Galaktika, ohne irgendwas zu machen. Waren die ein Jahr auf dem Caprica? Achten Monate? Nee, ich weiß nicht genau. Zumindest hat mich das Resurrection-Schiff vor meinem Krebs geheilt. Aber immer so, ne? In der Serie, das stört mich schon, seitdem ich die Serie zu Ende geschaut habe, in der... Habt ihr die komplett gesehen? Ja, du kannst alles folgern. Okay, gut. Da bin ich immer so. Ähm... Hier die... Die Laura... Wie heißt sie? Roslyn. Laura Roslyn, ne? Diese Wannabe-Prophetin. Es ist ja in den ersten Staffeln sehr nach diesen Prophezei-Dings gegangen und auch zu verfahren worden, ne? In der Serie. Wieso genau hat die dann die Erde miterlebt? Weil der... Weil der sterbende... Der sterbende Führer nicht sie war, sondern das Rommschiff, glaube ich. Oder irgendwas, oder? Hm. Ja gut, das könnte man jetzt auch so sehen, tatsächlich, aber... Aber, ich meine, an sich hat das Rommschiff die Erde ja auch gesehen. Ja. Stimmt, da war... Da war irgendwie... Ihr werdet die Erde erreichen, aber euer Führer wird dabei sterben, oder euer Anführer, oder irgendwie so. Euer Anführer, ihr werdet die Erde finden, also euer... Eure sterbende... Irgendwas würde ich zur Erde leiten, aber ich würde sie selber nicht erreichen. Irgendwie so, naja. Es hat mich auf jeden Fall sehr getriggert. Ja, 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 auch das Romm... Auch das Romm... Auch das Romm... Zerstört haben, diese Vollidioten. Auch das Romm... Ich meine, wenn die Zylonen noch einmal zurückgekommen wären, irgendeine Splittergruppe, äh, zur Erde, da hätten die nichts machen können. Nichts. Das war auch so schwachsinnig. Was haben sie zerstört, am Ende? Äh, die ganze Flotte haben die Flotte in die Sonne geflogen. Was auch gerade schwachsinnig war. Hä, warum das denn? Wenn die Zylonen zurückgekommen wären. Wollten halt neu starten. Deswegen haben sie die Flotte. Ja, aber dafür die ganzen technischen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte opfern, finde ich jetzt auch nicht so smart. Ja, da hätten sie auch einfach landen können, oder? Ja, eben. Naja, gut. Ist halt... Also, ich blieb lieber im modernen, sicheren Raumschiff, das hermetisch gegen alles abgeringelt ist, als in der Hölzhütte. Eben, ja. Also, ähm... Na gut, aber wenn du... Wenn du... Wenn du hart... Wenn du, wie weißt du, was ich, wie lange im Weltall unterwegs warst, hast du vielleicht auch einfach keinen Bock mehr auf Raumfahrt. Ja gut, aber du kannst ja auch Raum leben, sozusagen. Also, kannst du deinen Raum zu pflanzen, oder auch abbauen und umbauen und sowas halt. Und ich bin wieder da, ich schlage wieder das iPad neu, das hat wieder nicht funktioniert. Ich kenne den Struggle. Hast du Dark gesehen, Karkandu? Ähm... Boah. War das... Was war das nochmal? Sag mir was. Jonas? Ja, okay. Ja, hab ich gesehen. Bis zu... Bis zu... Keine Ahnung. Sehr weit. Nichts zu Ende? Okay. Ich glaub, nicht ganz zu Ende, aber es ist sehr weit. Ich glaub, sehr kurz bis zum Ende und dann hat's mich einfach nicht mehr rangezogen. Echt? Okay. Ja. I don't know. So was ist immer schwierig. Das ist doch die Story. Also, da wird's auch zum Abschluss alles gebracht und so. Okay, krass. Okay. Wie viel... Ist die eigentlich schon durch? Also, die ist dann durch? Ja, ja. Drei Staffeln gibt's. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln. Hast du nur zwei gesehen? Ich glaub, ich bin wirklich kurz am Ende abgesprungen dann. Ja, gut. Du kannst nicht sagen, was passiert ist. Aber ich fand... Also... Ist jetzt kein Spoiler, aber ich glaub, die Serie... Also, die letzte Folge hat auf IMDb irgendwie eine Bewertung von 9,7. War die denn so gut? Von 10 oder wie? Also, es lohnt sich schon zu Ende zu schauen, auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, die Erwartung, die die Serie gestellt hat, kommt das Ende dem gerecht? Also, es kann natürlich deinen persönlichen Geschmack geben, aber ich glaub, es ist schon personengerecht. Ja, aber ich mein so, die generelle Erwartung, die man von so einer Serie hat, ist ja, glaub ich, sehr... Ich weiß nicht, ob es sehr... Nein, das ist schon sehr gut gemacht. Also, um welche Serie geht's? Äh, Dark. Sag mir nichts. Ist eigentlich sehr gut, ist auch eine deutsche Serie. Also, ich glaub, das ist so ziemlich die beste deutsche Serie der letzten 10 Jahre, würd ich jetzt mal behaupten. Boah, ich kenn jetzt nicht alle, aber würde auf jeden Fall mit... Äh... Ich finde auch die, 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 die das Boot-Serie kommt ja der F eigentlich gar nicht schlecht. Also, Dark ist, glaub ich, schon mal noch ein anderer Kaliber. Also, da ist auch, also, besonders dann später ist halt das Production Value schon so extrem hoch. Also, das ist halt schon... Das ist eine Netflix-Produktion, ne? Ja, ja. Okay, gut, das erklärt einiges. Echt, also, mich wundert ein bisschen, dass die dir nicht so gefallen hat. Nee, mir hat's schon gefallen. Also, ich fand die Serie gut, aber irgendwann hat's mich einfach nicht mehr... Ich war dabei, ich hab auch die Story sehr verfolgt, auch aktiv verfolgt, aber irgendwann hat's mich einfach der Haken losgelassen. Okay. Ich weiß nicht, kann ich nicht erklären, aber es hat mich einfach... Von nur auf von hat's mich nicht mehr gejuckt. Ist halt schon viel. Also, man muss halt, was ich halt auch gemerkt habe, man muss halt schon wirklich dabei bleiben und immer aufpassen. Ja, das stimmt. Wie bei Game of Thrones? Das war, glaube ich... Nee, das ist nochmal extremer dran. Ja, ich würd's auch in eine Kategorie stecken. Ja, eher wie bei Tarton oder so. Nein, also, es ist ein ganz anderes Level. Naja, es ist... Ja, ja, schon. Wenn du bei Tarton nicht von Anfang an guckst, bist du auch verloren nach zehn Minuten. Okay, ich weiß nicht, der Tarton-Gucker kann schon sein. Ja, aber es ist halt eine gesamte Staffel, also drei Staffeln, wo du aufpassen musst. Ja, gut, aber Tarton ist jetzt, glaube ich, auch schon eine sehr lange Serie. Tarton kann ich mir mal hier angucken. Ja, aber ist Tarton nicht jede Folge für sich? Ja, es ist jede Folge in der anderen. Das ist auch immer... Es gibt ja verschiedene. Es gibt ja irgendwie Tarton Münster, Tarton Hamburg, Tarton... Ja, aber Tarton ist schon so, dass ich halt jede Folge einzeln in welcher Reihenfolge auch immer schauen würde und wenn ich pro Folge aufpasse, dann verstehe ich alles. Ja, ich glaube, die Charaktere, also, wenn eine... Münster, das entwickelt sich auch so ein bisschen weiter, also, wenn du... Ja, aber ich glaube, das ist nicht so extrem halt, ja. Ja, das nicht. Würde ich jetzt mal brauchen. Aber bei Dark musst du halt wirklich jede Folge aufpassen und dann... Also, es ist schon so, dass du dann auch halt rewarded wirst, wenn du halt an Sachen aufpasst und dir Sachen auffallen und solche Sachen. Und da sind auch sehr viele Sachen halt versteckt. Ich habe auch nicht alles gesehen, bei Weitem nicht, gar keine, oder? Da gibt es halt wirklich die Sachen, die versteckt sind, wo man, wenn man die halt dann noch sieht, dann versteht man auch mehr und sowas. Bei mir ist es immer so, dass ich mich mit Serien schwer tue, von dem man irgendwie Fachwissen hat oder so, ne? Fachwissen? Was meinst du? Also, zum Beispiel, ich bin Jurist, also ich studiere das und immer, wenn dir jetzt irgendwie im Tatort irgendwas strafrechtes gesprochen wird, was nicht ganz korrekt ist, raste ich immer innerlich aus. Und ich glaube, das geht Leuten in Physik und so weiter auch genauso, ne? Und das finde ich mich immer schwer. Also, gerade, ich habe noch einen Freund, der ist Historiker und mit dem kannst du gar nicht vorhin gucken, weil... Ich habe immer Probleme, wenn die... Ich habe immer Probleme, wenn die anfangen, von Spannungsfluss zu reden in irgendwelchen Zeitungsartikeln, da dreht sich mir die Haare hoch, ne? Ja. Ah! Spannungsfluss! Oder, ich weiß nicht, kennt ihr diese komischen Disney-Jokes? Genau, was meinst du? Ähm, Star Wars? Die letzten... Vor allem die letzten beiden Filme, ne? Ach so, ähm... Nö, gar nicht geschaut. Ja, sei froh, ey. Komischerweise arbeite ich im Kino und habe keine Star Wars-Filme von denen angeschaut. Ja, ist auch besser so. Ja. Habe ich auch nicht bedeutet. Für mich existieren die einfach nicht. Welche... Was für Filme? Die letzten Star Wars-Filme. Die letzten drei. Ja, habe ich auch noch nicht geguckt. Aber ich bin... Ja, lass es sein. Ich bin auch... Bei Star Trek bin ich, glaube ich, auch bei Insurrection. Die anderen habe ich auch alle nicht geguckt. Sag mal, Fabian. Ja? Hast du Piggy Blinders gesehen? Serie, oder was ist das? Naja, ja. Gangs of Birmingham? Ach, ich schaue super wenig Dramasachen halt. Hm. Aber ich glaube, also... Wie heißen die Banner? Piggy Blinders. Aber ich habe das Gefühl, heute kommen wir richtig schnell zu Rande. Das kann auch daran liegen, dass wir zweimal eine Dreierkarte gezogen haben, ne? Naja, das ist gut möglich. Ich habe es da bei Discord geschrieben. 2019, ja. Ich habe es gefunden. Okay. Habt ihr euch auch... Ja. Habt ihr eigentlich von dieser Jack-Wyden-Serie gesehen? Da habe ich nur die alten gesehen, mit dem U-Boot. Jetzt ja auch der Jagd auf Roter Oktober hat der irgendwie auch mit dazu, ne? Ja, das ist legendär. Ja, aber es gibt ja auch eine neue Serie, die Tom Clancy's Jack-Wyden heißt. Die habe ich schon runtergeladen, aber nicht angeguckt. Gibt es eine Serie, das sind dann nochmal 45-Minuten-Teile, oder? Ah ja, eine Stunde, vier Minuten, und dann ist die erste Folge ansonsten immer so zwischen 40 und 50 Minuten. Ah, okay. Und da geht es irgendwie... Ich gucke mal gerade. Das ist von 2018. Und da geht es irgendwie wohl darum, dass irgendwelche... Also die Finanzierung von Banken und Terror-System und so weiter. Jetzt spielt die CDU mit, ja? Oh Gott. Ja, dies. Das kann die ganze Wahl drehen, was da passiert ist. Ja. Ich kann sie nur empfehlen, die Serie. Die ist echt... Habe ich hier schon dreimal angeschaut, glaube ich. Echt krass. Ja. Ich mache es immer zu meiner Watch, auf meine Watchlist, wenn dann die nächste Staffel oder so rauskommt, schaue ich dann vielleicht rein. Ja, kann ich herzenswärme empfehlen. Sehr, sehr nice. Welche noch? Ja, also ich schaue meistens nur gerne Serien mit so Science-Fiction-Fantasy-Sachen und sowas. Daraus stehe ich halt mehr. Aber diese... Die ist die von Star Trek? Die ist... Nein, die ist Deep Space, nein. Wie heißt die? Discovery von Star Trek, ne? Oh, Drive! Die war ja... Ja, ist halt mal was anderes, ne? Ja, aber... Also ich fand so, die erste Staffel war doch halbwegs erträglich und danach ist das Ding halt völlig gekippt, ne? Das ist halt keine Star Trek-Serie. Nein, also das war eine Burning... Das war irgendwie eine Burningham-Szene. Davon. Also ich glaube, da gibt es auch viel Flame, das ist übertrieben, aber was ich halt denke, ist, dass es halt keine Star Trek-Serie ist. Wir hätten halt die Rechte an Star Trek gekauft haben, wir hätten halt nicht die Rechte an Star Trek kaufen müssen, um die Serie zu drehen. Ich bin ja gespannt, was die Jungs von Axanada drehen. Da gibt es eine Fanserie, die sie drehen. Ich bin mal gespannt auf die neuen Star Wars-Serien, die angekündigt sind, weil mit Mandalorian hat Disney, finde ich, mal endlich was rausgebracht, was wirklich gut war. Ich habe Spaß gemacht, das dann zu sehen. Oder hat schon einer sich an den PK da die neue Serie getraut? Ich habe ein paar Folgen gesehen, aber... Ich meine, wenn ich halt Star Trek sehen will, dann bin ich halt irgendwas mit Raumschiff, Captain, irgendwie eine entspannte, coole Story, wo halt Charaktere dabei sind, die sich dann halt über sechs, fünf, sechs Staffeln entwickeln, ja, und ich will halt eine gesamte Kuh haben, die cool zusammenspielt und so. Sowas stelle ich mal nur Star Trek vor und da halt ein cooles Universum, wo halt die Leute halt irgendwie zukunftsmäßig agieren und vielleicht halt auch so ein bisschen Utopia-Feeling aufkommen teilweise und solche Sachen. Sowas stelle ich mir vor. Also ich habe so ein bisschen, also was ich gerne mal sehen würde, da so eine richtige Warhammer 40k-Serie. Also ich glaube, also ich habe so ein bisschen das Problem, weil ich weiß nicht, ob du das vernünftig darstellen kannst, weil es ist ja im Prinzip so blutig, so brutal, so furchtbar, wie es nur geht und das doch mal mal sehen. Also es gibt auf YouTube eine Warhammer 40k-Fan-Serie, die geht ab. Ja, Astatis, ne? Ja, genau. Apropos, apropos, aber apropos blutig, habt ihr den Film The Cube gesehen? Ja, ich glaube schon. Da sind die, da sind irgendwie sechs oder sieben Leute in so einem Labyrinth eingesperrt und in jedem Raum, den sie betreten, können irgendwie Fallen drin sein und das ist auch komplett blutig, das Ding. Ah, sag mal was. Also zum Beispiel, der springt in den Raum rein und dann kommen von überall so Drahtseile raus und da siehst du, wie der so in lauter kleine Scheibchen zerfällt. Jemand schaut sich alle meine Karten an? Okay. Ähm. Ich bin gerade rausgetappt, das ist vielleicht der grüne Zeiger. Nee, Erik hatte irgendwas komisches. Ähm. Bin auch, ich war eben auch auf dem Discord gewesen. Achso. Er hat, er hat, er sah noch so komisch aus. Erik, Erik wollte wissen, ob du der Zidrone bist. Wegen nochmal Dark, Kakan, du, ich versuch Chris noch zu überreden, die anzuschauen, aber irgendwie wieder nicht. Ich glaub, das ist nicht sein, äh, sein Serien. Ja, aber er sagt noch, also er hat doch immer gesagt, er will irgendwie eine Story haben und sowas. Ja, aber ich glaub, er meint nicht sowas damit. Ja, aber ich glaube, okay. Also was ich, was ich gehört habe, was ich gehört habe, dass, ähm, das wohl eine Eisenhorn-Serie irgendwie verfilmt wird momentan. Also ich weiß, Herr der Ringel kommt und Battlestar Galactica machen sie auch. Aber ich finde, ich finde, Herr der Ringel, also beim Herr der Ringel finde ich das Universum ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt. Weil ich, also ich finde sozusagen, überall ist alles auserzählt, hab ich so das Gefühl. Und, und in diesem großen, in dem, ich weiß nicht, die Wondrafort, okay, da könntest du halt sagen, ja, ist ja genug Platz, mach halt nebenan. Ja, aber es, also ich habe ja mal gehört, dass die halt, dass die halt, dass die mit der Warhammer-Lizenz nicht so gut umgehen halt und deswegen kommt da nicht. Ja, die werden nicht verschleudern, aber ich glaube, dass die, äh, mit den Warhammer-Fantasy-Games da jetzt, für den War, dass sie damit einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Das war jetzt ja mal nicht verhunzt gewesen. Und mittlerweile stimmen sie ja auch ihre Marketing-Kampagne darauf ab, habe ich das Gefühl. Mal kurz zurück. Die, ähm, die bringen auch ein neues Tabletop raus, wenn jetzt, äh, wenn jetzt der dritte Teil davon rauskommt. Von, äh, von, äh, von Warhammer-Mach. Die bringen, äh, kennst du, kennst du das, ähm, Warhammer-Fantasy? Nee, kenn ich nicht, aber irgendwie hat, da denkst du ja auch mal ein Tabletop gespielt, ein Medicus von, von Warhammer, glaube ich. Naja, also auf jeden Fall, das ist im Prinzip so ein mittelalterliches Fantasy-Universum. Und das hatten sie mal irgendwann eingestampft, ähm, weil wohl die Verkaufszeit nicht mal so gut war. Und das hat halt die, die ganze Fans völlig auf die Palme gebracht, ne? Ah, okay, ja. Und, ähm, jetzt bringen sie wohl, sozusagen, so ein, Warhammer-Fantasy-Tabletop 2.0 raus. Und das ist wohl das Gerücht, dass sie es zusammen rausbringen mit dem Launch von, äh, Total War, Warhammer 3. Das hat auch wirklich herzlichen Figuren verkaufen können, ne? Warhammer, The Old Words heißt das. Schauen wir mal, wie das Spiel heute zu Ende geht. Ich seh ja noch Chancen für die Zielonen. Bin wieder da. Fuel, ah ne, Fuel kannst du nicht ver... Ja doch, es ist glaube ich auch noch ein bisschen Fuel in den Schiffen, ne? So, ich muss mir jetzt eine Zahl entscheiden zwischen den zwei Sachen, oder? Ist er da? Ne, ich glaube, Fabi ist gerade. Fabi hat ja. Was ist er denn? Oh, Force Water Mining. Macht noch einen bei euch bei Heumitz morgen? Ne, ist nicht so mein Spiel. Oh ne, Manns. Aber jedem das eine, Ja. Wie sieht's denn aus, Erik? Gewinnt der. Der, wir? Ja, sicher. Na, ich bin in Deutschland, ne? Ja, okay, als Deutschland verliert man bei Heumitz ja immer. Oder häufig. Und der Russe gewinnt statistisch gesehen immer. Obwohl er angeblich so schwach ist. Werde Russe? Ja. Ich werde nie, jeder Spieler immer lässt den Russen machen, was er will, bis es dann zu spät ist. Ich werde es nie komplett verstehen. Aber in dieser Runde gibt's ja kein Russland mehr. Ja, nein, also, wieder Heuro da. Jetzt bin ich da, jetzt können wir weitermachen. Können wir weitermachen. Sind alle da? Will noch jemand was sagen? Hat's gut geschmeckt, Satvuso? Ach, echt noch nebenbei, aber ja. Aber wer war dran? Ähm. Hier. Das hier. Und dann, der war dran. Äh, ich war. Okay, das ist denn der Separation-Marker jetzt. Wollen wir das Untere nehmen? Hätte ich jetzt nichts dagegen. Ich glaube, den oberen Skillcheck, da müssen wir halt Karten reinwerfen. Ich hätte jetzt nichts gegen den Unteren. Ja, ich war auch von Unteren. Nimm mal den Unteren. Okay, äh, Random. Das heißt, äh, ich kann das jetzt verweigern, weil das negative ist, ne? Random bedeutet, äh, durchmischen und einziehen. Ja. Wenn ich jetzt zu Ende eine Tertiary-Karte abwerfe, muss ich das dann ansagen? Ja. Ja. Also ich werfe eine Tertiary-Karte ab. Ich spiele eine Tertiary-Karte ab. Ich spiele eine Tertiary-Karte. Keine Sabotage. Muss ich noch eine Tertiary-Karte abwerfen? Ja, ne? Ne Sabotage. Ja, genau. Wenn du noch einen abgeworfen hast, dann... Habe ich noch nicht. Ja. Äh, dann Galactica bekommt ein Damage, ne? Ja, Keron-Player-Choose ist wer, oder? Egal. Achso, ja. Keron-Player-Choose ist wer Keron-Player? Ist er Two-So, oder? Äh, ja. Ich hab's dir schon gewählt. Ja, aber du darfst noch die Sabotage wählen. Welcher... Welche Schiff bekommt Schaden? Äh, Pegasus. Aber wenn der Galactica steht, ist das mit dem Ding, ist das beide, ja? Ja. Ah, okay. Achso, warte mal. Stimmt. Damage Galactica steht. Damage Galactica, ne, Moment. Dann war das sogar richtig hier. Das war's. Armory, ja. Armory. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir sind gesprungen. Sind wir jetzt nicht auf Caprica, oder sogar? Ne. Jetzt muss der noch Admiral noch ziehen, oder? Ja, der Admiral muss jetzt noch auswählen. Dann nimm mal bitte die, wo drei viel verborgen werden, Erik. Äh, ich bin nicht mehr abgeraden, was ich weiß. Ah, okay. Ups. Shit! Der ganze Plan ist durcheinander. Aber dann ist das... Aber du bist ja gar nicht der Zilone, dann muss der andere das machen. Der Präsident hat mich abgesetzt. Ja, das ist jetzt scheiße. Mit ganz zwei Zähnen, glaube ich. Ja, gut. Die muss runter. Ich hatte gerade legit die Wahl zwischen Pest und Pest. Bitte, den Stabloch hin. Ja, okay. So. Okay. Wir kommen auf eine Caprica an. Das heißt, jeder ins HQ, der offiziell menschlich ist. Mein gut, dass er da noch ein Fuel zugemacht hat, sonst wäre es durch gewesen. Also, ich vertraue Satvuso jetzt schon ziemlich stark, nachdem er das auf mich gemacht hat. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er als Zilone mir halt da noch mal Power gegeben hätte. Und ich glaube, ihr könnt mir auch vertrauen, dass ich den Fuel da gemacht habe. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, ich meine, wir haben jetzt Kakando und Erik entmacht, weil sie halt verdächtig waren. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass es Erik oder Kakando ist. Ja, deswegen habe ich ja dir das hier anbereitet. Aber könntest du den Finger auf einen von beiden Putten? Wie sicher seid ihr euch denn untereinander? Was haltet ihr von euch gegenseitig? Ich bin mit ziemlich selbst des Fabian-Mensches. Ich auch. Das, also, ist es halt so, Kakando, wenn er sehr, sehr gut... ich bin auch gerade dran, aktiver Spieler. Warte kurz. Äh, hier, äh, Satvuso, findest du den Fakt, dass Fabian 3 Loyalitätskarten hat, äh, kein bisschen irgendwie einfließend in die... Ich glaube nicht, dass er uns Ressourcen zurückgegeben hätte, wenn er in Zidon wäre. Hätte ich euch viel zurückgegeben als Zidon. Das ist ja... Also, das ist schon hardcore, Kakando. Also, also, es ist halt wirklich hardcore. Das musst du, also, was bringt mir das denn, bitte? Das stimmt schon, ja. Also, ich hätte jetzt gewonnen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Vielleicht hast du ja keinen Bock zu gewinnen. Ich vertraue einfach mal, ähm, dann, äh, aktiviere ich jetzt das Resistance HQ und choose a character on a Caprica, human or Zidon, dem fastest skilljack to execute him auf, äh, Saul Tai, auf Erik. Oh. Ja, ich, ich dachte halt auch das erste, das war auch meine Vermutung. Dann richten wir den jetzt mal hin. Aber das Problem ist halt, Kakandu, was will ich lassen? Dass ich nicht sicher bin, dass du es bist. Es ist okay. Ich hab das, ich wollte sowieso diese Runde jemanden exekuten, am Anfang warst du mein Ziel, Fabian, jetzt tue ich, äh, er hat mich überzeugt, ich tue jetzt Erik in Richtung. Ja, das Problem, also, Kakandu, das Problem mit dir, das ich heute habe, ist, dass du komisch spielst. Ja, du spielst immer ein bisschen komisch, aber manchmal, also, du bist dich zwar heute immer überzeugt, aber warum denkst du dich selber daran an? Weil es ist doch schon ein bisschen offensichtlich, dass ich Mensch bin. Naja, nicht unbedingt. Also, ich würde tatsächlich Erik verteidigen. Ich will ihn nicht. Ich glaube, es ist Kakandu. Echt? Ich glaube, dass Kakandu das jetzt macht, ich weiß nicht. Er wird für mich nichts verdächtiger als Kakandu. Also, allein der Fakt, dass er jetzt gegen mich vorgeht, ist doch Fakt. Du willst mich erschießen? Schau mal, schau mal. Nee, ich würde dich hinrichten. Warum ich dazu machen würde, also, warum ich das unterstützen würde, der, weil, ich kann dazu E-Commerce beitragen, aber Erik hat vorher, als dieses Nukes-Ding kam, nicht genug reingelegt. Der hat noch Karten gehabt und die hat er nicht reingelegt. Ja, aber habe ich ja auch gemacht. Ja, aber ich vertraue dir. Ich vertraue Kakandu halt Null. Also, wir haben sechs Moral. Wir haben noch sechs Moral. Dass wir es machen können und dann Klarheit haben können halt, ja? Eben. Also, wir haben halt Klarheit dann. Wenn Erik es nicht ist, dann ist das halt Kakandu. Das Ziel ist auf jeden Fall doch auf Neu-Kaprika auf jeden Fall den zweiten Ceylon herauszufinden, oder? War das nicht am Anfang gar ein Spielziel? Ja. Das erste Runde von Neu-Kaprika, wenn, dann jetzt. Ich würde da aber ungern was reinlegen. Ich könnte auch nichts groß reinlegen, tatsächlich, merke ich gerade. Ich habe schon wieder so großartige Karten. Ja, aber du hast doch Minuten-Karten. Ja, aber Rot brauche ich doch. Ja, stimmt. Treachery, Gelb und Yellow. Das Grün, ne? Wer muss denn anfangen? Jetzt muss noch Erik und also... Erik fängt an, ja. Erik? Ja. Erik möchte nicht exekutiert werden, habe ich das Gefühl. Ich leg eine Karte rein. Ja, er kann gar nicht so viel haben, wenn er seine Farben so anschaust. Das war eigentlich schon Smart von dir, Kakandu. Hast du dir überlegt, oder? Auf jeden Fall, ja. Wer ist dran? Äh, unser Ceylon. Panzerpanzler. Ich bin raus. Macht, was ihr wollt. Okay, also ich kann dazu beisteuern, aber ich kann das nicht alleine machen. Es sind drei Karten und es ist ein Siebener Skillcheck. Ach nee, warte mal, es ist grün und... Ja, okay, ja, okay, actually, ich kann den, ich kann da sehr viel beisteuern. Ich, ich töte den, äh, ich töte ihn, ja. Das mache ich. Also mein Beitrag wäre extrem minimal, aber ich weiß nicht. Ja, hau rein, was geht. Wir tun, wo ich wieder so auf die Einsatzstellen ankommen. Ist das wo so? Der ist noch am überlegen, was er machen soll. Also, es ist so, wenn es Eric nicht ist, ja, dann ist halt Karkandru, ist ja auch nicht schlimm, oder? Das sehe ich ein bisschen anders. Also, das, das schlechteste Outcome, den du haben kannst, Satuso, ist, dass wir einen Moral verlieren. Das wäre der schlechteste halt, ja. Oder? Ja, und er verliert halt seine vier Karten noch. Schau, aber ich kann ja schon, ich sehe ja Karkandrus Züge schon vorne hier. Was passiert, wenn Eric es nicht ist, ne? Dann wird er sagen, dass ich es oder du es bist. Also wird er versuchen, einen von uns beiden zu überzeugen. Ja, aber dann wissen wir ja, dass es Karkandru ist, oder? Ich sag mal so, Eric weiß jetzt sowieso, dass zwei Leute gegen ihn sind. Ob es jetzt Zulon ist oder Mensch, ist er jetzt vollkommen egal. Und er ist als nächster dran. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er Zulon ist, dass er sich bewillen wird? Mal so kurz als Gegenfrage, wie ist das von Eric, wie zieht Eric dann neue Levitationskampf? Er bekommt einen neuen. Ja, es gibt keine mehr. Es gibt keine mehr. Ja, wie ist das dann? Ist er bleibter der Mensch? Ja, er bleibt dann das, was er ist. Das können wir leider nicht anders machen. Okay, ja gut, dann, er kriegt ja einen neuen Charakter dann. Ja. Also zur Not haben wir dann halt nur einen geconfirrten Mensch. Das ist halt das Schlechte dann. Ich finde mich nicht comfortable, damit bin ich ehrlich. Aber hast du das hoffentlich positiv reingelegt? Nee, ich habe jetzt zwei, fünf war rote. Wenn da jetzt so Sessionjack zwei, fünf war rote drin sind, habe ich echt ein Problem mehr. Okay, ja, ich habe reingelegt. So. Sorry, Erik. Lies ihm seine Rechte vor. Ich bin nicht wirklich sicher. Ich bin mir sicher, es ist Karkandu, aber... Und warum liegt es nämlich um zu bringen? Ach komm. Ja, weil es halt verdächtig wäre. Sorry. Gott. Ja. Da war ja schon die erste Rote. It happened, es ist passiert. Wieder passieren diese Menschen. Nicht alle. Okay. Karkandu, nicht alle sind Menschen. Quatschery, grün und lila. Zwei, vier, sieben, neun, sieben, zehn, elf, zwölf, vierzehn, fuchzehn, vierzehn, sechzehn, dreizehn. Ja, nech. Sorry, Erik. Damit werden dir deine Rechte vorgelesen und hingerichtet. Wir haben das Vater und das Sohn und des Heiligen Geistes. Ab mit Sein. Auf mit die Airlock. Oder hier auf der Kaprika Erschießungsremandofeuer. Die drei Heiligkeitsimperiums, ne? Voltheim mit der Flammenwerfer. Exaktly. Du weißt ja, ein Bereich ist zu klein. Also du musst jetzt hart abwerfen und dann bist du überprüfen, ob du Mensch oder so da bist. Hat er, weiter, hat er nicht noch irgendeine Treadshaker gehabt? Habe ich halt abgeworfen. Musst ich jetzt zeigen, ja, ne? Ja. Jo. Dünn. Du machst es nicht so spannend. Wap. 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 Ja, Karkandu, ähm, will ich mir erklären, warum du dich jetzt gerade als Zillung ausertäuscht? Ich kann einen neuen Charakter wählen, ne? Ja. Wir verlieren, glaube ich, noch eine Moral, ne? Ja, für eine Moral, ja. Dann nehme ich auch mal... Hold up. Du konntest nicht vor dir gedacht. Jetzt nicht vor dir gedacht. Wo startet er jetzt in der Sackbay, ne? Hä, wieso bin ich es jetzt gerade? Ich weiß es nicht, aber... Nee, du landest, ähm... Ich weiß es nicht halt. Wie ist es jetzt Karkandu? Ich weiß es nicht. Ich wähle Balta. Okay. Warum das... Achso, ah! Okay. Warte, warte, jetzt ist Gaios Balta. Kriegt er dann nicht noch eine Loyalty-Card? Ja, wie wollen wir das jetzt machen? Das wäre eine dritte Menschenkarte. Wenn du das als Menschenkarte, dann kann er den aber nicht nehmen, würde ich sagen, oder? Also man kann ihn in der zweiten Spielhälfte schon nehmen. Das ist auch im Regelbuch, glaube ich, irgendwie geklärt. Ich glaube, er kann ja auch seine Fähigkeit nicht benutzen tatsächlich. Warte mit dem Wählen. Du kannst deine Fähigkeit nicht benutzen, oder? Das kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da irgendwas gelesen von. Ja, stimmt dann. Kennst du nicht. Gaios Balta. Ja, Gaios Balta is selected as a new character after this deeper face he may not use his silent detector ability. Das wäre ja auch, hart. Ja, dann nehme ich die Kane. Aber der hat ja doch auch keinen. Die hat auch keine Ability, ne? Ja. Kann jump. Und vielleicht wegen den Karten? Aber der wäre da aber auch schon ganz nice eigentlich. aber sie kann jumpen, ne? Ja. Aber jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Ja, sie können unterschiedlich machen. auch nicht. Ja, okay. Die wird vielleicht noch was am meisten bringen. Können wir gleich nochmal killen. Ich nehme jetzt den Adama. Ach, dann stirbst du, wenn du zwei oder less Moral hast. Da drückt jetzt auch nichts. Der Adama stirbt noch nicht. Adama passt, ist okay. Adama passt, ja. Ja, gut. Okay. Und wo starte ich dann? Äh, im Mank. Der Adama ist wahrscheinlich jetzt nicht so erfreut, dass wir seinen alten Freund umgebracht haben. Naja. Oh, ich hab dich jetzt weggesperrt als Mensch. Das ist natürlich nicht gut. Der Rache-Engel kommt über euch. Ja. Ja, ähm, dann Crisis. Äh, falsches Crisis-Deck, oder? Ja, falsches Crisis-Deck. Sorry. Glück gehabt. Glück gehabt. Ich glaube, das wäre unser Untergang gewesen. Was war das denn? Was war das denn? Aber war nochmal Fuel? Minus ein Fuel. Oh. Da hätte ich, da hätte ich ja was reingelegt. Das waren von Adfell-Schuhs. Ach so. So. Bottle Treatment. Ähm, oh. Oh, okay. Wer ist dran, der kann du, oder? Ich bin dran, ja. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Natürlich. Ah, warte. Also, verteidigt euch. Ich höre. Ich meine, was soll ich, also, was soll ich, also, wenn ich nicht sagen kann, ich habe halt Fabian diese Dinge zugespült und er hat damit dann halt, äh, uns geheilt. Ihr beide dürft kämpfen. Wenn ich nicht das gemacht hätte mit dem Fuel, wären wir tot. Ist für mich ein Punkt. Also, also aus deiner Perspektive, Kakando, habe ich ja jetzt dann beide Menschen in die Brick gesperrt, oder? Genau, das ist das, was ich gerade denke. Ähm, ja, das ist schon eine Art Anklage. Vor allem, weil das doch meine Executive Order, ne? Ja, das war das Beste. Also, Warte, das stimmt, das ist ja kacke auch gerade. Also, das ist so kacke, du. Entweder, entweder du bist es halt, oder Satvuse ist es jetzt aus meiner Perspektive. Ja, same aus meiner Perspektive halt mit euch beiden. Ähm, was denkst du denn Satvuse? Was sagst du denn? So was? Ich bin nicht zu dumm, oder? Ja, was ist denn deiner Meinung von der aktuellen Situation? Ja gut, ich bin eigentlich sehr stark davon aus, also, ich gehe sehr stark davon aus, dass du es bist, natürlich, aus deiner Perspektive bist du es nicht, aber so, ich war mir halt sicher, dass du es oder Kakando ist. Fabian macht halt für mich irgendwie sehr wenig Sinn, aber ich meine, er könnte halt auch darauf spekuliert haben, dass der eine Fuel nicht mehr den Unterschied macht, und er sich dadurch sozusagen wie Gewissheit sichert, aber es ist halt weiter geholt. Also, ich muss, ich muss leider Folgendes machen, ähm, das heißt leider, ist sogar, obwohl, warte mal, okay, ja, ich mach das, ähm, ich tu, Starbuck in den Knast werfen, also, ich tu, ich tu den Ohreffekt schusen, ich tu Starbuck in die Detention werfen, damit ich den Admirals Titel verliere. Genau, damit bekommt Adama den Admirals Titel nämlich. Ich glaub das halt sicher für alle, oder? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, da hat gerade jemand umgebrochen, ihm jetzt Nukes gegeben, ich weiß nicht, dass er sicher ist. Ja, jetzt kann man ja, jetzt kann man ja davon ausgehen, dass du ein Mensch bist. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem mit dieser, ähm, Kill-Mechanik, finde ich. also Probleme, weil so, das ist halt ein bisschen unbalanced jetzt. Shit, ich weiß nicht. Er ist jetzt hundertprozentig confirmed Mensch. Ich wollte mir eine Atombombe klauen. Weil ich sag mal so, dass Adama beiden am Planeten weggenuket hat, das ist, äh, jetzt anscheinend nix ungewöhnliches, ne? Hm. Ja, das war schön, jetzt bist du in Detention. Ist das in den Regeln echt so, dass man dann einfach confirmed der Mensch ist? Ja, es ist so, wir haben ja sogar die Host-Review gemacht, dass wir neue ziehen in der ersten Phase, aber normalerweise sieht man sowieso gar keine neu. Das macht halt für mich keinen wirklich großen Sinn. Ja gut, denn was ja, jetzt sind wir ja auch Neokaprika, jetzt ist das Spiel sowieso demnächst, also. Ich glaube halt, dass du schon, dass du als Mensch schon die Fähigkeit haben musst, um halt so Sachen herauszufinden, weißt du, wie ich meine? Ja, aber so können wir jetzt halt jeden einzelnen, also theoretisch beim nächsten Mal, könnten wir einfach spielen, so, jo, den R-Log, confirmed Mensch, okay, nächsten R-Log, confirmed Mensch, nächste R-Log. Ja, erstens werden wir so nicht spielen, würde ich mal sagen. Man muss es ja nicht Gaming machen. Und zweitens, verlierst du halt schon sehr viele Runden dadurch, indem halt die Zylonen halt auch schon was machen können. Du hast ja noch Skillkarten, R-Log ist jetzt gerade mal, ist jetzt nicht so ein schwer, ein einfacher Skill. Guck dir das mal an. Ja, jetzt kostet 12, ne? Das kriegst du dann mal nicht unter. Ja, nee, es geht gar nicht darum, ich komme da schon wieder raus, aber das Problem ist halt, ne. Ja gut, er hat halt jetzt, er hat halt jetzt einem confirmeden Menschen hat er jetzt den Admirals-Titel gegeben, das ist nicht falsch fürs Springen. Ja, nein, es ist nicht falsch, aber es ist halt jetzt sozusagen aus meiner Perspektive halt du bist halt einfach unter die Räder gekommen jetzt. Nee, nee, die Spannung ist halt jetzt raus, weil jetzt wissen wir halt, es wird niemals zu früh jumpen. So, das ist halt so ein bisschen, ne? Naja, ja, ja, ich würde sagen, da können wir jetzt noch lange drüber reden, aber ich weiß nicht, ob das Ziel führt ist. Naja, wir können es ja auch nicht fixen, ich meine, es gibt keine Möglichkeit, das anders zu spielen, so. Ja, ich würde halt sagen, einer zieht dann immer eine Zilon und eine Menschenkarte sozusagen, also da ist eine 50-50 Chance, was er ist oder so. Ja, wir können ja die Zilonen können ja Adama nochmal exekutieren. Das ist halt so, wenn wir jetzt ihn, also wenn er das macht, dann sind ja auf jeden Fall drei Zilonen drin und wir haben als Mensch automatisch verloren, dann würdest du ja die exekutieren können. Ah, das ist... Macht ja keinen Sinn. Ja, deswegen... Ja, ja, wir können vielleicht... Wir können vielleicht ein höheres Penalty für Moral oder so machen, dass du halt zwei Moral verlierst oder sowas, ja? Ja, das kann man machen. So was kann man vielleicht machen. Oder ein Moral und eine Bevölkerung oder sowas halt. Ja, die Kaste Moral abgezogen. Nee, mach ich jetzt. Okay. Ich würde jetzt sagen, man könnte irgendwie einfinden, dass je nach Klasse, die man tötet, man verschiedene Malik bekommt. Ja, mal gucken, machen wir nach dem... Ja, ja, lass mal weiterschuhen. Also, da muss ich das ziehen. Oder dass du, wenn du den Admiral tötest, dass du den Zweimoral verlierst oder so. Ich bin dran. Also, war ja nicht der... Ja, doch, wenn du den Admiral oder den Präsidenten tötest, dass du dann mehr verlierst. Dann ziehe ich jetzt Karten, ne? Oder darf ich das nicht mehr? Ja, du darfst nochmal Karten ziehen. Herzlich willkommen in deiner neuen Form. Zumindest, also, Erik, zumindest hat er jetzt wieder Haare. Ich hätte jetzt... Ich hätte jetzt gerne einen... Action namens Exterminatus. Ähm, Erik? Ja? Wer denkst du denn, ist Zölone, Satvuso oder Kakandu? Wieso schließt du dich aus? Ich habe mit der Fuel-Aktion ausgeschlossen. Außerdem würde er sich selbst dann wirklich nennen. Und wenn ich Zölone wäre, hätte ich dann sowas riskantes mit diesen zwei Gefängnissen gemacht, um dann Satvuso den Admiralstitel zu geben. Also, ich finde es aktuell nicht ausgeschlossen, dass du es nicht auch noch bist. Ja, was ist denn meine Motivation? Große Vermöhrung. Also, ich würde eher tippen auf Satvuso als auf Kakandu, ehrlich gesagt. Ich finde halt auch, dass Kakandus' Aktion mich ein bisschen überzeugt hat mit dem Exekutieren. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher. Nein, er hat halt damit an Menschen geworfen. Ja, aber aus seiner Perspektive hat er halt versucht, rauszubekommen, ob du es nicht vielleicht auch sein könntest. Oder aus seiner Perspektive hat er halt... versucht sich selbst zu proven. aus seiner Perspektive hat... Also, ich habe es so interpretiert, dass halt confirm wir, dass es Erik ist. Und dann kannst nur noch du und er sein, sozusagen. Und dass du halt du dann der Admiral bist, macht schon Sinn, dass er halt das sicher gehen will. Also, mir hat das... Also, aus meiner Sicht war Kakandus' Handeln... Was ist denn sein Vorteil, wenn er zu Lohn ist, aus Kakandus' Handeln? Das sehe ich halt nicht. Ja, jetzt gehst du halt davon aus, dass ich eher bin, als er, sozusagen. Das ist halt der Vorteil. Ja, aber er weiß, dass er ein Mensch exekutiert, der dann sicher den Admiralstitel hat und den auch nicht mehr loswerden wird. Und er hat dann in der nächsten Karte auch noch den gechoost als Admiral. Aber ihr müsst ja davon... Also, dann hätte er auch Adama aber wählen müssen, ne? Ansonsten wäre es ich geworden. Ja, also, niemand hat garantiert, welche Charaktere er spielt. Hätte jetzt keine Ahnung, äh... Warum sagst du so was, Kakandu? Ja, es ist Fakt, es gehört leider dazu. Hätte jetzt Zarek oder so genommen, I don't know, dann wäre Kakandu jetzt Admiral gewesen. Kakandu schiebt... Kakandu zieht den Verdacht geschickt auf sich. Also, ich möchte nur mal sagen, ihr redet immer von meiner Perspektive, meine Perspektive war, ich habe schon in dieser 10-Minuten-Pause entschieden, alles klar, ich köpfe jetzt jemanden auf nur Caprica. Eigentlich war das für mich das Fabian und dann habt ihr mich halt noch überzeugt davon, dass es doch eher Erik ist und da ich von mir weiß, dass ich nicht bin, habe ich halt Erik hingerichtet. Ich wäre dafür, dass wir nächste noch keine Pause machen, da kommt noch gute Ideen rein. Ich habe mal eine Frage, kann mir jemand Exhibitiv Order zuspielen, damit ich hier rauskomme? Auf keinen Fall. Selbst wenn ich es bin, kann ich, bringt mir das ja in Gefängnis Exhibitiv Order. Du bleibst da drin, bis diese Situation gelöst ist. Ja, ich komme da halt auch eigentlich alleine nicht raus, muss ich gerade ehrlich sagen. Nee. Hast du gelb und hast du gelb und lila überhaupt? No, also ich habe lila, aber die ist vorhin in dem Skillcheck für Dinge hinrichtend. Wenn du in Detention bist, dann ziehst du trotzdem Kreisels Cards, oder? Wenn es nicht explizit verneint wird, dann ja. Ja, wenn man zieht trotzdem welche. Also ich, wir müssen halt noch den anderen Zylon finden, aber wir können auch versuchen, so weiter zu spielen. Ja, ich würde auch sagen, oder wir können auch den nächsten ausknüpfen. Das glaube ich halt, also, ich weiß halt nicht, wie viele Runden wir haben, bis dann mal der Suit drankommt, halt, ja? Ähm. Äh, der Fuel drankommt. Wie ist das, wie ist das mit den Kreiseskarten, als Zylone ziehe ich keine, ne? Nee. Oder ist das mit dem Caprica TLC anders? Nee, nee. Mit als Zylone ziehst du keine. Ah, okay. Also, dann würde ich jetzt ein Schiff evakuieren. Lieber double checken. Okay, weil da irgendwas war da. Ah, nee, da zählten die, die... Ja, also entweder ihr bringt mich um, oder ihr lasst mich raus. Eins zum Behalten. Nö, wir können die auch drin lassen. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock da jetzt drinnen zu versauen, wenn ich ehrlich bin. Du kannst dich ja revieren. Ich evakuiere einen Chip. Das kommt auf Prepared. Ach, ja. Genau, wir müssen dann, wenn die Galactica wiederkommt, müssen wir es dann nochmal. Du ziehst keine Panzer. Okay, dann Crysis. Okay. Also du kannst, du musst sie erst preparen und dann musst du sie aktivieren, wenn dein Ding da ist, ne? Alles klar. Ja, du wirst wahrscheinlich drei Karten abwerfen müssen, oder? Ja, ich kann da nicht viel zu machen. Das ist doch gar nicht gekannt, das ist Eric. Ich muss gleich Karten abwerfen. Ja, Eric, muss mal durchlesen halt. Ach, ja, ich weiß das gerade, du wirst jetzt, ja. Ich merke gerade, wir haben keine, wir haben außer Kelly keinen mehr, der Gelb hat, ne? Ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Gelb ist nie alleine. Wer ist er? Ja, aber grün halt noch. Ja, ich rede gerade zum Beispiel von meinem Gefängnis. Den Jumpmarker hast du aber schon gelegt für die gerade dann, ne? Ja, hat er schon gemacht. Ja, da muss ich drei Karten abwerfen, ne? Ich glaube, einfach Möglichkeiten haben wir ja nicht. Ja, das andere wird sehr schwierig. Jo. Das war's. Dann, äh, nächster, darf aufziehen. Panzer. Der Zedone. Mhm. Mhm. So, was mach ich denn jetzt? Na, für dich wichtig, ähm, immer wenn oben links bei dieser Crisis Card, ähm, unten links deiner Ecke, das äh, Zeichen kommt, das Occupation Force, dann bewegen sich immer die, äh, Dinger halt fällt nach rechts. Aber die spawnen nicht, gell? Genau, ja, die spawnen nicht. Du musst den halt erst spawnen da mit Occupation Occupation. Ja, okay, dann spawn ich da jetzt ein. Das ist wie ein Heavy Raider. Und sonst kannst du halt noch die, ähm, die Menschen da oben, also hier bei New Caprica, du kannst halt Detainer Human machen, also wenn du die Ja, wenn, wenn er auf derselben Höhe ist, ja. Genau, und dann die Occupation Force da auch steht, dann kannst du halt kurz mit den Detain. Detainer Human. Und hier, da kann ich, warte, was ist das? Draw. Ach, da kann ich, kann ich auch eine Crisis Karte. Aber der skippt dann die Prepare Jump, wenn da eine drauf ist. Also ich kann doch eine Crisis Karte starten, wenn ich in den Breeders Canyon gehe. Naja, aber halt Gibt's da, gibt's von den, gibt's von den Zylonen mehrere? Was meinst du? Ja, wenn ihr jetzt einen Schritt weiter geht und dann kommt ja auch ein neuer. Achso, ja, ja. Naja, da kommt ein neuer nach, wenn noch ein bisschen spawnt. Wie viele gibt's denn davon? Ja, vier halt. Alles klar. Aber die, also wenn die wieder raus sind, können ja auch wieder neu kommen, die können glaube ich auch nicht. Und wenn ich jetzt hier den nochmal aktiviere, dann kann ich den einen bewegen und dann kann ich noch einen neuen setzen, weil dann, ja. Ja, genau. Der bewegt sich dann, alle bewegen sich und noch einer spawnt. Ja, genau. Dann, äh, fahrwärm, du darfst ziehen. Also die bewegen sich alle gleichzeitig, wenn er jetzt bewegen kommt, ja. Wie, wie Raider. Genau, ja. oder wie so ne Boarding Party. Die bewegen sich genauso wie die da. bewegt mich auch ins Schipjahrt und über Queer ein Schiff. Ich stelle mir uns vor nach oben und kann man uns lesen. Ja, dann kannst du den Text noch lesen, ne? Aber ich glaube, man kann auch, mit Alt-Taste kann man den noch mal größern. Inter-Atoms-Taste Okay. Hm. Und der Raider bedeutet jetzt, dass die Zylonen sich bewegen, oder? Hm, na, ne. Minus ein Fue. Oh, oh. Das ist... Ja, ähm, ja. Ich kann da so... Nein, wir brauchen neun, ne? Ja, 15? Holy shit. Ja, wir brauchen neun halt. Also, für neun brauchen wir ein Ziviles Schiff zu evakuieren, das ist halt auch nice eigentlich, ja. Ja, ja. Für mich die Karte, die mir... die ich dachte, die mir mich alle umgebracht hat. Wie sieht's denn beim Piloten aus? Ich denke... Ähm... Der Pilot darf nur zwei reinwerfen, oder? Der Pilot ist im Gefängnis. Ja, aber der kann ja trotzdem zwei Karten reinwerfen, oder? Äh, welche Farben brauchen wir gerade? Rot. Habt ihr den Jumpmaker schon bewegt? Nein, nein, wir machen gar nichts, ne? Rot wäre richtig gut. Ähm... Also, ich kann da auch schon ein bisschen was beitragen. Also, ich könnte ein bisschen beitragen. Wessen Ding ist das? Ist meine. Ja, ich kann ein bisschen was beitragen. Also, ich kann schon gut rein irgendwie, wenn ich gerade, ja. Ich weiß nicht, also mein Beitrag... Muss ich da sehr viel machen, oder wie ist das bei euch halt? Geht ja. Geht ja, ja. Ich hab nicht viel. Also, ich kann da halt durch das Rote... Also, ihr könnt mir das eigentlich überlassen. Nicht allein, um Gottes Willen, aber... Du kannst nur zwei reinlegen. Also, ich sag mal an alle, wie es ist, der Zölun wird dagegen liegen. Ich weiß halt nicht, ob wir vielleicht deine Fähigkeit einsetzen sollten. seitdem so... Weil es ist schon riskant, weißt du, wie ich meine. Weil wenn einer halt dagegen liegt, Erik oder Kakandu, dann wäre es schon schwierig. Ich glaube nicht. Da gibt es so viele Farben, die dafür sind und so wenige, die dagegen sind. Allein das schon... Ich bin der Einzige, der gegen gehen kann, oder? Ja. Also, theoretisch könnte auch der Zölun, aber... Also, Fab. Also, das könnte auch auf unserer Seite sein. Das ist neu gemischt worden. Und Tretjari kann auch jeder reinlegen. Ja, sollten wir dann sehr gut reinwerfen, um das halt zu schaffen, oder sollten wir nur auf Neun gehen? Also, mein Beitrag wäre Mittel. Ich denke, dass es so eine Situation, wo es interessant wird, das einfach durchzugehen. Ja, also dann, äh... Ich bin zuerst dran, oder? Ja. Leg zwei Karten rein. Wer hat da jetzt alles reingelegt? Du und Satu, so, oder? Ja. Oder beide? Okay. Dann Erik? Ja. 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 Ich hab. Hm. Sieht nach Overkill aus. Bist du dir sicher? Wenn ihr den, wenn ihr den verliert, ist sowieso vorbei. Ja. Ist doch kein Overkill. Oh, holy. Wo kommen denn die drei Dinger her? Also, vier. Ja. Boah, mein Tilo. Fragst du, hast gleich eine Zuckerkante, ne? Zwei, null, minus zwei, minus eins, eins, drei, vier, fünf, sechs, neun, sechs, acht, zehn. Also, no effect. War nicht mal. Es war jemand mal im President's Office und hat Karten gezogen, das weiß ich noch. Das Spiel vorbei, oder? Ja, da war nicht so. Nee, es ist no effect. Nee, zehn, oder? Ah, stimmt. Ah, puh. Zehn, pass. Oh Gott. Gott sei Dank. Neun plus. Aber es war doch mal jemand hier im President's Office, das weiß ich noch. Ich war im President's Office und das ist schon ewig her. Ja, kannst du mal sagen, also, zeig mir, welche Karten da liegen. Das ist, glaube ich, jetzt schon wichtig. Ja, ich tu die hier unten anordnen. Ich hab drei Karten reingeworfen, möchte ich anmerken. Drei Rektus-Karten. Ja, eigentlich dürfte sie nicht aufeinanderlegen halt. Ja, wenn man drüber haubert, dann sieht man halt, wie viele es sind, ne? Ja, aber du weißt ja, also, na gut, man müsste wissen, was halt seine sind. Also eine, eine, ähm, okay, drei Rektus-Karten. Ah, ja, Jungs. Weiß jemand, wenn er die Karten sieht, wer es ist? Links ist positiv, rechts ist negativ. Nö. Ey, ihr wisst ja, was ihr selber reingelegt habt. Vielleicht könnt ihr ein bisschen drauf schließen. Also, was ich halt, was ich halt, was ich halt, was ich halt, nein, du darfst nicht verraten, was du reingelegt hast. Nein, nein, klar, aber du kannst ja dir selber das anschauen, was du reingelegt hast, drauf andere schließen. Das darfst du ja nicht, musst du ja nicht, musst du ja nicht öffentlich machen. Was ich halt anmerken darf, mal so allgemein, Kerkando hat gesagt, dass er gut reinlegt. Jetzt frage ich, wo sind die guten Karten? Das ist mein Kommentar dazu. Er hat drei Karten reingelegt und gut dabei getragen. Ich möchte zu dem noch danach was sagen, aber wir sind, er kann halt die sechs Karten da reingelegt haben. Ich sage, dann kann es halt jetzt nicht ausführen, ohne dass jemand sagt, jo, die habe ich ja nicht gelegt. Nein, nein, klar, aber ich darf, also sowas, was ich gesagt habe, darf ich sagen. Jeder kann sich's denken, aber... Also hier ist, hier ist zum Beispiel die blaue Vierer ist da drin, das wäre eine gute Karte. Ja, so spezifisch dürfen wir halt nicht sein, weißt du, was ich meine? Deswegen bringt's halt auch, wenn die Karte nicht so richtig bespricht, ja. Du hast ja nach guten Karten gefragt. Nein, ich habe nur gesagt, es gab halt einen Spieler, der gesagt hat, der trägt sehr gut dabei bei und danach ist es extrem knapp geworden, ja. Ich würde es nur mal in den Raum stellen und es war ein entscheidender Skillcheck. Ja gut, das extrem knapp liegt ja vor allem an den ganzen Treachery-Karten, die da drin liegen. Ich möchte nur sagen, es gab auch eine Situation, wo, wer war das? Admiral oder Präsident? Ich glaube Admiral. wo Admiral drei Treachery-Karten ziehen musste, ne? Das war ich gewesen. Wer? Ich muss immer drei ziehen. Hat jemand eine Erinnerung, dass da Tsu Treachery-Karten gezogen hat? Ich meine nämlich schon. Ja, am Anfang des Spiels habe ich welche gezogen, aber die habe ich schon lange wieder weg. Ich weiß nicht, ob das so am Anfang war. Es war definitiv jetzt nicht gegen Ende. Es war ungefähr, da waren wir glaube ich, ich glaube es war tatsächlich noch sogar vor dem zweiten, äh, vor der zweiten Karten-Aussehung. Nee, das glaube ich nicht. Doch, doch. Es war noch lange, bevor ich Admiral war. Ich bin mir doch nicht so sicher. Also Karkandu, mein Punkt, den ich halt habe, ist halt so ein bisschen, ist halt ein bisschen schwierig für dich halt, ja? Für dich gar nicht. Also der Grund, wieso ich auch gesagt habe, dass ich, ähm, gut reinlege, ich habe ja meine gesamte Hand reingelegt, ne? Der Einzige, der vor mir liegt, nee, lass mich mal erklären. Aber wenn du nur niedrigwertige Karten hast. Lass mich das doch mal kurz erklären. Ja, sorry. Da bin ich gerade dabei. Das Eint, also der Grund, wieso ich das gesagt habe, der Einzige, der vor mir liegt, ist, ist in meinen Augen aktuell der Zellon. Und wenn ich sage, ich lege gut rein, dann gehe ich vermutlich davon, dann kann ich versuchen, halt den so ein bisschen zu discouragen, mehr negativ reinzulegen, um halt nicht so aufzufallen. Das war mein Gedankengang dahinter. Also ich weiß, was ich reingelegt habe. Ich habe, insgesamt habe ich relativ gut reingelegt im gesamten Vergleich zum Skillcheck. Aber ich verstehe dein Disappointment. In der, in dem, was du ruhig denkst, was ich reingeworfen habe. Aber das war so mein Gedanke, mein Gedanke, Also ich will, dass der Zellon vor mir halt nicht so viel reinwirft. Ich weiß es halt nicht, weißt du? Jetzt wird es halt schwierig für mich. Was hatten denn die anderen von? Erik, hast du einen Verdächtigen? Ich höre davon, dass ich sowieso noch im Gefängnis sitze, also es ist eh egal. Also zwei. Es ist sehr wahrscheinlich, dass zwei bis drei Fallschritte reingelegt werden. Einer? Also ich glaube aber noch, dass es halt, ich glaube noch, dass es halt Tuso ist. Ich finde, ich habe gut reingelegt, wenn man sich den insgesamt im Skillcheck anmeldet. Die Frage ist nur für wen. Fabian, wie hast du reingehauen? Ich habe vier Karten reingelegt, oder? Vier. Oh, ich liebe dieses Spiel. Nee, ich habe ja gezogen meine volle Hand und ich habe alle bis auf eine reingelegt. Ja, aber du bist doch so eine Wildcard, weil du ziehst halt von allem eins, außer von, du hast so ein, du bist halt nicht tief, du bist breit. Schaukel könnte halt aus dem Dessert willkommen oder von Fabian. Das ist halt. Aber schau mal, also ich konnte die Treachery-Karten, ich sage gar nicht, wir können uns nicht sicher sein. Hört mir mal zu, hört mir mal zu, warum ich das nicht sagen kann. Ich hatte keine Karten auf der Hand bevor diese Runde und ich habe nur gezogen. Das heißt, die Treachery-Karten können nicht von mir sein. Ja? Das heißt, es gibt nur einen Zulon und einen anderen. Die Zulon, also wenn ja jetzt drei Treachery-Karten drauf, also ist sehr unwahrscheinlich, ich kann es jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich müsste, also der Zulon muss da eine Treachery-Karte gelegt haben. Lass mich bitte aussehen. Der Zulon muss da eine Treachery-Karte gelegt haben und es müssten zwei aus dem Destiny-Deck gekommen sein. Und wenn ihr euch mal die Farben anschaut, ich habe noch eine Karte übrig, welche Farbe die wohl sein könnte, dann wird es schwierig. Ja, das behauptest du jetzt. Also ich kann nicht, ich kann nicht die gelbe Karte gelegt haben und, also und die... Ja, Moment, aber Mr. Panzerlanz hat doch auch was gelegt, oder? Weiß ich. Ja, klar, aber also es müssten halt zwei, wenn ich es sein sollte, müssten... Nee, geht gar nicht, oder? Lass mich das nochmal ganz theoretisch durchgehen. Zwei Destiny, Panzerlanzer du. Theoretisch, hypothetisch würde das gehen. Dann hast du die gelbe und zwei Mensa reingelegt. Aber es macht für mich immer noch kein 7. Fuel, weil wir, also wir würden ja unmöglich gewusst haben, dass er eine Karte auf der Hand hat, die uns Fuel bringen kann. Das hätte ja nie gemacht, wenn es hier ohne gewesen wäre. Ja, das macht einfach für mich keinen Sinn. Ich denke, wir haben ziemlich sicher den Zillowen aktuell im Kittchen. Da bin ich, ich kann gerade, glaube ich, ganz gut schlafen. Ich hoffe, wenn ich ein Kaprika mein Haus baue. Meinst du ein Konzentrationslager? Hat mich, ja. Ja? Kann ich die Karte mehr kräumen? Ja, ganz gut. Woher kommt die? Nein, das war, war das nicht so? Ich habe doch aus Versehen Touch-Way-Karten gezogen mal einmal. Und das war falsch, weil eigentlich hätte Satu so die ziehen müssen. Wisst ihr, das war das, was du meistens erkannt hast, oder? Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war doch mal so. Was meinst du? Das gab doch diese eine Sache, wo man unter die Leulig-Karten schauen konnte, da musste man Touch-Way-Karten, nee, irgendwas war halt. Ja, ja, so irgendwie in die Richtung was. Aber ich glaube, das Event kam noch einmal und ich glaube, das war aber der zweite Hälfte, aber ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf. Und meiner Meinung nach hat Satu so nie Karten abgeworfen davor, dazwischen, also an Touch-Way-Karten. Hat er nie abgeworfen. Das heißt, er müsste sie noch haben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass du Touch-Way-Karten gezogen hast. Ja, habe ich auch nicht. Und der andere Human kann ja keine haben. Unsere Karten sind nur ein bisschen blank jetzt, das ist lustig. Ich bin ein aktueller Spieler. Ich. Jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir noch ein Dings mit Fuel. Jetzt bin ich dran, oder? Warte, gibt es jetzt eine Limitation, wo die Karten nicht ziehen können? Nein, nein. Ich war gerade dran, oder? Ich wäre noch Gilchack eh geschafft, weil ich hätte ja noch eine Karte entfernen können. So, jetzt bin ich dran, oder? Hallo, frage ich zu ihm, ja? Ich bin jetzt dran, oder? Weil hier noch keiner liegen. Okay, ladies and gentlemen, ihr wisst gar nicht, wie knapp ihr eurem Tod entgangen seid. Ich schwöre nicht, du weißt gar nicht, wie sehr ich mir in den eigenen Arm gebissen habe, in den Fuel dazu gegeben habe. Ich dachte, du machst irgendwas Sinnloseres. So, ich habe noch nicht zu lange gespielt, was ist jetzt? Darf ich? Jetzt kannst du ins Zilon-HQ gehen und dann kannst du deine Aktion von da aus ausführen. Er ist doch, er ist nicht der Brick, ne? Erstmal die Karte an der Hand des Karten, oder? Nee, nee, du deswegen, du das Karte, du das Karte bist, bist du drei Karten. Also, drei darfst du haben, den Rest des Karten. Irgendwann steht, ich will, oder? Ja, genau, drei darfst du behalten. Jetzt habe ich dem Zilon den Admirals-Titel gegeben, ja? Ja, du hättest die Menschheit was ausgelöscht haben. Ich war sehr dankbar, dass du dich überrascht hast. Hast du den? Nee, du bist ja überrascht, oder? Hast du den? By the way, okay, aber ich muss anmerken, ist keinem von euch aufgefallen, dass ich lauthaft gesagt habe, yo, das ist rot, das mache ich, und nicht eine rote Karte da drin war. Nein, ist nicht. Gut möglich, ja. Ich schwöre, ich habe mir gedacht, deswegen wollte ich nicht, dass wir das durchzählen, weil ich dachte, einem fällt doch auf, dass da kein Rot drin ist. Ich meine, ich hätte auch Lieder theoretisch haben können, aber so rot war halt eigentlich so ein... Tatsache, der ist dann aber schon die Fertschlöhe-Karten noch von da, oder? Ich darf noch nicht sagen, wann ich Zilon gewonnen bin, oder? Nee. Okay, zeige ich nachher. Ja gut, die Zilon sind jetzt klar, oder? Ja, hat sich das egal, ja, ja. Okay, ja gut, ich war erst tatsächlich in der zweiten Hälfte. Das ist der Gatefkunde. So, ich darf mich jetzt... Ich bin jetzt hier, oder? In der Occupation Authority, oder in Zilon? Ja, guck, bitte. Ja, Occupation Authority. So, kurze Frage, wie funktionieren denn Super-Crisis-Karten, wenn die Tatsache wieder da ist? Er zieht noch eine, oder? Du ziehst jetzt eine, ja. Nee, ich glaube nicht. Nee, wenn es in der Glück bin, glaube ich nicht, ja. Oder warte mal. Oder darf ich dann nur nicht meine Karte ausspielen, wisst du es? Karten, die hier liegen, die kann ich mal verräumen, oder? Basis-Regel. Du kannst dir schon mal angucken, was du für, was du für Dinger machen kannst. Okay, das muss ehrlich sagen, das Gekando... Oh, nice. Das Gekando, Erik, ungewaltigt hat mir meinen gesamten Plan zerstört. Ja, der Fab hat dir richtig vertraut. Ja, weil ich halt niemals dachte, dass du mir Executive Order gibst, damit ich dann Fuel mehr mache. Einmal Fabian vertraut, ey, und direkt in den Menschen getötet. Nie wieder. Also, ich hab nur für eure Zweier... Ihr habt immer so ein Zweierspiel, ne? Hab ich einmal drauf vertraut, wird man direkt... Kriegt er jetzt eine Super-Kreises oder nicht aus der Brick? Ja, ja, er bekommt eine. Und die... Die kann ich jetzt dann nur benutzen, wenn ich dran bin. Und die Aufgabe, seine Aufdeckungs... Muss, ja, muss doch. Sein Aufdeckungsding kann er nicht machen, ne? Äh, sein Bonus von der... Ne, ne, das kann er nicht machen. Weil er in der Brick war. Aber er hätte auch nichts gebraucht, weil die Galaktiker sind nicht da. Ja doch, kannst du ja, die kommt ja wieder, dann. Äh, okay, ähm... So, ich darf jetzt meine Ärzte noch machen, oder? Oder war das meine Ärzte schon? Ne, das war dann... Okay, dann bin ich fertig. Ja, ich hab auch schon gezogen. Ja, warte, Karten haben ja noch keine gezogen. Aber die... Ich hab am Anfang meiner Runde keine Karten gezogen, weil ich halt noch, äh... dachte, ich muss meinen ganzen Zeitpunkt weggeben. Ja, wäre sowieso egal gewesen am Ende. Darf ich jetzt noch Karten ziehen, oder nicht? Ja, du kannst die Karten jetzt noch ziehen und dann wieder abwerfen, weil du hast dir die Aktion nach dem Kartenziehen gemacht. Weißt du... Also, warum machst du eigentlich nur zwei Karten? Du darfst drei haben. Also, ich darf noch eine Karte sozusagen ziehen. Ja, zieh halt und wähl halt aus dann, oder? Ja. Zieh halt die Karten und wähl dann aus, bis du nur noch drei hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Im Endeffekt ist es ja auch... Ähm... Was würde ich denn eigentlich? Herzlich willkommen, mein Toaster-Freund. Wusstest du es, dass ich es bin? Oder hat das schon eine Chemie? Nein, ich wusste es nicht. Ich, äh... plädierte eher auf... auf Kakando oder auf Papp. Jungs, wie sieht es denn so, ähm, aus... Äh... Ich glaube, mehr als... Also... Das Problem wird halt sein, wer wird... Haben wir noch einen Piloten? Nope. Nope. Also, ich bin selber dann in Geschützen. Deswegen, was vielleicht nicht so clever, dass Erik sich, äh, an den Raltitel genommen hat. Ich knall alles ab, was, äh, in die Nähe kommt. Du kannst genau einen Zylonenfighter mal abschießen. Ich knall alles ab, was in die Nähe kommt. Wir müssen, wir müssen halt, glaube ich, so eine schnelle Doppel-Nuke probieren oder sowas, Kakando vielleicht. Ich werfe auf alles Nukes drauf, was irgendwie glänzt. Weil wenn wir so eine Doppel-Nuke auf diese zwei Spawner da machen und haben Würfelglück, dann ist halt wirklich viel aufgelöst, also wirklich viel weg halt. Ja. Und dann müssen wir, dann bist du halt im Geschütz und schießt weiter oder so und dann... Es geht aber um die aktuelle Situation. Skillcheck-mäßig sind wir wohl nicht mehr so stark unterwegs, ne? Weil ich würde gern, ähm, was ausschließen, aber ich denke, wir brauchen jetzt Karten, oder? Ja. Ist da noch kein Basel da drauf, der ihn nicht schießen kann? Ähm, mein Zylonenfreund. Ja? Wir versuchen jetzt so hart wie möglich wegzusperren und sobald du kannst, gehst du in die Flotte und aktivierst die so immer so viel wie möglich. Ich mach was eigenes und stoße dann so schnell wie möglich zu dir, okay? Alles klar, aber noch müssen wir, noch sind wir ja hier am Boden. Ja, noch müssen wir sie hier irgendwie stoppen. Ja, machen wir einfach mal Standardplay, machen wir mal Executive Order auf Fabian. Verkuiere zwei. Langweilig! Sorry. Ich hab überlegt, was ich machen kann. Man kann, glaube ich, nicht viel anderes machen halt. Ich find's natürlich fast ein bisschen schade, dass ich jetzt hier um bin, weil ich spiele immer so gern mit Fabian hier nur Caprica uns Executive Order zuschneiden. Secured player is executed, das ist doch mal ein Ding. Wer ist dran? Ich bin. Gut, Biker kann nur. Wie viele Karten kann ich reinlegen? Ein nur. Nur eine? Und ihr habt keine Karten, nein. Ich find meine Fähigkeit aber so gut mit der Organized Action. Die würde ich gerne auch benutzen, eigentlich. schaffst du jetzt nicht mehr. Ich hab mir auch überlegt, ob ich die einfach hier benutze, aber hier gibt's keine drei guten Aktionen. Vernehmen wir nicht auch einen Moral? Ja. Ja. Also, kann du? Ich kann sogar Mittel beitragen. Nee, will ich nicht machen wollen, eigentlich. Ja, lass mal, lass mal. Bist du dir sicher? Digger, Leipzig ist übrigens bald da. Selbst wenn wir reinlegen, ich weiß, was ich habe und Erik hat nichts. Erik hat nichts. Dass wir doch immer nur antfaken sollten, das wird nichts. Ja. Ja gut, du legst ja eh alles rein, oder? Was du kannst. Ja, ist mir nicht egal, ich lege alles rein, was geht. Ähm, Erik, fang mal an. Ja, ich kann nicht reinlegen, ich habe Glück. Kannst du? Ja, ich bin gerade bei. Ja, ich denke auch nicht, dass es was für Kakando ist. Ja. Wenn ich doch die Karte spielen sollen, Mist. Habst du das? Soll ich was machen, oder nicht? Du sagst mir, was ich machen soll. Nee, auf keinen Fall. Okay, ich mache nichts. Seid wo so? Mach nix. Ja, okay, ich auch nicht. Habe ich die jetzt zerstört? Wolltest du es selber machen? Okay. Was denn? Hättest du, hättest gereicht? Kannst du weiter kurz liegen lassen? Nee, in die Mahlzeit, oder? Nee, nee. Ich darf meine Fähigkeiten leider als Zilone noch nicht mehr benutzen, ne? Nee, darfst du nicht. Schade. Wie war das mit den Fähigkeiten, die negativen zählen weiterhin, oder? Gar nix mehr, gar nix mehr. Das ist jetzt Zilone und alles, was auf der Karte gilt. Bis weg. So, dann lege ich, dann reviele ich mich mal, ich bin kein Mensch, hier. Beide Karten, Karkane. Da kann gar kein Zilone sein. Hoshi finde ich aber echt nice, den kann man eigentlich öfter spielen. Ähm, wirst du jetzt Pilot? Ich weiß es nicht. Boah, ich habe auch die Eigenschaften. Das wäre halt jetzt richtig gamey. Ich wollte es nicht sagen, boah, aber es wäre halt jetzt richtig gamey. Ja, aber es wäre tatsächlich, nee, wieso gamey, also. Naja, also ihr habt, ihr habt ja euch jetzt auch nicht verteidigt, dass ihr da drauf geht, ne? Und man könnte, er kann wählen, was er möchte. Hast du die Moral runtergegeben? Ja, ich sage schon, dass es okay ist. Ich sage nur so, es wäre halt jetzt schon ein bisschen gamey. Finde ich schon. Also, ich finde schon, gehört halt dazu, jemand ist dafür gestorben. Ja, der Schaden halt durch Sternis finde ich viel zu gering. Sozusagen, ihr hattet keine Rolle, ihr würdet wahrscheinlich das Spiel ohne einen Piloten verlieren, bin ich ehrlich. Na, wir können das Spiel auch ohne. Ja, aber wir haben jetzt halt den einen Charakter verloren, der die halt mit Weapons Control aufweichen könnte. Welchen anderen Charakter kann das denn so gut machen? Ja, nein, nein, es geht gar nicht darum, aber sozusagen das Konzip des Spiels ist sozusagen, dass jeder Charakter wichtig ist und eine Rolle hat. Und wenn dann halt einer zu lohnen ist, dann fällt halt da was weg und dann fehlt da halt was. Nee, das passt schon. Ja, aber zum Beispiel, wenn er jetzt Lee nimmt, dann Ja, also ist es nicht die Cat. Er hat seine Fähigkeit halt auch noch nicht benutzt, dann automatisch, ne? Die Cat ist, glaube ich, ganz gut, oder? Hm. Also, die hat halt wenigstens dieses, wenn die Waller da ist, die und die Action-Step, kannst du halt immer verbessern, theoretisch. Also, in der Runde finde ich es okay, aber ich finde, wir sollten vielleicht für die nächste Runde da irgendwie eine Regel einführen. Ich finde es jetzt nicht OP oder so. Naja, in dem Szenario ist es halt jetzt schon krass, weil, sind wir mal ehrlich, wenn jetzt, ich werde jetzt auch Pilot, wenn ich jetzt kurz vor, bevor die Zidonen-Basis-Chips auch dann mich reveale, sozusagen, dann habt ihr halt echt ein Problem. Wenn, wenn ihr das theoretisch, ich weiß, das machen wir nicht, aber so theoretisch könnte man jetzt einfach dann immer einen Menschen später da haben lassen, dann nehmt ihr schnell einen Pilot und gibt man den, wir müssen doch einfach nur noch einmal treffen und den Fuel erwischen auf der Galaktika. Also, schau mal, Satu, so wie du musst, damit es klappt, musst du ihn erstmal exekutieren, ja? Da müssen wir erstmal einen Siebener-Skill-Check machen. Dann hat er keine Karten mehr, dann bornt er erstmal wieder, dann muss er erstmal ziehen, dann muss er erstmal rausliegen. Exekutieren lassen, das ist mein Problem. Wie bitte? Er hat ihn ja sozusagen gerade einfach schon exekutieren lassen. Er hat doch jetzt erstmal keine Karten, er soll jetzt erstmal sowieso eine Runde raus. Mein Punkt ist mehr so, können wir vielleicht das nächste Mal stärkere Schäden für sterbende Charaktere einführen? Ja, aber es wäre halt schon blöd, wenn so eine Quisis-Karte kommt und dann verlierst du wegen stärkerem Schaden, ich weiß es nicht. Können wir ja das nächste Mal drüber reden. Karkanto, hast du schon was? Überlegen? Ich bin tatsächlich überlegen, Tom Zarek zu nehmen, aber ich denke, das ist nicht so... Zarek? Wieso Zarek? Wegen Alphiul, oder? Ja, wenn wir noch... Weil, ne? Pop haben wir halt viel, ne? Das Problem ist, wir können halt schon daraus spekulieren, die vielleicht gleich bald zu opfern will, wenn wir nicht alle zivilen Schiffe evakuieren. Du weißt ja, wie das ist am Ende. Ja, ich weiß. Und ich weiß halt nicht, ob du noch eine Aktion hast, um... Weißt du, wie ich meine? Außerdem gibt's das doch hier unten auch als Ding, oder? Use the Heist, wieso ist es bei One to advance the future? Ne. Ne. Gibt's das nicht auch hier unten irgendwo? Ne. Das war irgendeine Aktion von hier unten. Ich weiß, also ich... Ich finde halt hier, also wenn wir auf Piloten gehen, dann solltest du wahrscheinlich Cat nehmen. Ne, ich wollte den sowieso vorher schon nehmen, falls ich draufgehe. Ich nehme mir Enders. Aber was hat der denn? Der hat doch nichts mit Piloten, oder? Der zieht nur eine Pilotenkarte. Ne, ich nehme mal Enders. Okay. Okay. Was ist denn da dein Plan? Schießen oder Pilot? Ja, das sagst du mir dann, wenn es so weit ist. Ja, ja. Die Fähigkeit ist ganz nice. Die kann man machen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Du kannst einfach einmal auswählen, dass das Result... Aber es geht. Ich habe die Moral schon runtergenommen. Erik, Moral wegen gestorben. Nehme ich jetzt runter. Das war das Essen. Aber du kannst jetzt nur noch zwei reinlegen, also als ob du in der Detention bist, ne? Äh, ja. Sozusagen. On your turn, aber nur. Ja, ähm, der nächste Spieler, ne? Erik, du wirst... Ja, ich muss mal kurz gucken, wie du in den Cartoon. Eins und zwei. Ich spüle Execute Tool oder auch Star-Technischen. Auf Tab, ne? Auf Gabion, ja. Ja, lame. Ja, Evakuieren wieder zwei Schiffe. Neue Crisis liegt da. Wahrscheinlich failen, oder? Kannst du doch nicht vergessen, was wir erschaffen. So, der bewegt sich jetzt. Also, wie viel... Es ist glaube ich, eine Morale in den zivilen Schiffen ist dabei, oder? Soweit ich weiß. Ja. Was? Ich weiß halt nicht, was... Ob jemand extreme Karten... Also, muss dann Erik dann machen, wenn er dran ist. Kannst du vergessen. Ja, das darfst du nicht sagen. Du musst sagen, du machst es, damit die zivilen Karten reinwerfen. Achso. Also, wie blöd hältst du dir uns? Ne, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ja? Mach ich nicht. Also, wir sind ja viele, aber wir sind nicht blöd. Ja, ich mach das auch allein. Das ist kein Problem. Alles klar, okay. Panzer, legst du was rein? Zu schlecht, Panzer. Nö. Ich leg auch nichts rein. Ähm... Nö, vorsichtig tatsächlich mal drauf. Also, ich glaube nicht, dass es aus 8 gibt. Panzer, die haben fast keine Karten mehr. Wir müssen jetzt drauf spielen, ihnen die Karten immer weiter wegzuziehen. Genoss 1. Also, wo war er weg? Und ein Occupation Firstchen, bitte. Jo. Sehr schön. Wenn wir uns beeilen, können wir laut zivilen Schiffs noch ein paar zu stern, Panzer. So, ich geh mal auf 10 hier, Jo. Und dann würde ich sagen, ich aktiviere die Occupation Authority. Gehen die jetzt alle einen Schritt weiter? Ja. Und es spawnt noch einer. Kommt noch ein neuer. Die Zilon-Legion. Alle drei. Tschüssi. Ja, das ist ja... Wie, wie Raider. Tschüssi, ich hab auch hier irgendwann. Dann ist er, wenn ja. Ähm, Satruso, schau dir schon mal an, was du für Optionen hast. Du meinst, dass ich sie festnehme? Ja, zum Beispiel. Oder, was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Weil, wenn wir jetzt die zweite bewegen, könnten wir das einen Schiff definitiv zerstören. Ja, muss ich dir dann, muss ich dir dann, muss ich dir dann halt überlegen. Aber wenn die da länger rumgammeln, dann aktivieren die halt, äh, evakuieren die immer zwei. Die Runde. Ich glaube, das ist das Beste hier. Exekutive Order auf dich. Auf, ähm, Adama. Ja, da kann ich jetzt zwei Schiffe evakuieren, ne? Genau. Ja, no crisis. Bitte mal langsam springen. Bitte springen. Ja, wie. Kumpel. Das bin ich, ne? Ne, wer ist das? Fabian. Fabian, das ist schon. Ja, ihr könnt die Moral gerne verlieren, so viel habt ihr nicht mehr. Wollen wir nicht einfach das Ohr nehmen? Ich meine, die können einfach keine Karten rein, da reinwerfen doch eh keine Karten. Bringt doch sonst eh nichts hin. Ach ja, das könnt ihr gerne tun. Ist risky, aber ja, ist ja auch kein, war der Moral halt auch nicht so. Aber da haben wir nur noch zwei, ne? Ja. Schaffen seht ihr nicht, oder? Ne, keine Karten. Ähm. Ähm. Ja. Weiß halt nicht, können wir, also die Tension ist halt schon kacke, ja? Ja. Du kannst halt da nichts mehr machen für das ganze Spiel, weil wir holen dich dann wahrscheinlich nicht mehr raus. Ich weiß ja, ich denke auch mit minus einem Moral ist, haben wir noch die höchsten Gewinnchancen. Da kann ich was heimlegen. Was geht's jetzt? Was meintest du, Erik? Beim Skillcheck, wenn wir den machen wollen. Ja, ich lege dann auch rein und vielleicht wird's ja was. Okay. Ja, machen wir den Skillcheck. Wir hoffen aufs Destiny Deck. Wir hoffen, hoffen wir aufs Destiny Deck. Ähm. Zatwusu, legst du was rein? Ähm, macht ihr das? Achso, das sagt ihr jetzt. Ähm. Fernsehen, schön schlau. Nö, nee, lege nix ran. Leg auch nix rein. Also Erik, ich kann dir nichts beitragen, gell? Ich kann dir überhaupt nichts beitragen. Ich hab nur so getan, als ob ich beitragen könnte. Ja, mal gucken. Einfach mal jetzt bangen und hoffen. Wir wissen ja, wir haben den Ceylonengott auf unserer Seite. Panzertanzer. Panzer? Okay. Mussten wir das gerade wirklich mischen? Oh, okay. Sorry. Äh, die letzte Karte einmal rausziehen, bitte. Was ist das? Die Karte, die hier bei euch ganz rechts ist, einmal rausziehen. Das sind die aus dem Skillcheck, die ich muss so sehen. Oder hab ich selber noch nicht? Du hast nur sie. Achso, okay, ich dachte, ich hab jede meine gegeben. Okay, minus drei, minus eins, äh, minus vier, minus fünf, minus eins. Also, ich kann ja einen entfernen, wenn ich die entferne, ändert sich nichts, oder? Warte mal, warte mal. Vier, sieben, neun. Nee. 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 Schade. Das Destiny Deck war nicht mit uns gewesen. Wie bitte? Das Destiny Deck war nicht mit uns gewesen. Ja, wahrscheinlich dürfen wir sowas halt gar nicht riskieren. Also, wir verdienen wieder ein Moral. Weil jetzt haben wir halt wieder keine Karten für den nächsten Skillcheck, ja? Ja, weil, jetzt werden die komischen, die komischen Dinger da werden auch aktiviert, ja? Also, als Frage, wie ziehe ich als Zilon eine Super-Trust-Karte? Ja. Okay, ähm, taucht die Dinger wieder auf die Gidaktika, oder wie bitte? Ja, ja, taucht sie ja wieder auf. Aber die Frage ist, wie ziehe ich als Zilon meine Super-Trust-Karte? Lass mal da. Ja, lass mal eins nach dem anderen machen, okay? Jetzt kommt erst der Centurio, der zerstört ein Schiff, oder? Genau, ja. Will ich das einzeln Lohn machen? Ja, ja. Der kommt weg, also, kann ich aber gerne bewegen. So, und ich ziehe raus. Nein. Schade, schade, schade. der Fuel wäre jetzt natürlich schön gewesen. Eine Super-Crisis-Karte kannst du immer ziehen, wenn du auf dem Resurrection-Schiff landest. Kannst du durch verschiedene Methoden machen. Kann ich einfach hingehen? Nee. Ah, blöd. Ähm, als Strategie, wir lassen die zwei da zurück, oder? Ja, ja, ja. Ja. Klingt, klingt auch so. Der Tose darfst ziehen. Ja, musst du nicht noch in die Detention? Ja, ich war doch gerade, oder? War das nicht deine, war das in der Runde? Ey, wir warten minus ein Moral. Fabi, Fabi, du musst noch in die Detention, oder nicht? Nein, nee, wir haben gefällt. Wir haben gefällt. Wir haben das obere gemacht. Ah, okay, Entschuldigung. Alles gut. Wie viel Moral verlieren wir noch mal, wenn der Admiral im Gefängnis sitzt? Wenn ihr wegjumpt? Nein. Eine Moral für jeden, der Mensch, der auf dem Planeten zurückbleibt. Echt? 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 Ja, jeder Mensch, der auf dem, auf New Caprica zurückbleibt, wird exekutiert. Und jeder Mensch, der exekutiert wird, ist eine Moral weniger. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal nicht so gespielt. Steht das so drin? Weil ich meine, also da steht bei Winning the Game, dass nur der Admiral zurückgelassen wird, wenn er Detention steht. Oder warst du das gelesen? Ja, ich glaube, das war bei New Caprica irgendwie jeder Mensch, der zurückbleibt, wird exekutiert auf New Caprica. Das würde ja bedeuten, dass das ein Moralverlust ist. Steht das in den Regeln? Nee, das steht da nicht drin. Echt? Wo? An welcher Seite? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie so ein PDF gehabt. Ja, das müssten wir halt glaube ich schon finden. Habe ich gesehen. Server in Execution. Weil die springen ja, springen ja sozusagen ohne die Leute, die noch auf New Caprica sind weg. Ah ja, okay. Na, wo meint, ich habe es gerade gefunden. Ja, jeder wird exekutiert, der auf New Caprica ist. Ja, okay, ich würde gerne den Admiral gefangen nehmen, wenn es den bestört. Also Detainer Human. Also mich stört. Dann musst du, musst du dich dahin bewegen, ne? Nee, muss ich nicht. Oder? Muss ich? Natürlich, ja. Oh, wobei, mache ich das? Ja doch, mache ich das. Äh, ups, falsche. Äh, ja gut, dann, äh, der Admiral dann, ähm, warte, nee, ich mache mit er. Du kannst, kannst keine, kannst keine Karten spielen, dazu. So, ähm, 3, warte, warte, warte kurz, 1 plus 3 ist Detention, oder? Ja. Ich spiele die Karte, nice, ich habe es gehofft, und jetzt musst du nur in die Sequel. Dankeschön. Hört man mich? Ja. Ja? Sehr schön. Ach, ich muss hier kommen nach Hause und dann müssen wir sie jetzt davon abhalten, so lange wie möglich. Okay, also ich hau dann ab von hier. Ich hau ab? Okay. Fuck you, fuck you, ich bin weg. Ja, ich verschwinde jetzt in der Kapitel. Ja, aber, ähm, du musst sie, du musst sie, warte mal. Ja, das Setup, ja, das Setup. Da muss ich die Schippe noch aufstellen. Ähm, ja. Was ist jetzt für die Baste da? Ja. Und dann fliechen wir nicht. Ah, okay, hier war die. Ein bisschen größer, die eine. So, was machen wir? Doppelnuke? Geht nicht, ihr könnt immer nur eine Mnuke pro Aktion einsetzen. Ja, ich kann ja, ich kann ja Dings machen, Execute of Order. Also, nee. Ihr müsst auch noch die richtig würfeln, ne? Ja. Was machen wir denn jetzt? Wie war das? Fabian, äh, ähm, Panza, ich würde sagen, du gehst das nächste Mal direkt, äh, zur Lohnflotte, und, ähm, je nachdem, wie viel sie schon evakuiert haben, aktivierst du entweder die Raider oder die, äh, Base Stars. Ja, würde ich auch sagen. Hoshi wäre jetzt richtig gut. Wie bitte? Hoshi wäre jetzt richtig gut, muss ich sagen. Wer ist denn Hoshi? Den, den ich eben hatte. Wie bitte? Den, den ich eben hatte. Ähm, so, zu wegen unserer Strategie. Kalkandu, wenn du jetzt hier Executive Order hast und unser Admirale eine Doppel-Nuke abfeuert, könnte das uns retten, oder? Hier, drei bis sechs Destroyer, Base Star. Wir könnten zumindest beide Base Stars destroyen, und wenn wir Glück haben, sind halt auch die Raider sehr, sehr viel weniger. Wollen wir das machen? Also, ich weiß nicht, ich sehe halt nichts anderes. Du könntest halt Executive Order auf mich spielen und ich evakuiere weiter fleißig Schiffe halt, aber. Ich kann auch in die Pegasus, CIC. Ja, aber es ist halt, da, da, ähm, da kannst du dann halt höchstens die Better Star Damage twice machen, also ich weiß halt nicht, aber das dauert halt ewig, bis du die da tot bekommst, oder? Ja, ich denke auch, Newcaste, was war der Ende? Ja, dann machen wir das. Erik, du darfst nuken. Jawoll. Nuklearbomben sind gegen das Kriegswaffen-Kontrollgesetz, Leute. Nee, eben nicht. Ihr habt recht, ich hab vorhin auch ein paar Nuklearbomben auf die Dings geschossen. Ist ja nur Retaliation. Also, 1 bis 2 Damage Base da, twice, 3 bis 6 Destroy Base da, 7, nee, warte mal, das ist, doch, tracht das da unten, das da unten. Nee, das ist hier oben. Das ist hier oben. Mein ich. Attacker Space Area befinden, du kannst du beides machen, oder? Ja, aber Destroy Every Ship in Area ist, glaube ich, erst bei einer anderen Expansion dabei. Äh, wir haben das. Ah, okay. Kannst du den nicht aussuchen, halt so? Ähm, Target? Achso, das meinst du? Ja, ja, doch, das kann sein, ja. Aber macht das Sinn, warum solltest du nicht das untere nehmen? Ja, dann auch wieder. Ich nehme das untere. Das war kein Würfel. War das gewürfelt, oder? Ja, das war nur fein gelassen, also. Beschissen wird ihr nicht. Also, jetzt kurz, war das jetzt gewürfelt? Das war gewürfelt. Das war gewürfelt, sieben. Okay, das ist Destroyer, Racer, und okay, ja, nice. Zwei. Ich brauche echt eine Platzierungskarte jetzt irgendwie. Und die Newk weg. Ja, du hast ja nur eine Crisis-Karte. Er ist noch vom Tisch geworfen. Ja, nicht jede Crisis-Karte ist eine Platzierungskarte. Und die ist heute Newk. Bam. Dann Würfel bitte. Du bist doch so ein Lacker, Alter, ey. Every ship in area. Nice. Also, das war jetzt gut aufgeräumt. So machen wir da das. Das ist ein Atomom, ey. Da kannst du aber auch nur, kannst du aber auch richtig Glück haben, Leute, ey. Zidlona hat echt kein Glück. Wir verlieren ja heute nicht kein Glück. Also, wir haben zwei Ressourcen, die auf eine ist auf eins und eine ist auf zwei. Also, so schlecht geht's euch nicht. Und wir müssen alle diesen verdammten Planeten verlassen. Also, so schlecht geht's euch nicht. Was ist die statistische Wahrscheinlichkeit von einer sieben und einer acht direkt hintereinander? Nee, das war schön. Gar nicht so wahrscheinlich. Sind in diesem Kreisestack hier auch Platzierungskarten drin oder nicht? Schau mal, eine Wahrscheinlichkeit von einer sieben und einer acht ist genauso Wahrscheinlichkeit wie von einer eins und einer zwei hintereinander. Kann sein, weiß ich nicht. Ja gut, dann next Crisis Cut, oder? Das kann halt immer welches sein, ja. Nichts Crisis. Immer wenn da kein Moral steht. durchatmen. Wir kriegen einfach kein Glück. Ja, ist okay. Ja, also ein Schiff wird evakuiert. ein Schiff wird evakuiert, genau. Ich mach das einfach auch. Und der Raider aktiviert sich. Der Raider, alle anderen alle anderen Jungs. So, dann entscheidet euch mal. Würde ich auch so sagen. Ich kann da nicht viel bei steuern. Ja, ich mach das alleine. Ja, ja, ja. Okay, legt jemand rein? Ich fang an, oder? Ja, Erik fängt an. Erik legt nichts rein. Okay, Panzerranze legt nichts rein. Wollte ich sowieso nicht. Fabian? Der hat auch gar nichts. Nee, ich leg auch nichts rein. Ich lege nichts rein. Okay, Scheiß, was habt ihr? Minus am Food? And one occupation of error thing. So, dann Erik rausziehen. Fühl mich ziemlich alleine hier. Drei Zidun-Armeen kommen auf mich zu. Okay, wenn du Executive Order fahren machst, kann er noch zwei Schiffe retten. Kurze Ja, okay. Können wir noch darüber reden? Was seid ihr von der Idee? Ja, nee. Von mir aus könnt ihr darüber reden, wenn ihr es nicht machen wollt. Ich glaube, es wurde gerade ein Fehler begangen, weil Adama ist ja in der Medical Center, du kannst gar nicht so viel ziehen, oder? Ja. Stimmt, ja. Okay, was machen? Stimmt. Ich weiß jetzt nicht, was war der gerade gezogen, ist die Frage. Die erste Krüle, die du gezogen hast, ist die, die du haben darfst. Die erste, Moment, dann leg ich die anderen weg, ne? Ja, ja, aber er kann sich von den fünf einfach eine aussuchen, weil, ah nee, shit. Ich habe jetzt noch zwei Karten auf der Hand. Nee, ich weiß, welche ich gezogen habe. Ja, wieso liegt hier einer, meine ich? Dann räumen wir einfach weg. Da habe ich wieder von eben wahrscheinlich. Ich habe mir eine wieder reingezogen. So, Und von der TAC, ja, ich lasse dich mal machen, sag, wenn du fertig bist, dann lass kurz reden. So, jetzt habe ich eine Karte gezogen. So, wie bitte? Jetzt habe ich eine Karte gezogen. Okay, die Executive Order hier kommt auch weg, oder? Ja, funktioniert. Wegen der Taktik, du musst dich natürlich als erstes halt mal aus der Sick Bay raus, also aus dem Medical Center raus bewegen, bevor du überhaupt eine Executive Order machst. Du musst, glaube ich, halt wieder im Shipyard kommen, oder? Wo, da? Weil, wenn die mich dann einsperren, musst du halt dann weiter evakuieren, sozusagen. Aber müssen wir jetzt halt noch aktiv da evakuieren? Oder wollen wir das Risky dann wegspringen? Ich finde, wir sollten uns erstmal in Sicherheit bringen und auf das Schiff gehen. Du meinst, wir gehen aufs Schiff und warten halt mit den Crisis-Karten, bis die durch sind? Ich finde, das ist das ähm... Ich hab dazu nur eine Frage. Wenn diese Occupation Forces alles in Locked weggeräumt haben, gehen die dann eine Runde weiter danach? Äh, Äh, ne, ne, also, dass es prepared ist, das kann ich nicht mehr zerstört werden, wenn nur was Locked ist. Wenn da nichts mehr ist, dann Pech gehabt. Das ist leider so. Man muss das ziemlich schnell machen. So. Sorry. Also, okay, ich kann sozusagen mit den Occupation Forces nur noch die zwei Vernichten, die da sind und, äh... Genau. Ja, genau. Also, ich finde das am Schadesten, weil, ähm, es wird sehr wahrscheinlich, dass wir noch ein Moral verlieren, mindestens durch, äh, ein Civilian-Ship, ne? Davon gehe ich mal von aus. Und wenn noch irgendeiner auf eine Caprica zurückbleibt, dann haben wir da ziemlich die Arschkarte. Du meinst, die Strategie wäre, wir gehen da hin und versuchen es einfach mit den Crisis-Karten dann fertig zu machen, sozusagen. Also, ich sehe uns, ja, ich finde das ist besser. Das heißt, es werden sieben Crisis-Karten halt, gell? Ja. Halt hart, gell? Aber... Kannst du schon machen, ne? Das sind, also es sind wahrscheinlich noch, das sind ja noch, also wenn wir sechs haben wollen, Kakando, warte, ich mach eins, zwei, drei, vier, fünf, also bei fünf könnten wir dann springen, Kakando. Ja, naja. Wir können auch nur springen. Also, ich glaube halt, eins. Ich meine, du bist nur noch Präsident, wenn dann Inspiration dann jetzt so... Könnte ich nicht über den FTL springen? Also meine moralische Inspiration ist noch hoch. Das heißt, wir könnten es noch ein bisschen rauszögern. Denke ich auch. Also du kannst, du kannst jederzeit springen als Präsident. Das Problem ist halt, was dann hier noch ist, bleib dann zurück, ne? Ja, es ist viral als Aktion, dass du flüchten kannst und dann das Spiel beendest. Also ich finde, dass wir uns erstmal in Sicherheit bringen und keiner auf eine Caprica zurückgelassen wird, außer die zwei Schiffe da. Colonie One ist auch wieder da, oder? Ne, Colonie One ist nicht da. Nicht da? Ah, ne, stimmt, ist nicht da, sorry. Ja. Hier ist auf dem Planeten gelandet. Ja, genau. Dann würde ich doch in die FTL gehen, oder? Ne. FtL macht keinen Sinn, wirklich. Also kannst du nichts machen. Entweder du gehst halt Research Lab und ziehst Karten oder du gehst Werbungskontroll umzuschießen. Aber ich denke, vielleicht Research Lab könnte sogar besser sein, oder? Was denkst du, Karkandu? Ja, sicher, ja. Macht schon Sinn. 50% Karten ziehen. Ja. Ey, Hoshi wäre jetzt richtig gut auch mit der Fähigkeit, die er hat. Er kann da 3-Eventations aktivieren. Aber ich kann jetzt auch da E-Cute of Order spielen, oder? Das würde vielleicht mehr so machen. Könntest du machen, ja. Ja, du könntest, ich könnte noch zwei evakuieren sogar, oder? Oder weg, soll ich weggehen? Also, du kannst noch eins evakuieren und dann weggehen. Ah, ne, geht nicht. Ne, geht nicht. Ne, geht nicht halt. Ja, geht nicht. Ist jetzt halt die Frage, ist halt, was ist es hier? Also, nächste Runde geht auf jeden Fall noch ein Shift down. Ja, aber wenn ich jetzt schon zwei hochmache, dann könnte das halt uns fast eine ganze Runde ersparen, gell? Das ist schon krass. Ist halt riskant, aber es ist, weiß halt nicht, wie eure Würfelkarten noch aussehen, ob ihr mich halt hier bei so einer Detainer-Hume noch unterstützen kann, weil wenn ich im Medica Center lande, nächste Runde ist zwar nicht gut, aber ich kann ja dann schnell einfach fliehen. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wahrscheinlich sollte ich schon noch evakuieren. Ich glaube, das macht schon Sinn, oder? Dann machen wir das. Probieren wir es aus. Just do it. Ja, ich evakuiere noch zwei Schiffe. Ja. Dann Crysis-Karte, oder? Jo, Crysis. Das mit dem Evakuieren hier habt ihr schon gemacht, oder? Das eine da? Äh, das eine? Das war das erste, ne? Dann zieh ich ne Crysis-Karte? Ne, ne, hier. Ich zieh die hier. Ah, ja, stimmt. Ich ziehe die hier. Ah, ist okay. Demand, surrender. Oh, nee. Oh, shit. Oh, nee. Na dann, viel Spaß. Wenn man jetzt die Fähigkeiten von Starbucks hätte, das würde helfen. Die Karten sind echt lustig, gell? Die muss weg. Kann man hierher kommen? Ja, Präsident. Ah ja, warte mal. Können wir kurz hier ein zivilisches Schiff zerstören? Wieso das? Nein, wir machen jetzt erstmal das Ding. Erstes obere, oder? Okay, ja. Erstes obere. Können wir euch mal bitte? Okay. Das ist so. Wenn ich im Gefängnis bin, bin ich ja zuflos. Aber wir sparen ein Moral. Du bist doch nicht. Wir verlieren uns halt dann später. Der Präsident kann sich aber nicht selber ins Gefängnis werfen, oder? Ja, doch. Spielen wir das so? Okay. Weiß es nicht. Ich sehe ja nicht, ob das Sinn machen würde, aber... Er kann ja nur noch sich selber. Ja, wieso? Choose a human player to send to detention. Nein, nee, Kakandu ist noch da, ich weiß es nicht. Er kann Kakandu aber wegsperren. Okay, er kann natürlich Kakandu in die Dings werfen. Kakandu, weißt du, das kann man sich selbst wegsperren? No, President chooses a human player. Ja, kann man. Also wenn ein human player gemacht ist, wird laut Regelbuch jeder Spieler benannt, der halt kein Zedon ist. Nein, du kannst dich wegsperren. Ich weiß nicht, soll ich mich wegsperren? Dann verlieren wir halt die Moral später, oder wir verlieren es jetzt, ist halt die Frage. Lose-lose Situation, würde ich sagen. Ich finde eher für jetzt. Es kann halt, was halt interessant ist, wenn ich dann jetzt hier eh eingesperrt werde, wäre halt auch kacke, ja? Ja. Ich sag's so, die weniger riskante Sache ist, wenn ich ins Gefängnis gehe. Dann hast du zumindest noch eine Chance, die Moral zu retten. Das ist nicht, der Kampf ist sehr hoffenlos aktuell. Es ist halt wirklich hart, ja? Ja, die Karte ist also nicht schlecht, sag ich mal. Du bist der Präsident, du entscheidest. Ja, super. Ich tue die Verantwortung. Ich bin nicht verantwortlich. Ja. Nicht mal ein Bier, sagt man in Bayern. Ja, also, Fabian, jetzt machen wir ins Büro. Hab ich denn Nutzen auf dem Schiff? Ich weiß es halt nicht. Ich kann nur, bist du aus Bayern, oder? Bist du aus Bayern, kann nur? Nein, Fabian, du verlierst so oder so eine Moral. Ja, aber halt später erst, weißt du, wie ich meine? Wenn jetzt eigentlich ist es. Später erst können wir halt nichts mehr dagegen tun. Wenn du denn auch in der Detention bist, das heißt ja nichts. Ich kann ja halt dann wieder raus, theoretisch, wenn sie es halt anbieten. Ich glaube schon, dass ich mich in die Detention schicken sollte. Ja. Und ich kann halt nicht gefangen genommen werden. Ja. Weil du schon gefangen genommen bist. Ich bin, aber es würde eine Runde von den zu tun müssen, egal. Ich bin jetzt in die Detention. Aber dafür ziehst du, ah doch, du ziehst Crisis. Hör dich jetzt nicht meinen Präsidententitel? Warte mal. Nein, 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 ich bin alles. Ich bin schon durch, Jungs, ich bin schon durch. Ja, das ist cool. Also Crisis-Karte, ne, warte, ne. Karno, bist du aus Bayern? Noch nicht die Crisis-Karte, oder? Na, warte, wer ist gerade dran? Nee, 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 die ist doch gar nicht dran. Die Crisis-Karte ist doch da, die muss noch vollständig resten. Erik hat eigentlich gut gemacht. Erstmal müssen wir jetzt das hier machen, ne? Ja, unten noch. Space Star feuert Oh, ist keiner mehr da Mein gut, dass sie genugt worden Raider sind nicht drauf Sei jetzt wenn ich dran Wir müssen uns glaube ich dann auch irgendwann um diesen Raider kümmern Das hat noch einige Minuten Zeit Wir müssen jetzt aber keine Crisis Karte mitziehen, oder? Weil das hat 3 ja hier Oder? Die Mitte Weil wir vor allen Dingen was von Crisis Karte geredet wurden Ja, ich zieh weiter in Crisis Karten in die Tension Achso, ja, ja, das war doch immer schon so Ne, der Big ziehst du halt keine Nicht? Oh ja, tatsächlich, okay, dann Erik ist dran Ich war gerade dran Ich bin dran Wir sind echt durch, Leute Okay, dann Panzertanzer, du bist dran Ja, was empfiehst du denn? Die Zilonen bewegen sich ja von alleine Wenn ich jetzt auf den Base Star gehe Ja, das ist die Frage Was kann ich denn auf den Base Star machen? Wie kommt man auf das Resurrection Shift ist die Frage? Dann musst du sterben Kann man sich das umbringen? Nee, ich komm nicht, oder? Du kannst dich nur revielen und kriegst du dann allerdings Oder sterben Äh, hier Erlock Choose a character and pass the skill check to execute them Kannst dich Nein, nein, die gibt's ja nicht mehr Ach, die gibt's die Pegasus noch? Ja, Pegasus Ja, das heißt, er müsste infiltrieren und sich selbst töten Ja, das halte ich für eine gute Idee Die helfen dir dabei dann Wenn ich jetzt Du kannst erst auf die Human Fleet gehen Genau, und da gucken, was der nächste ist Und zwei Skillkarten ziehen Ja Ich könnte auch nach Caprica gehen Und da die nächste Skillkarte automatisch starten Da kann ich zwei aussuchen Und eine Die schlechteste davon nehmen Ja, dann mach das Ja, mach das Ja, das klingt auch gut, oder? So, ja Hier diese zwei Crisis-Karten Entweder irgendwie was stationieren am besten Oder was halt in Moral Wo sind denn die? Ach, hier von den New Caprican Hier liegen die Dann gucken wir doch mal Ob da was Schönes ist Also dieses Spielkarten Das treibt dich immer Ans Knapphausende Die ganze Zeit Ja, das stimmt In der Serie war es nie so knapp Tatsächlich Ich bin sehr gut gebalanced eigentlich Ey, ihr habt jetzt den Fallschatten Ja, Ralla schossen Ich seh schon Es sind zwei Wahrscheinlichkeiten Die sind ziemlich gut Für die Menschen Die unruhigen Naja, der hat das nicht gut Dann nehmen die die wenigste Schaden Also die Also die Die halt am meisten Schaden Warte mal Warte mal Zählen die Sprungmarker Wenn ich die aktiviere? Ne Ah, perfekt Warte mal Warte mal Im Basisspiel hat es dazu gezählt Aber kann sein Dass das Neukaprika geändert hat Ja, das stimmt Mit Neukaprika Ja, nee Weil letztes Mal Haben wir das nicht mehr gezählt Actually, Sprungmarker Zählen sowieso nicht mehr Weil es ist egal Ja, bei 10 halt die Inventilierungsparker Das ist der Punkt Die Dinger Wo tue ich denn die Die abgeworfenen hin? No activate No activate silence Der steht auch auf der Karte drauf Also Links Bei Neukaprika Bei Neukaprika Also Ne, wer nicht aktiviert Current Player chooses Ja, aber die Evakuierung wird auch nicht, oder? Ne, ne, die Evakuierung auch nicht Äh, wir machen den Moral-Check Äh, den Check Warte, warte, warte Gehst du, wenn du das fällst Gehst du dann in die Detention? Ne, du kannst das abgeben Ich bin ja nicht auf Neukaprika Geh nicht in die Detention Aber die Evakuierung vom Schiff Klappt auch nicht, oder? Ne, ne, tut's nicht Aber die, warte Verlieren wir dann Verlieren die Menschen Dann die eine Moral Ja, sicher Wenn wir fehlen Verlieren wir die Moral Kannst du? Klar Klar Nur der negative Effekt Äh, betrifft die nicht Ja, es ist ja auch Abgesehen davon Dass ich Abgesehen davon Dass ich nicht auf Neukaprika bin Äh, dann fahr' wir, ne? Ähm, Kameraden Wie checkt ihr die Chancen ein? Ich würde sagen, wir Wer liegt im Hörstrand Du ne Ziemlich schlecht Ich denke, wir müssen jetzt Wirklich mal einen Moral-Lost hinnehmen Einfach, ähm, weil Wir müssen mal einfach refuelen Wir haben nicht mehr so viel Wir können nicht von Skillcheck zu Skillcheck überleben Das wird auf lange Sicht nichts Äh, nichts bringen Ja, gut Also, es ist so Kakan, wenn du nichts hast Dann haben wir Ich kann noch ein bisschen was spielen Wenn wir halt das machen wollen Aber Du musst mir halt sagen Ob ich helfen soll oder nicht Also, ich weiß halt nicht Ich könnte halt Schon Sachen machen Die es vereinfachen Aber es ist, glaube ich Ein Zehner ist schwer Zehner ist schwer Aktuell ist ein Zehner schwer Ja, ich glaube auch Dass die anderen halt so viel haben, ja Genau, dann lege ich nichts rein Ja Ähm Ich lege eine Karte rein Jo Boah, das ist so anstrengend Als Mensch Wenn du nicht weißt Ob dein Mitspieler Versucht Mindgames zu machen Ja Und du weißt nicht Wie du reagieren sollst Und so ein Quatsch halt, ja Okay, kann nicht Das geht auch nach hinten losgehen, ne Ich lege ich nichts rein Okay, dann Ähm Erik Ich lege nichts rein Also jetzt hat nur mein Jetzt hat nur mein Kollege da was reingelegt Ja Und das Trecherideck Ja Ja, fuck it Dreh um Ich mach grad das neu Dass dann ja Da kann ich das fixer machen Äh, Fabian Glauben ist klar, oder? Da waren fünf Wörter drin Das hätten wir schaffen können Wie war fünf plus drin? Es war aber ein Einser drin Wegen meiner roten Okay Ähm Nächster Spieler Moral bitte Danke Dann schießt der Base da noch Ah ne, der Spawnt auch nicht Ja, die Base da Ja Welche Base da? Der Spawnt aber Der Spawnt drei Aber ist nicht da Die sind hier Dort unterdrüben Ey, das ist so ne Sauerei Dass du die beide weg In Newcastle Was ist so ein Lang Also das ist einfach Der gekonnte Und geübte Eigens von Massenvernichtung Das ist auch okay Schade, dass du nicht so ne Also jetzt hättest du noch Ne Major Victory Karte Haben müssen, Erik Das wäre dann richtig krass gewesen Jetzt bin ich nicht erschossen Hätte ich dir auch gehabt Ja gut, aber hätte er nicht Glaubt, wäre ich noch Immer Admirat Also hätte man dich Nicht erschossen Wäre ich Admirat Und ihr hättet jetzt verloren Ja Nee, wer soll Ich hab mir neu gewesen Ja doch, wahrscheinlich schon Weil sozusagen Dadurch wäre nie Gewiesen worden Ob du es oder Kakander bist Weißt du Ja, wenn sich Also er kann ich Ereignis werden sollen Das wäre das Problem gewesen Okay Hier, ich halte mal In Kraft Aus meinem Gefängnis heraus Eine krasse Rede Ja Meine lieben Leute Es wird richtig Also es werden noch richtig Aufräumen hier Ja Ja, ihr habt keine Chance Die Zytonen, die sind quasi schon besiegt Nur noch ein Raider ist übrig Ja Oh ja, das kriegt doch nie Gut, dass wir auf dem Raal gehen Das wir nicht auf dem Raal gehen Sondern auf hier Steht da auf dem Mikrofon The Gang Ja The Gang Genau Und weil ich richtig krass Stratege bin Spiel ich auch noch das hier Also du musst jetzt eine Vier würfeln Füchte, füchte Ja dann Ja, nicht ganz so Keiner, fasst's an 2, 2, 1 Moral Oh Das ist doch Wahnsinn Oh, Fabian, komm Ja gut, jetzt Also Meine Rede war gut Ja, nee Das ist die Sieben und die Acht Nee, das muss jetzt einfach irgendwie wieder gut gemacht werden Ich glaub, da muss noch einer legasthenische Übungen machen Ganz ehrlich, so gut war ich dir jetzt auch nicht Gut, deine Du hast nicht dran geglaubt, Karkado Mich hat das ja jetzt gar nicht überzeugt Meine Moral hat es nicht gesteigert Fabian, bitte Crisis-Karte Ja Hier liegen die Ja, die liegen jetzt da hinten Das wird nicht besser Haha, okay Hey Ein Moral plus Das kann doch nicht sein, oder? Okay, aber wir evokieren auch, ne? Sehr schön Also Also die Karte Was ist das für eine Karte aus dem Himmel? Ja, aber richtig Der Eingriff auf das Power Plant Wir machen ein Moral Ja Wir haben das richtig zerstört Ich hab schon ein Schiff evakuiert Dachten sich manche nach der Rede Wir können das besser Okay, da bin ich dran, oder? Jo Zwei Karten darfst du aufziehen von jedem Skillset, was du möchtest Ähm Boah, das ist jetzt wirklich Anducky, dass meine Rede nichts geworden ist Okay Ja, dafür war die Dafür war die Äh, Kreis ist ja wieder gut Okay, äh Toaster-Konferenz Äh, soll ich Super-Crisis-Karte spielen Oder Zwei Das gleiche, wie du machen Äh, Kakandos gibt noch diese Die Super-Crisis-Karte Kononio-Won Kann man die jetzt eigentlich noch spielen Weil die ja nicht mehr da ist? Eigentlich schon, ja Kann man noch spielen Weil die Da verlieren wir ja auch noch zwei Moral Da müssen wir noch drauf achten Äh, Panzer-Tanzer, was sagst du? Ja, ist ja je nachdem Was sie Äh, was sie Äh Sie bringt das halt eigentlich nichts Ja Okay Also er hat nicht Kononio-Won Ich hatte so So krass Angst Ich sag mal Ich sag mal Wenn das die ist Mit einem Einem Centurion Ich glaub, das ist zu spät Also der kommt nicht mehr an Gut, dann macht sich zwei Crisis-Karten Okay Also der Zetorion Der hilft uns nicht mehr Ah, 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 ah Ah, ah, ah Zack Fick mein Leben Ganz ehrlich Was haben wir eigentlich Für ein Fecht? Was haben wir eigentlich Für ein Fecht? Ja, meine Rede Ja Sieht nicht Sieht nicht gut aus Nee Sieht nicht gut aus Äh Du willst dich gleich so Das kommt runter, bitte Du willst dich gleich so In den Boden ärgern Ich glaube Ja, ja, müssen wir Das wär's gewesen Hätten sie jetzt nicht Einmal Das ist das gewesen Kontaktinfamil Ja gut Den Skillcheck Können wir ja trotzdem noch machen, oder? Ja, den macht Ja, ich wähl den auch, ja Ja Äh, ja Ich bin sicher als erster dran Wenn ich das selber wähle Ja, aber Machen wir den? Also Könnt ihr den machen? Ist die viel bessere Frage Ja Er hat auch schon gewählt Dass wir den machen Ich weiß nicht Dass er eine Rote gezogen hat Also es ist so Wie ist denn euer Beitrag? Ich bin der, glaube ich Der Spieler Du bist aber immer Der leitende Spieler Ja Ähm Wie ist denn euer Beitrag? Ich kann nichts beitragen Ja, dann Wie bitte? Ich kann nichts beitragen Ich glaube Ich sollte da jetzt Aufnummer sicher gehen, oder? Was denkt ihr auch? Immerhin Ich denke Ich denke Das ist meine Kakanu Hm Okay Ich spiele die Karte hier Reckless Okay Ja, ähm Ich lege Ähm Leg eine Karte rein Wir können ihn halt, glaube ich Nicht wieder verdienen Erik Ich lege es rein Panzer liegt verschreiben Sehr brav, Panzer Hast du gut oder Nichts angelegen, Panzer? Die substanziell Warte deine Sache Ja Ich sag dir das Ich sag dir Ich sag dir das Wenn der Fertig ist Okay Geht so Geht so Geht so Geht so Nicht Nicht das höchste Was es gibt Soll ich aufnummer sicher gehen? Ja Boah Ich weiß nicht Was das heißt Aber ich vertraue dir mal Du wirst schon wissen Was du brauchst Ja, ich Äh 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 Ich hab Einmal so Kommt aus dem Gefängnis frei Aber dann ist halt vorbei Ja Trust your instinct Ihr habt einen Moral noch frei Ne Also das Wärts jetzt vielleicht auch nicht wert Alles trust Der kann Nächste Die direkt wieder in dem Moral sein Wenn du ziehst glaube ich nicht Weil den Glück hast du hast Okay äh Panzer hast du gut reingelegt Oder schlecht? Also ich hab minimal reingelegt Und äh Ich wollte dich nur mal Darauf hinweisen Dass der reckless ist Der skillcheck Ja bringt mir leider nichts Das wird sehr knapp Der kann Okay Ich leg die rein Ne wird's nicht Gut dass ich nichts Besonders wichtiges reingelegt hab Okay reckless Minus 1 1 Minus 1 3 4 Ja das waren jetzt die Karten Aller menschlichen Spieler Mehr oder weniger 7 12 17 18 Haben wir geschafft Boah bin ich froh Dass ich nicht dagegen gelegt Wobei wenn ich dagegen gelegt hätte Hätte ich sogar gar kein Minus 1 Skillcheck Place 1 base star In front of Galactica And 1 civilian ship Behind Galactica Oh Oh Ja zivile Schiffe Können wir nicht platzieren Ja das kann man nicht platzieren Aber der base Da ist hier Ey Wo ist man den Luke Hast du so viel reingelegt Gelegt ey Weil ich dachte Ich hab nur Ich hab da Nur gesehen Blau Okay wird sein Ja blaue Karten Zählen dazu Zu dem Skillcheck Kannst du mal die Karte loswerden Die du sowieso nie benutzt Achso Die hätte ich legen sollen Ne Aber ich dachte Die hast du gelegt Nein Ja Doch Achso Ja Okay Wir sind durch halt It is what it is Ja Es wird langsam Später So dann zieh ich Aber für Ceylon wird das jetzt gerade erst spannend Leute Also Wir sitzen hier gerade auf dem Messerschneiden die ganze Zeit Wir müssen uns entscheiden ob wir evakuieren oder nicht oder Ja Es sind 5 Schiffe sterben Wir haben noch 10 Wir haben 8 Bevölkerung Ist halt super knapp gell Wir haben aktuell noch gut Puffer ne Eigentlich Also wir haben nur einen Raider draußen Wir können uns noch evakuieren Ich denke das mach ich auch Ich geh Warte Stopp 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 Ja Überlegen Ne Ich hab eigentlich Ich hab eigentlich einen ziemlich Genauen Ruf Vor mir Du weißt Ich hab mir vermutet Welche Karte Ähm Du weißt schon Dass die dich dann halt einsperren werden oder Wieso Die sind nicht auf einer Caprica Ja die können ja direkt rüber wechseln Ohne was Ja sollen sie durchmachen Ich geh Ich vertrau dir Ich geh in Schuppe Äh Panzer Du weißt was du machst ne Können wir nachher nochmal Besprechen Und so nochmal Zwei Schiffe Evakuieren Actually Tue ich ein Schiff Evakuieren Glaubt Haben wir noch Haben wir noch Ne sinnvolle Aktion Für Adama Oder Für dich Du kannst Keine Exekutive Order spielen Ja Kann ich nicht meine Ah Ja ok Aber wenn du zwei evakuierst Jetzt ist es glaube ich schon Fast sicher Wenn wir wegspringen Oder Äh Weißt du wie ich meine Ja 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 Nee Also Ihr seid Seid ihr tot Weil zwei Menschen Exekutiert werden Ja Stimmt Nein Ähm Erik Na du hast die Karte nicht Geh Ich kann es auch nicht Dann darfst du es nicht sagen Wenn du es nicht hast Aber ihr werdet Wenn Erik jetzt springt Seid ihr habt ihr verloren Nein Geht es nicht Trotzdem Du kannst dich doch auch Rüberbewegen Adam kann sich rüberbewegen Wisst ihr wie ich meine Wie meinst du Ja du kannst Wenn du Exekutive Order bekommst Bewegst du dich wieder Auf die Galactica Und ähm Kannst du dann die Evakuierung Machen oder Ja die Evakuierung Kann ich glaube ich nur noch Der Admiral machen Ja Ah ja stimmt Wieso ist die Karte Gerade verschwunden Hier aber Wer macht jetzt Die Crisis Karte Ja die Karte ist weg Ja alles gut Moment Oh der Baster schießt Nice Der Baster schießt Pilots Das können wir ja machen oder Also Fail Achso Ich meine den können wir passen Stimmt Wäre auch gut Also ich denke Der Ich meine So ein Schiff nochmal Evakuieren Sollten wir schon Riskieren Ja gut dann Äh Das ist Der Karte legt schon mal rein Äh Erik legst du es rein Ne Aber das war nicht perfekt Von uns geplant Karkandu Ja Ich Du hättest wahrscheinlich Exekutive Order Auf Adam machen müssen Dann hätt der Ich leg auch nichts rein Äh Eins evakuiert Dann wären wir Hätt der noch eins evakuiert Oder das wäre Ne Irgendwie so Damals Damals Ich leg nichts rein Karkandu legst du es rein Ne ich leg nichts rein Ihr müsst auch übrigens Auf eure Fähigkeit nach Äh Erik Ja Ich weiß Ich habe mich vor Dein Meine ganzen Karten Meine 5er Karten Und so Da holen müssen Weißt du wie ich meine So jetzt das Top of the Das wäre richtig gut gewesen Ja Das Schiff wird jetzt Zerstört das heißt Oder Ja Äh Lockt ja Ein Pop Okay Äh Erik Ja Ein Pop Bitte weniger Ja Und die Base Da schießt Äh Das würfel ich bitte Ähm Jetzt aber auch mal Eine Acht bitte Boah E4 Er ist Gedamaged Current Player ist Bin ich ne Ja Ja Ich damage die Pegasus Ach CIC Bitte Okay Erik Ich bin dran Ja Ein möglicher Plan Ähm Erik sollt vielleicht Das mal Deine Karten ziehen Ja Erik Zieh mal Deine Karten Du kannst leider Jetzt noch nicht Weg Also Wenn ich Die richtigen Karten ziehe Also wir brauchen Wenn du mir Wenn du mich Enable ist mit Execute of Order Dann müssten Zwei Sachen Eintreffen Die beide Also Eins ist Fifty Fifty Und eins Ist so 40% Wenn die beide Eintreten Dann können wir Nach dem Ähm Wenn ich dann dran bin Können wir dann Evakuieren Wenn ich das jetzt mal Zusammenrechnen darf 0,4 Mal 0,5 Sind 20% Dass das beides Eintrifft Genau Wenn du nichts machst Könnten Kannst du halt Theoretisch warten Bis halt Du wieder Normal dran ist Oder Karkandu dran ist Das würde auch gehen Das würde Wahrscheinlichkeiten erhöhen Ich glaube Du musst nichts machen Ich belegge Was ich überhaupt machen kann Du könntest auch Auf den Bester schießen Wo bist du denn Wo bist du denn Im Moment überhaupt Ich bin im Knast Ich komme nicht mehr weg Was du halt machen könntest Du könntest Karkandu Wenn Karkandu Exekutive Order Bekommt Dann kann er sich Runterbewegen Oder Ja Kann er machen Das wäre schon fast Sinnvoller Oder Weil dann kann ich Wenn Karkandu Sich runterbewegt Und ich gebe Hier dann das Exekutive Order Was ich Haben kann Und nicht haben kann Ja Das wüsst ihr nicht Dann Könnten wir Evakuieren Oder Ist das richtig Ja Könnt ihr machen Karkandu Ich frage euch beide Ihr müsst bitte Ja Ich bin gerade Was in den Regeln Am Nachschauen Achso Ja Erik Weiß nicht Ob du was Siehst Ja Versuchen können Was Noch mal Das ist Gerade auch Relevant While the president Is on A new Capricallocation Any quorum card Effects Applied to the brick Applied to the detention Instead Also in der Theorie Wenn man irgendetwas hat Das die brick Betreffen würde Tut sie die detention Stattdessen betreffen Positiv Also auch negativ Also brick Gleich detention Ja Zum Beispiel Du hast uns ja vor Arrested Und das jetzt gemacht Werden wir in der Detention Stattdessen Oder brick Ja Also wenn du Wenn du jemanden Wie die Karten Die du vorne hast Wenn da draufsteht Du wirfst jemanden In die brick Dann kommt er In die Detention Anstatt Wenn die Galactica Nicht da ist Und auch dafür Dass ich von der Galactica Komme Auf die Galactica Komme Ich auch Mach das Mach das mal Ich versuche es einfach mal Okay Ich gehe ins Resistance HQ Und execute Oh Gott Ja unser Plan war halt Du gehst runter Und dann versuchen wir Möglichst schnell zu evakuieren Ich gehe vermutlich Ins Weapon Control System Ich habe noch eine Karte ab Du kannst Kannst natürlich auch einfach Deinen Kollegen Exekutieren Oh Ich habe Ich habe einen richtig guten Play Ich habe den nicht Der ist leider nicht perfekt Wenn du den Wenn du deinen Kollegen Wenn du deinen Kollegen Aus der Airlock wirfst Dann verlierst du die Achso Dann ist ja ein Mensch Verlierst du die Moral Trotzdem Scheiß Idee Ich könnte uns theoretisch Noch ein Moral organisieren Dann mach mal Aber nicht praktisch Ja du musst halt Ja nee Das ist nicht das Problem Aber ich töte den nicht Aber ich schieße auf jeden Fall Auf die Baster Ja dann bitte Muss ich mal kurz was gucken Jetzt kommt wieder eine 7 Direkt vernichtet Seguro aus 7 Ja Hast du den direkt vernichtet Geht nicht Oh zwei Schatten Nice Oh Gott Okay Also ich kann die Baster vom Himmel holen Ja das war mein Zug Gibt es danach eine große Feier Meinst du? Ja Dann Crysis Ja Nein nein Noch Eriks Es ist Eriks Pass 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 Ist einfach Eriks Ja Komm Eriks Was ist das bitte? Hm Oh by the way Der Raider bewegt sich dann Ja Ja müssen wir versuchen Was willst du mit Moral Verließe mal durch Ja Ne Ja wobei Doch Ja mehr oder weniger Nein nicht unbedingt Nicht unbedingt Können wir Wir müssen Wir müssen No Prison Break Spielen Ja wir müssen Nein Sie müssen Wenn sie den Baster zerstören Können sie ja Dieses Major Victory Dann kriegen sie einmal rein Wir dürfen das nicht zulassen Pass auf Ich mach den Baster weg Aber sowas von Wie was ist Was ist Major Victory Wenn du den Baster Vernichtest Kannst du die Karte ausspielen Und kriegst Moral Oder wie Ich sag nur Lass mal Panzer reinlegen Dann uns absprechen Ja ich sag nur So das geht Okay Das ist Also Panzer du es zuerst Leg nichts rein Du meinst wir sollen echt Nichts reinlegen Du kannst das mit reinlegen Wenn du dich wohl Damit fühlst Wie viele Karten haben die denn Ja ich hab sowieso Extrem Also es stört nicht Wenn ich was reinlege Ja dann leg was rein Ich zieh ja sowieso gleich hin Ja stimmt 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 Also ich kann nichts reinlegen Ich seh gerade Ich bin der einzigste Der was legen könnte Ja Das wird hart Ja Wir müssen Die Moral leider hinnehmen Ne Da kann ich nichts machen Ich leg nichts rein Ich leg auch nichts rein Ich auch nicht Die Farbenkombination ist schon gemein Ich vermute Eric Leg auch nichts rein Oh Gelb blau ne Da ist sie Die Karte Deine Moral bitte Und The Kampel Das wäre Eric Ja Zwei Skikarten Zwei Karten ne Jetzt wird noch lustig Kehr kann Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben Mit den Crisis Cards Kriegen wir sie jetzt besiegt In der nächsten In deinem Zug Die Phase wird jetzt auf jeden Fall brutal Und jetzt ist die Ceylon Phase wieder dran Okay Machst du Wieder Für movementen Muss man sich bewegen Ne Ja Aber mach lieber das hier doch wieder Ja Ja Ich weiß Auf Nun Carpreka Können wir Irgendwann nichts mehr ausrichten Ja ich Zieh wieder zwei Karten Und such mir eine aus Hier sind zwei Hier sind die Karten Hier Na dann Hast du Verkarten Ja Irgendwas ist Minus Moral für sie gibt Ähm Du musst noch mal auf deine Fähigkeit halt schauen Ich weiß Ich hab gesagt Und du hättest dich vielleicht auch schon vor einsetzen können Ne Ne Wieso Ja dann hätten wir auch ein Moral oder Naja Der hat drei Leben Wie bitte Ich hab den ja getroffen Der hat drei Leben Ja aber Mit meiner Rede voll Achso Da hatte ich den noch nicht Äh Da hattest du Ach echt Ich mein Ich meine Ich möchte nichts Leg die die du runterlegst Da schon mal hin Ich hab die Fähigkeit Auf jeden Fall im Kopf Gut Ja Prepare for Prepare for Jump Phase Ist die Karte unten Aber die ist ja sowieso nicht Ne Warum ist das denn hier in der Luft? Jump ist egal Evakuieren tun wir nicht Ja wegen der Luft erlegen Das ist egal Das ist aber Dann ist sie ja sinnlos Also Jump ist egal Und der Prep ist auch egal Der Evakuation Solange du in ein Minus Moral Oder Minus ein Spiel machst Ist es die wichtigste Karte Nur der Effekt ist relevant Könnt ihr auch die Karte Einfach zur Seite legen Und das mit dem runterlegen Um zu lassen oder? Weiß nicht Na gut Kann man machen ja Ich find das immer Also im Tabletop-Sumbril Hat das glaube ich Das runterlegen Ziemlich kompliziert Äh Naja Spiel Die sind leider beide Nicht so dolle gewesen Ja das ist ja immer einfach oder? Basestrap feuert Oder ne Warte zählt das Nee das ist ja nicht Ist ja nicht beschädigt Das machen wir auf jeden Fall Ziemlich ist ja nicht so schwierig Ja ja Okay Lass dich nicht Lass dich nicht Lass dich nicht drauf ein Die Die kacken auf die Population Ich spiele Ich spiele die hier Hä warum denn Hä Erik was machst du Wenn er ist die Spiele Spielt er sie jetzt Hä Erik Ja Was machst du denn bitte So egal Ich dich drauf Hör Erik Erik ist an Ben Hä Ja ich sieh his point Ja ja Ich sieh den Punkt Ja Aber warum Das macht Liegt doch niemand rein Oder Das macht schon Sinn Das macht schon Sinn Ja doch Das macht schon Sinn Ich hole mir die alle wieder zurück Alles gut Ja Erik Was ist denn jetzt dein Call Was soll ich denn machen Leg was rein Ich kann mir alles zurückholen Ich lege immer noch Ich lege ein bisschen was rein Ich lege noch ein In der Katastrophe Oder so Leg das rein Was du ihm gerne geben möchtest Was du denkst Ist auf seiner Hand useful Kannst du auch noch was reinlegen Ja ich lege da was rein Ja weil ich kriege die alle zurück Von daher Ich glaube ihr habt den Fab komplett vermüllt Wenn du eine Karte hast Die du Akte nicht brauchst Aber denkst dass er sie gebrauchen könnte Leg sie einfach rein Auch wenn sie negativ ist Echt aber Also Mein Beitrag wäre halt schon ziemlich positiv Achso Ja Ich 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 lege die Karte ja nicht Aber es ist egal Wahrscheinlich Wir haben nur ein Schiff Aber warum sollten wir sein Also was ich halt nicht verstehe Wir benutzen jetzt eine 5er Karte Damit er mehr Karten bekommt Die wir eh auch schon haben Ich verstehe den Schritt halt nicht Es geht halt darum Dass wir aktuell Ein bisschen die Karten verteilen Also ich habe zum Beispiel Viele Karten Ich weiß nicht ob er daran gedacht hat Ich habe viele Karten Aber wir haben eine 5er Karte Dafür verwenden Ist doch egal wer die Karten hat Oder Ist doch komplett egal Naja Nicht für jemand im Knast jetzt Und Und dann Reckless Der Skillcheck ist noch Reckless Er hat die Entscheidung jetzt getroffen Jetzt Die können jetzt noch Können jetzt noch Galactica damagen Alles mögliche Also ich verstehe es Also ich verstehe es nicht Ja Ich sehe deinen Punkt auch Ja Aber mal gucken Ist jetzt so passiert Wie es passiert Da müsst ihr ein bisschen Risiko eingehen Also sonst Ja aber für was Gehen wir denn Risiko ein Was ist Was denn das Benefit Ja evakuiert das letzte Schiff Richtig Ja aber da ist ein Population drin Vielleicht Population haben wir genug Mal gucken Da könnte auch noch Moral drin sein Möchte ich an der Karte Ja aber es kommt Es kommt doch noch mindestens Meine Crysis Karte Die Da könnte es auch Evakuiert werden Ja aber Könnte auch nicht Im Anlecki Fall Aber egal Ist jetzt so passiert Wie es passiert ist Wir machen weiter Fahren wir den nächsten rein Ja ich vertraue dir Da mal meine Karten an Eric Viel Spaß damit Ja danke Dann Dann musst du Die schwierige Entscheidung treffen Ich sag dir dann Wenn du die legen sollst Die Karte Ja Ich bin noch dran ne Ähm ne Satuso legt rein Ich leg nichts rein Oh Dann könnte man sogar passen Ich leg noch rein Ich leg auch noch was rein Das war's Ich leg auch noch was rein Kannst du das tun so Acht Karten sind das Meinst du nicht Ja ne 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 Die kriegen diese Karten Nämlich auf die Hand Aber es ist Reckless Also Achso ja gut Wenn du das hast Dann kannst du es machen Das ist halt Äh Trechere Z-Teil positiv Ne Ja Ja aber wenn du Irgendwas hast Was auf Reckless aktiviert Äh Dann kannst du es benutzen Einfach reinhunder Einfach reinhunder Wannst du? Naja Nice So Plus 2 Plus 5 Plus 10 Plus 13 Plus 14 Plus 15 Ah Verschwendet Schade Ja haben wir geschafft Ja die nimmst du jetzt alle ne Waren behind Wenn du es aktivierst dann ja Place 1 base star in front Ja dann kommt noch ne base star dazu Na gut wir sind falsch weg The last is sold Ah ne die 2 bekommst du auch noch Ja So Fabian So ich zieh mal meine Karten oder Ja Warte hat das bestanden? Ja wenn der Wenn der jetzt ne Dings hat Ja der hat evapuiert wird noch oder Das war immer ne Frage habt ihr es bestanden? Ja haben wir gepasst Ja Ja dann Ja nice dann kann man abhauen Einfach exekutive Vorhaut auf ihn geben Dann sind wir raus Obwohl Die haben nur ein Moral Ja Ich sag's da Ich mach die base da weg Ich hol die vom Himmel Oh ja das hab ich ja Hab ich ja ganz übersehen Ihr dürft ihn ja nicht zurücklassen Ihr könnt gerne abhauen Ja ja ihr könnt gerne abhauen Ähm Glaub mal Kann du? Ja Ich brauche jetzt nochmal Unterstützung Ich halte nämlich noch eine Rede Oh Oh ne wie's du machst Ja okay Oh wieso Ihr könnt ja nein Ähm Ich glaub du solltest mir jetzt helfen Weil es nein sicher ist Moment das ist aber eine Kektion Das ist eine Kektion Danach kannst du nichts mehr machen ne? Ja aber was soll ich machen? Ne danach kannst du auch keine Exekutive Order Das war ja Kann du ich mach das Ich mach das Ja warte 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 Ähm okay Wollen wir das so machen? Weil ich bin auch dafür Dass wir das so machen Weil wir bekommen halt die Moral sofort Ja und du bist ja dann immer noch dran Theoretisch weißt du Du kannst ja immer noch dran Wenn es sein muss Wir brauchen echt irgendwie einen Fuel Schaden Ich sag's du Weißt du? Ja aber dann ist halt nicht ne Warte mal Was ist denn Musst du die beiden Die beiden Base Stars aktivieren und schießen? Galactica 5 bis 8 Und da braucht man Was braucht man? Können wir mit dem Base Stars Auf der Zähne schießen? Ja dann aktiviere ich meine Fähigkeit Longshot Äh dass das da Wenn das gewürfelt wird Dass das eine 8 wird bitte Kannst du das Das kannst du immer machen gell? Ja genau On your turn oder? Ne Die world on your turn steht da Moment das geht nicht Ja Okay nochmal Nein Okay ja dann mach deinen Support Erik Dann hoff ich das 3 noch Aber Longshot bedeutet das nicht Also ist die Fähigkeit nicht nur Auch Karkandu Ähm Wenn du Ähm Wenn du Das geht nur auf dem Seinplan Wie wolltest was? Oder verstehe ich das falsch? Ne Wenn du Wenn du Statt dem Würfel kannst du halt Die Augenzeile bestimmen Okay Fabian würfelst du Ach so Wer hat das gemacht? Das hat Erik Ah schon dann würfeln Fabian Oh schon Das kann doch nicht schon wieder eine 8 werden Ja Die Rede hat gefehlt Ich hab noch Ich wollte noch was sagen Warte die Rede fehlt Wir haben jetzt Also diese Diese Kurums Karten sind ja nützlich Diese Runde Aber echt nervig Okay Crysis Karte bitte Ja Zwei Crysis Boom Zweimal schießen mit dem Base da Ne Oh kein Motor Äh du Okay Ich sende mich nochmal Zu Detention oder? Ja Das geht gar nicht oder? If the current matter is not a new Caprica You mean not New Caprica Ja aber warte Kann man sich nochmal auf Detention Oh Das ist halt schon wieder sowas Wo ich denke Das Spiel ist doch nicht super designt Was das an ist Wie wir sagen Die Regeln dazu Also hier steht ja If the current player is not a new Caprica You may not choose this option Da steht nicht If the player is in Detention You may not choose this option Das ist eigentlich so wie es draufsteht Aber da kann ja keiner die Intention stecken Ja gut Ich finde das System halt ein bisschen kritisch Aber warte Können wir kurz die Raider auswürfeln? Nein Wir sind erst Äh Machen erst das Ding Hey ja das ist ja nicht Ja ich choose Ähm Choose doch nicht Ich wirf wieder den Würfel Und Er hat diesmal Hät ihr es geschafft Okay Ich bin done Für diese Runde 5-7 Damage Dach zerstört Ja Ich würfel Das war ein richtiger Toaster-Schuss Satvuso Du darfst Satvuso 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 Du schießt wie ein Stormtrooper Du kannst zum Beispiel Du kannst zum Beispiel auch die Base-Stars aktivieren und feiern Ja aber dann zerstören wir ja nur was bei der Galactica Im besten Fall Ja das kann ja der Fuel sein Ne Gibt's doch gar nicht oder? Ja doch Gibt's nicht Food? Ich weiß es nicht Ich würd lieber Crisis-Karte Weil sobald der Kanu dran ist halt Ja dann springen sie ja Oder eine Crisis-Karte Kannst du auch machen Ich nehm eine Crisis-Karte Bader wieder Hoffentlich hast du mehr Glück Was für ein Verbrechen hab ich begangen Hast du wieder nur Shit? Na gut wenn du den Shit siehst Dann ziehen die gleich die Richtigen Lebst du noch? Ich glaub er ist gerade erstickt Irgendjemand Er ist gerade erstickt Irgendjemand hat ihn aus der Luftschleuse geworfen Schade 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 Wird leider nichts bringen Weil ich weiß was die wählen Aber wenn ich's entscheiden könnte Wär's jetzt wichtig Do it Ah ja hier Besser die zweite Guck mal ob die zweite besser ist Ja ist natürlich bitter ne Ja also Präsident Was tschust du ne? Ich tschuse minus ein Population So jetzt Karkandu Jetzt wirst du einen Schuss des Jahrhunderts erwachen Oh ja Der wird aber sowas mit explodieren Der wird noch mal den Enkelkinder von sprechen Was musst du denn würfeln? Also Ich aktivier jetzt halt erstmal Weapon Control System hier Das hätten wir zum Beispiel Hätten wir zum Beispiel auch Wenn du die Weapon Control getroffen hättest Das hätte er nicht schießen können Ja das ist so ein Glücksspiel Ja auf Dauer ist das eh ein Glücksspiel Die Chance dass wir was Gutes da bekommen hätten Waren halt deutlich höher Wir haben halt Pech Lass mal den Starspieler hier sprechen Ihm gehört das Rampenlicht jetzt hier Dem hier Jetzt mach einfach Ja Longshot Fähigkeit auf jeden Fall Ich hähne natürlich die Acht Den Home Run des Todes Ähm schießt die Base da ab Welche? Ja die mit dem 2 Schaden Kommt der 3. Schaden Damit ist sie zerstört Was wär's gewesen? Kein Spawner mehr Und natürlich Das war ja da war richtig Major Victory gekriegen Oder halt Nee Du musst erstmal würfeln Okay Warte Hat jemand noch Hat jemand noch was? Genau Perfekt Ihr habt doch Glück Das muss jetzt eigentlich klappen Ja Ich hab jetzt schon Wir haben jetzt schon Dreimal versucht Moral wiederzubekommen Ein Ihr kennt er Drei unter Haier Ja Drei unter Haier Eins Eins Alle Dinge weg Eins Komm Eins 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 Gefeiert Da wird gefeiert Ja Oh Gott Oh Gott verlieren. Das wär's jetzt. Ey, ich schwör, wir haben so ein scheiß Pech in diesem Spiel. Ja, komm, mach das untere einfach. Einfach zum Hohen den Skillshake machen, ich glaub, den können wir sogar schauen. Ich glaub, wir jumpen jetzt weg. Also ich kann da nichts beitragen halt. Ich kann da sehr viel beitragen. Ja, aber wenn die auch irgendwas also, Kaka, du bittest, das letzte Mal wolltest du auch so was machen. Mach einfach das untere. Hä, es ist doch eh vorbei, Erik will jetzt wegjumpen. Ja, Erik glaubt doch jetzt wegjumpen. Ja, okay, dann... Wobei, ja gut, ihr schafft's eh nicht, ne? Ihr würdet das eh nicht hinbekommen. Ja, okay. Dann diskarte ich einfach zur Random-Skill-Karten. Und Erik mal, zieh mir wieder zwei raus. Hier, warte. Es ist echt malig, dass die Zulone jetzt verloren haben, weil er einfach nur noch Pech hat, was die Ding-Karten anging. Ja, aber wir hatten auch nicht so viel Glück mit den Überraschern. Ja, nein, aber ihr habt halt immer kurz, bevor wir eine Minus-Karte gezogen haben, noch irgendwie eine Plus bekommen. Ja, so ist das. Ich hab zwei Reden gehalten, mit voller Unterstützung. Ich hatte mehrere Calculations-Karten auf der Hand, ja. Weißt du? Erik, du jumpst es weg, oder? Ich jumpe weg, ja. Gut. Dann haben wir jetzt gewonnen, oder? Wir verlieren noch einen Moral. Ich bin natürlich wieder tot. Naja. Passiert. Man muss, man muss Opfer bringen. Ja. Dafür schau ich. Ich hatte immer diese fucking... Sorry, spreche ich leider. Ich hatte immer diese Karte auf der Hand, die ganze Zeit, wenn ich Reden gehalten habe, ja. Erik hat jetzt auch beide dann. Ja. Aber es hat nicht gereicht. Meine Reden waren einfach nicht gut genug. Aber mir hat das netten Gameplay echt gut gefallen, diese Runde. Die Runde war es echt, ähm... Boah, ich muss sagen, es ist ein bisschen frustrierend, dass ich jetzt, dass wir jetzt hier die letzten Meter halt verloren haben, weil wir einfach diese einen Moralprodukt mehr hingekommen haben. Ich glaub, das... War spannend auf jeden Fall. Ja, ist auch. Aber der Plan, auf die Galaktika zu gehen, war gut. Das war gut, Kerkant. Das hat, wo es, glaube ich, das Spiel gerettet. Ja. Ja, wenn wir da noch einen eingesackt hätten von euch, dann wäre er vorbei gewesen. Und dann, dass du die... Also, dass du sich dir getraut hast, da nochmal zurückzugehen, fand ich auch krass. Weil man muss halt manche mehr Sachen riskieren, ne? Ich glaub, der Federer hat... Ja, besonders seine... Also seine zwei menschlichen Freunde einzusperren, das war auch Risiko einfach. Hansa, Hansa, ich glaub, ich hätt mich ungefähr... Ich hätt mich revielen sollen, kurz bevor wir zu Ding gejunked sind. Ja, weiß ich nicht. Ach, warst du von Anfang an, oder wie? Nein, nein, aber ab der zweiten Hälfte. Und ich hätt mich halt revielen sollen, kurz bevor wir bei Neu Caprica gelandet sind, dann hätt ich nämlich noch diese Crisis-Karten-Ding öfter machen können. Ja, du warst ja Admiral, oder? Ich glaub schon, dass du da halt noch warten kannst. Ja, das Problem war halt, ich hätt damit rechnen können, dass ich's nicht behalte. Ja, er ist schon okay. Ich hab halt tatsächlich komplett vergessen, dass man hier Leute töten kann. Ich hättest halt Fabian einfach ein bisschen misstrauen sollen, dass er immer so eng miteinander sagt, lässt mich halt ein bisschen Fragen stellen. Das war, einmal hab ich vertraut, hab's auch den Menschen gekillt, aber im Endeffekt hat er das Spiel gerettet so ein bisschen. Ich hab halt echt nicht gesagt, dass Fabian dabei bereit ist, jetzt Erik zu töten. Also ich glaub, also ich hätt halt nicht als Zylone beim rechten Spieler gesagt, er geht in Executive Order. Das hätt ich halt niemals gemacht, als Zylone. Das war dir schon krass. Ja, wie gesagt, ich konnte ja nicht ahnen, dass du diese Karte hast, ne? Ja, aber ich fand's schon krass halt. Weil ich glaub, du hast halt extra dann hier den Fuel genommen, den höchsten wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Ich werf den. Ich werf den. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich in den Arm gebissen hab. Ich hab als Zylone, ich hab am Anfang mindestens vier oder fünf von den Executive Order Karten einfach irgendwo reingeworfen, in den Skillcheck. Äh, es war blöd. Ja, gut. Aber heute ging's schnell tatsächlich, halbwegs. Nee, oder? Ja, das ist schon wieder null, ne? Also nicht. Sechs Stunden, oder? Letztes Mal habe ich bis eins gespielt. War so, aber wir haben auch später angefangen. Es war genau so, wie's geplant war. Also, passt. Ja, ich hab genau sechs Stunden jetzt, ja. Ja, also ich denk, wir können schon noch am Mandelnstellen ein bisschen schneller spielen, aber das Game war schon sehr verwirrend halt teilweise. Ja, ja. Es sind schon ziemlich viele crazy Sachen passiert, diese Runde. Aber es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich fand es aber nicht, jetzt war irgendwie Balance-Problem oder so, fand ich, gab es jetzt nicht, oder? Nee, es war ja Spitz auf Knopf am Ende. Also, wenn da... Wobei, 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 äh, ich find, wir sollten tatsächlich die Strafen für Manchvieh-Spieler-Tode irgendwie erhöhen. Äh, ich glaub nämlich echt, dass, ich find, ein Moral ist zu wenig. Also, wir haben jetzt verloren. Es war einfach zwei Moral. Es sind ja auch irgendwie zwei Menschen hingerichtet worden, so, äh, nee, oder drei. Ja, genau, und wir haben an Moral komplett fast verloren. Es war ein Moral. Ich glaub, das ist schon ganz gut gebalanced. Also, du kannst denn zwei Menschen und dann bist du schon im Risiko, dass du verlierst. Das ist halt... Nee, weil das war ja auch ein bisschen Pech, ne? Es muss ja nicht heißen, dass immer dann Moralkarten so viele Minus kommen. Also, wenn du jetzt Moral... Wenn jetzt... Ich muss auch nicht unbedingt sagen, dass man Moral weniger macht, aber ich find, man soll irgendwie noch ein anderer Mali dafür bekommen, ne? Dass, wenn man Menschen wieder zurückgewinst, dass das dann... Ja, zumindest... Zumindest... Aber, ähm, es sollte zum Beispiel beim Präsidenten oder beim Admiral vielleicht noch ein kleines Dings geben. Also, ich würde... Ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich der Standardplay ist, wenn sich der Zellu noch nicht viel bietert, wenn man Richtung Null Caprica geht, dass man dann den Admiral exekutiert. Das ist wahrscheinlich so ein Standardplay einfach. Also, wenn wir... Ich würde das... Ja, das ist... Naja, aber es ist halt so, das musst du, glaube ich, machen. Wenn wir, äh... Ich finde halt sozusagen, äh... Wenn wir schon, äh... Jemanden exekutieren, dass er dann nicht sozusagen frei auswählen sollte, welchen Charakter, sondern zumindest aus der gleichen Kategorie. Boah, dann kann der... Kann der eine Zellone ja warten, bis der Admiral tot ist, um sich dann zu revieren. Aber das würde ich das klar machen, dass das aus der gleichen Kategorie ist. Ich finde das richtig gut. Das könnte nämlich halt echt ein bisschen krass sein, weil dann ist der eine Zellone halt der Pilot, der wäre halt wichtig und dann, äh, kommt eine Kategorie... Ja, da sterbe ich. Ja, gut, wenn ich sterbe, dann kann ich mir schnell den Piloten nehmen. Also, ich verstehe dein Argument, aber das Spiel ist auch darauf ausgelegt, dass du eine Crew hast, die funktioniert. Ja, gut, ich bin auch betreut, dass nichts machen, wenn wir zumindest die Leute in den Ziel haben, die dann... Aber... Also, ich sehe es halt noch nicht, es gab noch in keiner Runde das gesehen, dass es irgendwie ein Balance-Problem war. Oder? In dieser Runde war es auch irgendwie kein Balance-Problem, weil wir hatten jetzt ja keinen Piloten draußen oder so, oder? Ja, doch, wegen seiner Fähigkeit, als Pilot konnte das halt jetzt mit dem Baster machen und dem Roll, ne? Also, hält der KK do kann einen Pipoat nehmen. Stehen die Chancen gut, dass er das verloren hat. Ja, gut, aber es gab ja auch andere Fähigkeiten, die du halt noch hättest einsetzen können, ja? Hier, Tom Zerek zum Beispiel, wäre es tausendmal einfacher gewesen. Ja, der hätte... Der Tom Zerek, der hätte einfach eine Moral, hätte eine Population runter und eine Moral hochfertigt. Was warst du, du KK do am Anfang? Äh, ich war... Ja, der wäre jetzt viel besser gewesen. Was kann er... Was kann er machen? Er kann zweimal schießen, wenn er will und kann einmal im ganzen Spiel drei Locations, die nicht gedamaged sind, aktivieren Also ich finde es cool, wenn man exekutiert wird, dass man das dann alles machen kann Ich denke halt schon, man sollte es nicht abusen oder so Das Problem ist halt diese komplette Sicherheit, Loyalität Weil wenn du Pech hast, hast du dann halt zwei Spieler, die komplett loyal wissen, dass sie Mensch sind Na gut, aber am Ende spätestens auf New Caprica muss sich der Zylone sowieso revielen Wie willst du das denn ändern? Ich meine, du weißt doch dann sowieso, dass du kannst ja keine Karten mehr untermischen Das tut ja das komplette Spielbalancing kaputt machen Wenn du eine Karte veränderst dann ist das ganze Spielbalancing am Arsch Ja, es muss Und es ist ja auch klar, wenn auf New Caprica, dann sind sowieso die beiden Zylonen wahrscheinlich dann revielt spätestens Ja, es ist halt kritisch Es sei denn, es ist natürlich der Admiral Dann kann er natürlich Die Strategie, den Admiral zu töten wenn er noch nicht revielt ist, ist komplett bescheuert weil da muss man immer drauf achten, wer in der nächsten Rangfolge ist Ja Also weil Wenn du einfach immer aus der Kategorie den Admiral tötest dann hast du halt demnächst dann den Zylonen-Admiral Ich meine, du hattest demnächst Ich weiß nicht, was die optimale Strategie ist Aber wenn du nicht weißt, wer Zylonen ist dann musst du, glaube ich, halt was machen weil sonst kannst du halt auch schnell verlieren Ja, aber das ist trotzdem nicht wirklich Da musst du halt irgendwie versuchen, den Anders anders herauszufinden Ja, ich hab's jetzt ja versucht mit dem ich zwei Leute einsperre hat nicht geklappt halt Im Endeffekt hat's ja dann herausgestellt, was war Möchtest du den Moves nochmal erklären eigentlich? Ich meine, wieso hast du das eigentlich gemacht? Also ich hab Ich hab mir so gedacht Ich hatte zwei Karten davon auf der Hand Dann dachte ich mir so Eigentlich wär's cool, wenn Sarduso Admiral wäre, weil ich dem vertraue Ja Ich hab dir nicht vertraut und Erik nicht vertraut Und Sarduso hab ich vertraut Ich wollte den jetzt nicht Erik einsperren, damit du den Admiralstitel bekommst Dann dachte ich mir, wenn ich euch beide einsperre Dann hat Sarduso dem, den ich vertraue, den Admiralstitel Das war mein Plan Und dann war der Gedanke wahrscheinlich noch Wenn ihr dann auf Capri-Aka kommt, sind sowieso alle wieder frei Genau Das hat auch Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es auch sehr viel besser gewesen Ja, ist das okay Ja, weil dann hättest du Erik nicht töten können Dann hätten wir sozusagen, weißt du Ja, aber wenn die in Detention wären, hätte ich's glaube ich nicht gemacht halt, ja Naja, ist so Das sind halt die Regeln Und dann ist das eben so Das war ein knappes Spiel Also ich weiß halt nicht, ob man Sarduso sowas am balancing ändern muss Weil bis jetzt alle Spiele waren halt wirklich mit einem Punkt halt Ich sehe halt nur das Problem Wie gesagt, wenn Capri-Aka nur jetzt keinen Piloten hätte nehmen können Hätten wir das wahrscheinlich noch gewonnen Ja, ist doch in Ordnung Wir haben einfach Pech gehabt Am Ende Ja, nein, ist ja okay Ich meine, ich finde halt Zum Beispiel, wenn er die beiden Nukes nicht vernichtet hätte Hätten wir vielleicht auch gewonnen Ich meine Wir können ja mal ein Auge auf dieses Exekuten drauf behalten Aber aktuell finde ich das kein Problem In einem Spielfluss oder in irgendeinem Balancing Wir können ja mal, wenn das häufiger auffällt, können wir gerne nochmal drüber sprechen Aber aktuell finde ich das da kein großer Änderungsbedarf Außer Die Gruppe sieht es anders Naja, das Problem ist halt eher, dass ich sehe Wenn man halt Man stirbt ja meistens erst eher relativ spät im Spiel Und dann kann man sich halt noch einen perfekten Charakter raussuchen Also ich weiß noch In der zweiten Runde, wo wir das Adon gespielt haben, wurde ich in der ersten Runde executed In der allerersten What the fuck Okay, aber können wir Aber wir machen es schon so Dass wenn man seine Spezialfähigkeit mit einem Charakter schon eingesetzt hat Man nicht mit dem anderen Ja klar, das ist auch in den Regeln so Ja, du kannst die Spezialfähigkeit nur einmal benutzen Auch wenn du den Charakter dann wechselst Es gibt noch so ein paar Sondersachen wegen Boomer und egal was Balter, aber ansonsten Wenn du die Ich glaube, wenn du die vor der zweiten Karte wählst Wird da noch eine Karte reingefügt, ne? Bei Boomer oder eigentlich? Ja Ja, ich glaube auch Weil die zieht ja eine mehr und dann brauchst du ja eine von den Karten mehr Balter, wir kommen glaube ich sofort sogar eine extra Ja, aber es sind ja nicht mehr drin, oder? Ja, ne, da wird dann eine Es sind ja noch welche übrig Da wird dann eine rau hingelegt und davon zieht er dann eine Ja Eine zusätzlich rein, eine Matchkarte dann wahrscheinlich, oder? Ja, genau Ja, richtig Und dann zieht er eine Und dann kann er natürlich da dann den Zelonen ziehen Auch ich, also ich glaube halt auch, dass das Spiel darauf aufgelegt ist Dass die Zelonen sich dann in Phase 4 oder so langsam anfangen zu beielen Ich weiß nicht, ob das halt Zelonen da noch so viel Sinn macht Wenn du halt in der zweiten Phase lange unentdeckt bleibst Oder auf Caprica unentdeckt bleibst Ja, auf Caprica sowieso nicht mehr Das kannst du ja nichts machen Kannst ja nur Außer du bist halt Admiral, deswegen ist halt so diese Ja, dann ist natürlich, aber sonst, ne? Und sonst, also du kannst halt glaube ich auch nicht rausfinden, ohne das Das Exekuten, ob jemand halt böse ist Ja, es sei denn, du scannst ihn halt und guckst, aber Mal gucken, wie sich das verhält in nächster Zeit mit dem Exekuten Apropos nächstes Mal, wann wäre ein Spieltag angesetzt? Oder schreibst du es wieder einfach rein? Oh, der ist ja auch schön, Fleet Mobilization Ja, ich würde, ähm, wieder gleich machen Ich weiß halt nicht, wann ihr könnt Ist es da ein Tag, nächste Woche, Samstag, könnt ihr da alle nicht, oder? Samstag, Sonntag kann ich eigentlich immer, Freitag geht nicht Also mir wäre Sonntag eigentlich lieber, aber da ist natürlich 24 Uhr, dann ist es Montag Samstag wäre mir eigentlich auch lieber Wie bitte? Samstag wäre mir auch lieber, Sonntag ist ja spürend, ne? Toll Ja, Samstag geht auch Nils, bei dir auch? War auch okay, gell? Ja, ich hätte halt unter Umständen noch was anderes, aber Ja, ist halt, also Sonntag ist glaube ich halt schwer bis 24 Uhr, das ist halt Wenn wir früher starten, wenn wir nachmittags starten? Ich persönlich hätte da nichts gegen Und dann kann Eric halt nicht, oder? Nee, da ist Heuerrunde, da kann ich nicht Achso Oder Freitag Freitag kann Also ich finde Samstag gefällt mir Mobilization am besten Weil ich finde Freitagabend ist auch ein bisschen hart, wenn du morgens dann noch arbeiten willst oder so Also wenn du arbeitest Samstag, dann ja Ja, ich finde Samstag ist eigentlich auch ganz nice Na gut, dann bleiben wir halt bei Samstag Ja Wenn wir alle Samstag bevorzugt 30 wollte ja auch, also kann ja auch ab und zu Samstags glaube ich So Ja Dann können wir ja zur 6 spielen, das ist auch ganz schön Also schreibt mir dann halt noch auf jeden Fall, wenn ihr halt könnt, dann kann ich das alles Aufnehmen, ihr könnt ja auch noch schauen, ob ihr dann wirklich könnt, ich schreibe euch dann mal an Und so kurz halt, ja Und der fragt auch gerne dreimal nach, ob man wirklich kann Ja, ja, du hast deine Nachricht bearbeitet, oder? Sorry Also wenn ich sowas wie höchstwahrscheinlich spreche, dann ist das 100% Okay, also ich war ein bisschen paranoid halt, ja Ja, ich habe dann sehr nachgefragt, der spricht die Erfahrung glaube ich bei so Ja, okay, wenn du Bei mir ist das, bei mir ist das halt, wenn ich höchstwahrscheinlich sage, dann sage ich ab, wenn ich nicht kann Ja, ist halt, ist halt, also ich bin lieber mal unhöflich, anstatt dann halt Wenn sie zu alt sagen Sie kennt ja auch zwei oder drei mal nachschreiben Aber ist halt doch nicht jetzt halt, ja Naja Na gut, dann sehen wir uns Samstag, 18 Uhr wieder Ja, mal eine spannende Runde Ich bin höchstwahrscheinlich dabei Also mir hat es viel Spaß gemacht, ich fand es heute cool Ich auch Spannende Runde auf jeden Fall Ciao Bis dann, tschüss